Dann ist das hier Luma mal, mach mal das so, alle unter 40 können zuhause bleiben, anscheinend auch hier, und JB ist der Sohn, dann mögen die sich tendenziell mehr, ne, das ist eigentlich ganz geil, Hector, Vater, dann bin ich hier, Benpa, so, und wer ist denn unser Sohn, wen werden wir erst unseren Sohn mitnehmen, Sono, willst du als, als unser Sohn mitkommen? Klar, okay, dann kommst du jetzt hier, Sono, hab ich keine Ahnung, wie ich den Namen nicht eintragen soll, aber hier steht ja hier Sono, so, dann würde ich sagen, du bist aber ziemlich dick geworden, Sono, du musst ein bisschen mehr Sputt machen, glaube ich, auf geht's, mal sehen, wie lange die Kolonie hält. So, ähm, mal warten, dass, ne, nicht Heldkarte, Befehle, ähm, es gab irgendwo alles erlauben, hier, erlaube, ach, 46 Sachen auf der Karte erlaubt, genau, so, so, und du bist jetzt unser, unser Jäger, entsprechend kriegst du die Fernkampfhafe, Nahkampf, Fernkampf, du kriegst die Nahkampfhafe, ich hab die Sache gerade erlaubt, so, und da du auch unser Kämpfer bist, tatsächlich, ähm, kann ich dir nicht einfach sagen, dass du ihn nehmen sollst, dass du ihn anziehen sollst, weil, will ich nicht zwingen eigentlich dafür, so, du hast noch ein bisschen, ne, du hast Nahkampf, ich hatte noch ein bisschen Fernkampf, also nehme ich die Pistole, hätten benötigt, so, das ist ein bisschen die Frage, wo wir uns hinbauen wollen, wo sind denn hier, hier, wo war denn das, äh, hier unten, die Fruchtbarkeitsanzeige, sieht nicht so geil aus, hier haben wir sogar Wasser, glaube ich zumindest, da sieht nach Wasser aus, hm, so richtig viel fruchtbares Land am Stück haben wir hier gar nicht, oh, und hier dürfen wir nicht rein, da war, böse, böse, böse Dinge, hm, 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 Anbauzone. So. Hier werden angebaut die Heilpflanzen. Wo haben wir dann? Nee, nicht Rauchblatt. Heilwurz. Ah, wir haben ja... Oh, no. Haben wir nicht. Shit. Dann Erdbeeren. Erdbeeren kann man machen. Und hier gibt's... Ich glaube, die Kartoffeln dauern lange, ne? Erntetag, Hunter Ertrag 11, Lebensdauer 46 Tage, Moment. Irgendwo stand es, wie lange es dauert, dachte ich. Hier, Wachstumsdauer 3 Tage, Hunter Ertrag 6. Bei Kartoffeln. Wachstumsdauer 5,8 Tage, Ernte 11. Ist ziemlich gleich, würde ich sagen. Bauen wir mal Reis an. Das heißt aber, wir werden hier unseren Stuff bauen. Sprechen, müssen wir auch hier mal eine Lagerzone einrichten. Abfallzone. Abfallzone. Kommt dann hier hin, erst mal. So, go, go. Entsprechend können wir uns vielleicht auf 1 stellen, dass wir schon mal anfangen können. Müssen wir hier natürlich jetzt auch reinarbeiten, abbauen. So ist der Gemeinschaftsraum. Das ist das erste Zimmer. Hier noch ein Zimmer rein? Naja. Ups. Wurde Sachen löschen. Wie kann ich denn Sachen löschen? Hier abbrechen. Also das müssen wir noch aufstellen. Punktieren. Eins da hin. Eins da hin. Und eins hier hin. Damit wir die Priorisierung der Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Prio, Prio, Prio. Hier. Genauere Prioritäten. Kunst. Forschen kriegst du. Oder sogar kriegst du ziemlich hohe Prio, wenn wir es dann mal haben. Handwerk. Prio. Das ist nicht so häufig zu tun. Schneidern. Schmieden. Kochen. Kochen ist eine relativ hohe Prio. Arzt auch. Feuerwehr. Patient. Die Prio geht richtig hoch. Betro. Transport plus. Transport plus ist, wenn ich sage, das soll sofort geholt werden. Hilfsarbeiten. Empfangene, falls das nur Schalte zu betätigen. Tierpflege. Aufseher. Jagen. Bergbau. Letta 3. 4. Ich wollte mich einfach genug zu tun. Transport reinigen. Reinigen wir nicht mal auf 2. Das muss immer mal gemacht werden. So. Waldarbeit. Das hast du auch gemacht, weil du brennst auch dafür. Damit sie happy sind. Was ist denn hier schon eigentlich für ein Problem? Bedürfnisse. Unantillige Umgebung. Leichte Schmerzen. Depressiv. Das ist ja depressiv, könnte problematisch werden. Moment. Wo sind wir hier im Heimatgebiet? Moment. Hier braucht ihr bitte nicht hier draußen sauber machen. Das ist absoluter Quatsch. Ihr solltet lieber, wenn ihr sauber machen wollt, hier drinnen sauber machen. Das ist viel wichtiger. Wenn Ben Paar schon aufräumen will. Tragen wir hier mal in die Objekte. Vielleicht soll ich Transport doch auf 2 machen. Sonst ist er die ganze Zeit im Reinigen. Nicht ganz so optimal. Den Luma über das Schwitzen. Ich habe Luma mal mal das Schwitzen erklärt. Ah ja, das Schwitzen hat ich noch nicht verstanden, glaube ich. So, wir sind auf Stahlreste gestoßen. Ja, geil. Achso, und Tiere, 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 Tiere. Erstmal darf der Affen natürlich auch nicht. Der soll vielleicht nicht kämpfen lernen. Aber folgen. Ich habe dem Ja, das darf ich gerne machen und angreifen. Ja, das ist angreifen. Ne, das ist doch ein Unterstützungsding, dachte ich. Training. Ach doch, angreifen, retten. Ist zu klein, das zu lernen. Ach, damit. Retten und Tragen kann er nicht lernen. Ähm, ich wollte aber hier die Tiere haben. So, und wir sollten, oh Gott, haben wir hier viele Jagd? Oh, Scheiße. Scheiße. Chinchilla, Pladipus, Ratten. Ratten kannst du mal jagen. Genauso wie Chinchillas, würde ich behaupten. Ein Schuss und direkt Bump. Geil. Ähm, brauchen wir jetzt natürlich eine, einen Schlachtplatz. Ich habe noch keinen, keinen Unterstand, deswegen packen wir ihn, glaube ich, einfach mal hier hin. Ähm, und wir brauchen nicht Produktion, sondern Temperatur ist, das glaube ich, eine Lagerfeuer. Aufgabe, Kreaturschlachten, wiederhole für immer. Wer ist für das Schlachten zuständig, eigentlich? Ist das nicht derjenige, der aus dem Kochen zuständig ist? Benpower müsste es sein. Hätte ich gedacht. Diskutieren Benpower über Straßenräume, wir diskutieren über Straßenräume, wie geht das denn? Wie haben wir denn darüber diskutiert? Ähm, wo war denn, vor den Türen? Nee. Da waren Türen. Und wir brauchen Möbel, zumindest hier, Hocker. So, nice. Rote Fleisch. Maus. Achso, das ist nicht ein Chitter, es war. Wurde hergestellt. Wer sind unsere, unsere Arbeiter, unser, unser Dingens? Kochen, Pflanzen, Nahkampf, Kunst, Soziales. Bist du am Konstruieren? Jo, Konstruieren, Prävisiere, Bau von Lagerfeuer. Das ist wichtig, und außerdem kann man mal Befehle geben zum Holzsacken hier. Wenn wir das Holz brauchen. Aufgabe, Aufgaben zu einfacher Mahlzeit, mal vier kochen. Wiederhole, bis du zehn hast. Zehn ist eine ganz gute Option. Arbeitest du? Entspann dich mit anderen. Okay. Was, Sono und Luma witzeln über das Fernsehen? Für welches Fernsehen witzelt denn ihr? Sono, kannst du das mal erklären? Für welches Fernsehen du dich mit Luma mal unterhalten hast? Ich sehe irgendwie kein Fernsehen. Okay. Okay. Über Kanonen. Über Kanonen kann ich euch eher verstehen. Und das Tragen von Zylindern. Ich glaube, der kommt nicht zum Bauen, weil er Kochen höher priorisiert hat. Nee, das macht er sogar noch. Halt, halt, halt. Ben, du solltest, glaube ich, nicht die Waldarbeit machen. Ich will das nicht so häufig. Weil du halt das echt magst, ne? Nee, das muss Luma mal machen. Waldarbeit. Jetzt müssen langsam alle pennen gehen. Lumi ist eigentlich einfach noch abends spät wach und hakt einfach bis in den Holz. Ja. Stimmt, wir haben doch die hier noch. Wir können doch noch... aber ist fully grown machen. Jean. Vielleicht soll ich mal hier wieder ausmachen. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Schlaf, schlaf, schlaf in meiner neuen Kolonie. in meiner neuen Kolonie. Schlaf, 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 in meiner neuen Kolonie. Ich glaube, ich werde dann hier eine Wand bauen müssen, um dann hier weiter das mit Räumen versehen zu können. Ich könnte meine Küche hier drüben hinbauen. Neben dem Gemeinschaftsraum. Moment, ist so nett, ist permanent am Jagen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Ich werde auch am Berg bauen. Machen wir Bergbau auf erst. Bitte. Kniebeugen. du bist aber gemein. Nachdem ich joggen war, jetzt noch Kniebeugen. Das ist aber echt fies. Ich habe doch heute schon eine Stunde Sport gemacht. Mit wem ich joggen war? Mit einem Kumpel aus der Schulzeit. War ich joggen. Ups, raus tappen, ist ja eine gute Idee. War mit einem Kumpel aus der Schulzeit joggen. Okay, und irgendjemand muss mal die Pflanzen die Feldarbeit priorisieren. Hier. Luma mal. Feldarbeit, let's go. Warum? Sonst habe ich bald kein Essen mehr, wenn die Feldarbeit hier nicht läuft. Da muss Lumi erstmal heranklotzen. Dann geht ihr mal wieder joggen. Du hast doch auch lange keinen Sport gemacht, bestimmt, oder? Kenn ich doch. Moment, wo bin ich denn eigentlich? Warum trage ich zuerst den Stahl? Na, fuck. Du hast gestern trainiert, nice. Moment, sollte ich nicht konstruieren, bauen. Och, scheiße, ist nicht braun, habe ich verpeilt. Wir haben es mir bitte priorisiert, dass wir hier mal einen Tisch haben. Dankeschön. Und Türen. Geil. Sehr, sehr nice. Dann können wir hier nämlich auch mal Mackel reinsetzen. Und dort können wir dann schon das erste Bett bauen. Die wollen meistens einen Nachttisch noch dazu haben und eine Kommode. Ups, wie kann ich die denn drehen? Ah, so kann ich Sachen drehen. Lumine hat gestern nämlich auch Sport gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch das schon erzählt hat, aber mir hat sie schon erzählt. Naja. Manchmal ist Lumine da auch sehr, sehr vorbildlich. Hat sich gestern von ganz alleine aufgerufen, um ein bisschen Sport zu machen. Die gute Dame. Dass der Tiger hier in der Nähe ist, ist für mich ein schwieriges Ding. Ehe von meinem Fleisch weg. Er wurde von meinem Fleisch weg, wach. Der Tiger hat das Fleisch weggefressen. Die Sauel. Ich muss den eigentlich jagen. Oder muss ich Sono sagen, Kriosiere jagen von Tiger. Der schießt aber weit. Sono, du bist echt ein guter Schütze. Du triffst das nämlich auch auf die Pfanne. Holy shit. Kriosiere jagen. Gut gemacht. Kann man jetzt nicht anders sagen. So, dürfte in zweieinhalb Tagen. Da geht noch ein Stück. Da geht noch ein Stück. Die Erdbeeren kommen langsam in Gang. Wir haben ein bisschen Reis, der schon anfängt zu wachsen. Lumi ist die erste, die aufsteht. Die letzte, die schlafen geht. Interessant. Aber sie muss sich auch an die Pflanzen kümmern. Und der Bauer ist immer derjenige, der am längsten wach bleibt und am frühesten aufstehen muss. Da bestimmen einfach die Pflanzen, was geht und was nicht. Verteidigung benötigt. Nicht abgesehen, soll sie das Verteidigung errichten, wenn die Sandsäcke oder fallen. Sicherheit. Hier, Barrikaden würde ich bauen. Wenn das okay ist und ausreicht. Sogar ein Tigerfell. Rottet, weil nicht überdacht und im Freien. Wir müssten durch irgendwie Dach drüber bauen. Das bedeutet aber, wo war denn das? Strukturen, ne? Hier, Säule. So. Ist sogar eine Säule, theoretisch. Und dann können wir hier Zone, gab es nicht eine Dachzone oder sowas? Arbeitsgebiet, Schnee, Schneeräum, Dach bauen, erweitern hier. Wenn kein Dach über Teakbaum bauen, dann muss man halt abreißen. Dann hier, Befehl, Holzsacken. Sowieso hier unten in der Gnach Holzsacken. Ich habe dir gerade ein bisschen über Billard erzählt, aber noch hast du es mitgekriegt? War ein guter Witz, ne? War so ein guter Witz. Oh, der wollte es zuerst, das. Ich werde erst mal die Säule bauen. Beste Witz ever, ne? Witz über Billard, ey. Hast du noch nie gehört, den Witz so gut war der Witz. Das Fernseher für Patienten. Patienten bei Laune zu halten, solltest du sie fernsehen lassen, während sie im Bett liegen. Okay. Funkanlage. Wie ein Konditioner aus dem Klicke mit der rechten Maustaste auf die Funkanlage um Kontakt mit einer anderen Fraktion aufzubauen. Ich habe keine Funkanlage. Orbitaler Handelsbarke bauen. Um Waren oder Silber an orbitale Händler zu versenden, musst du eine orbitale Handelsbarke bauen in der Nähe in den Lagerzonen erstellen. Aha. Okay. Haben wir die Hilfe weggemacht. Lumi arbeitet immer noch an unserem Erdbeer-Vorrat. So, nur ich muss mich mal ein bisschen zum Reinigen degradieren, weil alle anderen haben was Wichtiges zu tun. Das tut mir leid. Muss mich ein bisschen sauer machen hier. Weil das hier kann ich sagen, geht es hier darum, den Innenbereich. So, die Steine vielleicht auch mal tragen. Moment. So. Ja, jetzt machst du die richtige Stelle aber so, nur genau. Wo ist es geplant? Wir haben nicht genug Holz, ne? Wir müssen wieder Holz hackern. So, jetzt können wir das wähle Besitzer. Benpaar. Ich darf jetzt drin schlafen, weil ich habe schlechte Laune. Ich bin unser Bauer, ja? Bauer und Koch bin ich. Denn der darf zuerst drin schlafen. Ah, das ist ein bisschen die Frage, wie wollen wir jetzt hier noch einen Raum hin bauen, wir müssen hier eine Wand bauen, auf jeden Fall. Das geht nicht anders. Weil hier ist dann die so, dann muss ich hier eine Wand bauen. das bedeutet, Strukturen und Stahl, nee, Wand aus Holz sind schon so rum. Nachdem ich hier ein Abbau so viel gegeben habe. Kriege ich hier noch einen hin? Kann man auch wieder mit einer Wand bauen, ja? Kann man sich auch wieder eine Wand reinbauen. Ein Besucher, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Struktur, nein, Wand. Nee. Wand. So. Doch so, nur wieder weiterbauen. Ich bin am Kochen, jetzt brauche ich unsere Verteidigung weiter. Schick. Da gibt es, glaube ich, gar nichts zu tun. Dann kann Benta eigentlich die Waldarbeit weitermachen. Macht das, glaube ich, sogar, oder? Ah, nee, hier oben die Wände muss ich natürlich erstmal fertig bauen, klar. Hier rumlaufen ist ganz schön nervig, glaube ich. Äh, Besucher. Besucher, erster Bahn, zu kombinieren. Mit dem irgendwie handeln? Er ist unser Du schläfst nicht. Hast du bisschen sozial? Nope. Oder Fuchs, Späher, Bogenschütze, Kurzbogen, übel, gesund. Äh, haben wir einfach Besuch. Okay. Wenn er nichts macht, lassen wir den da, glaube ich, einfach. So, was machst du da eigentlich? So, dann spazieren wir noch ein bisschen draußen, draußen rum, ey. Merkwürdig. Hörst du mal auf, auf meinen Sachen zu essen, hier? Frechheit. Anfängiger Optimismus, richtig gemütlich, geräumige Umgebung, abscheuliges Schlafzimmer. Wenn er richtig gemütlich, abscheuliges Schlafzimmer, weil hier noch Sachen drin liegen, oder was? Unansehnliche Umgebung. Bin etwas irritiert. Lassen die Kolonie. Okay. Lassen sie nichts klauen, können sie es gerne tun. Entspannt sich. Ja gut. Entspannung muss ich leider zulassen. Sonst sind die zu unhappy, glaube ich. Sonst sind die Leute echt zu unhappy. Ich habe dir was über Spiele gesagt. Und Einbrecher. Über Spiele und Einbrecher haben wir uns unterhalten. Welche Spiele haben wir uns unterhalten? Was für ein Spiel würde man in der Apokalypse spielen? Fünf Finger Joe? Oh, neue Liebhaber. Lumama flirtet mit Benpa, indem sie eine Farbe über Pfefferkörner erzählte. Benpa fühlt sich davon angezogen, ist jetzt mit Lumama zusammen. Lumama und Benpa wollen nun zusammen schlafen. Warum ist das eigentlich frei? Achso, weil die hier sind... Ja, so und dann darfst du das, glaube ich, benutzen. Moment, dann mache ich den Befehl hier abbrechen. Dann wirst du halt hier so neu zuweisen. Du wirst jetzt drinnen schlafen, weil die anderen draußen schlafen wollen. Oh, das ist das Quatsch. Ich darf es direkt wieder montieren. Ups. Nicht so. So. Da habe ich ein Quatschbefehl noch drin gelassen. Shit. Wollte erst überlegen, ob ich das hier größer mache, aber das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ich muss ja hier ein neues Zimmer einziehen. So, dann müssen wir hier Möbel, Doppelbett. Und entsprechend braucht man Nachttisch. Aber wir können hier keine Kommode mehr reinschieben. Doch, ich glaube, hier in der Ecke kann ich eine Kommode machen. Können die Charaktere über Fackeln drüber gehen, ist dann die Frage. Ich glaube, ich plane mal hier hinten das sogar noch um. Tatsächlich das hier. Wir erweitern hier den Raum ein bisschen, dass man hier das besser bauen kann für zwei Leute. Weil die mehr Platz haben. Können wir aber auch hier das, glaube ich, anders machen. Abbauen, wenn wir das hier reinbauen wollen. Dammit! Geht einfach nicht hier rein. Ne, das ist auch nicht der der Clou. So. Drei mal vier. Sollen wir hier oben wieder Wände bauen. Geht das? Zählt das? Ist das nicht verbunden? Bin ich mir nicht ganz sicher. Hm. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen die Frage. Hier oben nochmal in, 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 in unseren Gemeinschaftsraum. Hier würde ich die Küche hin machen, ja. Also sprich auch die Tiere und Kühlschrank und sowas in dem Bereich. Ob wir nochmal irgendwo einen, einen Herstellungsraum machen oder wir einfach hier dran bauen. Wahrscheinlich bauen wir einfach dran. Weil so viel Platz haben wir eh nicht im, im Felsen. Aber hier verliehen halt wirklich viel Raum. Kann ich aber ein bisschen größer machen, ich guess. hier nochmal ein Doppelzimmer für zwei Personen. Würde ich behaupten. Er kann so nur einiges an Dingens noch machen. Moment, die hier oben will ich nicht tragen. Kann ich näher ranzoomen. Die will ich tragen. Das tragen ist okay. Verrückter Affe. Menschenjäger. Nein, du bist doch nahe Kämpferin, ne? Perfekt. Verhandelt. Ach, ich hab keinen Krankenbett, war. Kampfmodus beenden. Wer ist denn mein Arzt? 12. 10. Luma mal selber Arzt. Muss Benpaar. Benpaar, kannst du dich... Das ist ihre Behandlung von Luma mal, bitte. Das geht ja gar nicht. Frisch verrottet beim Freien. Priorisiere tragen von Affe. Es ist nämlich wieder ein... Konsumiere? Ne. Priorisiere schlachten. Was macht der denn jetzt? Achso, der trägt das. Oh, da sind die Q rein. Wenn er eh schon da ist, kann er danach direkt schlachten. Ja, bei Regen draußen geschlachtet. So sauber ist mein... meine Küche bisher noch. Moment, da können wir mal kurz, dass wir hinten den Gang weiterbauen, abbrechen. Okay. Ich weiß nicht, über welches Fernsehen die immer reden. Fernsehen gibt's nicht. Fernsehen existiert doch einfach gar nicht. So, das haben wir noch nie gehört, dass Fernsehen existiert. Lumi, Luhama ist vollständig geheilt. Sehr schön. Müssen wir kurz ernten von Perle machen. Ich glaube, solche Szenarios gehen endlos. Wobei ist es nur, wenn... wenn alle sterben von den Kolonisten. Was halt passieren kann. Die tat vielleicht nicht mal mit. Da haben wir noch ein bisschen Fleisch und Leder for free. Also ne, ist eigentlich nicht vorbei. Du kannst das unendlich spielen und kannst auch mit der Zeit mehr Kolonisten bekommen und sowas. Es geht darum, eigentlich zu überleben, möglichst lange und später mehr Technologie zu erforschen und bessere Waffen und sowas zu haben. Doch, das gibt's tatsächlich. Es gibt eine Quest, dass du von dem Planeten mit der fliehen musst. Das gibt's sogar, aber das habe ich noch nie erreicht. Doch, sowas gibt's. Du kannst später in der Rakete bauen und ins All fliegen. Wobei ich nicht genau weiß, ob es dann vorbei ist oder ob du einfach einen neuen Planeten suchen kannst mit den gleichen Leuten, die halt dann richtig gut geskillt sind oder so. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, jetzt wollen wir hier hinten irgendwo einen Kühlschrank bauen. Oh. Oh no. In dem Bereich darf ich hier nix planen. Oh no. Ach, kacke. Das heißt, wir müssen den Kühlschrank hier bauen. So. I guess. Können wir vielleicht vier machen. Dann können wir hier den Kühlaggregat oder hier den Kühlaggregat reinbauen. So, dann brauchen wir Platz. Oh, wir haben hier keinen Raum mehr. Also, ich muss Planen entfernen machen. Ich muss mir hier einen zurückgehen. Dann ist der Plan hier davor Küche zu bauen. Wo halt geschlachtet wird und sowas. Und gekocht. Das ist aber relativ wenig Platz für Nahrungsmittel. Wenn wir glaube ich dann hier das noch mit einbauen müssen. Warum haben wir hier eine Steinwand? Ich würde sogar sagen eine Doppelsteinwand. Wir lassen erstmal hier oben das zu Ende machen. Oh, ich sehe gerade, er wird das hier anfangen wollen. Weil das hier erreichbar ist. Das ist erreichbar. Blumi ist wieder mitten in der Nacht am, wie spiel ist es denn? Drei Uhr früh ist sie einfach mal am Bäume fällen. Finde ich geil. Blumi, das passt sehr gut zu ihr. Drei Uhr früh Zeitbäume zu fällen. Aber wir können dann hier glaube ich noch ein bisschen größer machen für den Gemeinschaftsraum, weil wir hier unten den Platz sowieso haben. Halt. Nicht nach außen bauen. So. Dann haben wir zumindest ein bisschen Raumnutzung noch. Wir wollen mal die Türen einbauen, und entsprechen natürlich auch hier jetzt Doppelbett rein. Ah, jetzt haben wir hier schon drin. Entsprechend hier ein Bett aus Holz, ein Nachttisch aus Holz und eine Kommode aus Holz. So, Blumentopf kann man noch bauen. Wir können auch hier einen Blumentopf noch reinbauen. Für die Hübschigkeit. Für die Leute sind die Leute nämlich fröhlicher, wenn sie Blumentöpfe kriegen. Oh. Oh oh. Das könnte schwierig werden. Dono? Der ist mir zu nah dran. Ich küße deine Augen. Einfach die Schlange geplättet. Wobei ich vielleicht durch deine Augen lieber nicht küssen, dann triffst du nicht mehr. Stop it. das ist mir da drüben auch noch. Das können wir wieder wegtragen, bitte. Sona beleidigt. Und wir haben uns über das Kotzen unterhalten, by the way. Scherzen über freundliche Drescher. Okay, anscheinend ist das so ein Ding zwischen euch. Ihr macht das einfach. Redet negativ über das Pflichtbewusstsein von Sonos Neffen. Ja, Lumi zahlt es einfach direkt zurück. Und die Zubereitung von Pfeffer ist ein bisschen weird, über was ihr euch unterhaltet. Haben wir hier eigentlich Tiere, die wir vielleicht behalten wollen? Lemuren geben nix, ne? Platypus, Chinchilla, Ratte, Schildkröte, Mandrill, das sind halt einfach Affen. Kausur, da gibt es glaube ich nix, ne? Ernährung. Mit einem hellleuchtend Federkleid, auch wenn er unerschön aussieht, sollte man seinem Tritt möglichst im Weg gehen. Er ist bekannt dafür, schnell aggressiv zu werden, wenn er verletzt wird oder von unfähigen Zierthemen konfrontiert wird. Markbett 200. Tapir, Panther, Gorilla, 20%. Nashorn, Elefant, yo. Ich habe hier tatsächlich keine Nutztiere drauf. Das ist nicht ganz so geil. Wobei die vielleicht Eier geben, dachte ich so. Hier, Fortschritt Ei, ja, ja, die geben Eier. Würdest du halt weile bleiben, schlägt Sono vor, dass deine Fraktion einen Namen geben solltest. Sono, was schlägst denn vor, wie unsere Fraktion und wie unsere Siedlung heißen sollte? Was wäre, was wäre denn dein Vorschlag? Wenn du schon behauptest, du hier, du schlägst vor. Muss aber auch mit einem Vorschlag kommen, nicht bloß hier, lass mal benennen und dann so. Weiß aber nicht wie. Keine Ahnung, wie das geht. Bin unkreativ. Siedlung der Verstoßenen. Ich warte auf Sonos Vorschlag, du bist unkreativ, habe ich dich jetzt am Sonntagmorgen gefordert. Siedlung der Verstoßenen ist ein Anfang. Ich würde mir mal ein bisschen was griffigeres wünschen. Also es wäre auch dann ja bloß, wie die Siedlung heißen soll. Wir brauchen noch einen Fraktionsnamen in irgendeiner Form, also wie unsere gesamte Fraktion heißen soll. Wollen wir das auf Englisch machen? Program Clue. Ich habe, also mal kurz zur Erklärung, wenn ich raus tappe, ich mache mal die Bildschirmaufnahme, wenn ich raus tappe, gehe ich hier hin und mache Generate Random Words. Program Clue. Clue geht glaube ich nicht so gut. Was war denn Clue? Was ist denn die Übersetzung? Ich habe das Problem, dass ich manchmal Sachen einfach so verstehe. Hinweis. Hm. Programmhinweis. Könnte unsere Aktion heißen. Und dann wäre die Siedlung vielleicht das Übertragungszentrum. Das finde ich tatsächlich lustig. Slap Spray. Ja, ich glaube, ich würde den Programmhinweis nehmen. So. Wobei das nichts mit einer Siedlung zu tun hat. Das ist vielleicht Quatsch. Das ist einfach nur lustig, aber es ist gar nicht Quatsch. Hm. Wollen wir das nach irgendwelchen Städten benennen? Wird of Types. Wird of Types. Mal Nouns. Mal hier Nouns. Solution Moment. Siedlung heißt Österreich. Wow. Lösungs Moment. Du willst also Österreich haben. Dann muss ich glaube ich schnell umziehen. Österreich ist doch aber eher eine Fraktion als als der Siedlung. Also als Ernsthaft Wahl. Sind die Habsburger. Na gut. Also Sone, ich habe jetzt deins ein bisschen außen vor gelassen, weil halt hier dabei steht äh Jean, ich habe deins außen vor gelassen, weil hier steht, dass Sone vorschlägt und wir müssen jetzt mit seiner Unkreativität leben. Äh, könnt ihr das bitte schnell unterbringen? Sone trägt nicht, oder? Der Plan ist eh gleich dead, wenn die Piraten kommen. Ach, Quatsch. So heftige Piraten kommen nicht. Oh. Äh, der ist glaube ich schon tot seit weniger als einem Tag verrottend. Der ist richtig hautweg verrottet schon. So wie der aussieht. Wenn der so rot aussieht, dann sollte man ihn nicht mehr nehmen. Ein Gorilla wurde zahm. Ich habe doch gar keine Gorillas gezähmt. Awesome. Awesome. Beschützen, angreifen, retten, tragen. Gorillas sind glaube ich ziemlich, ziemlich geile Unterstützungstiere. Geil. Muss ich nur langsam, ähm, Zonen einrichten. Für Tiere. Ähm, hier Arbeitsgebiete, Gebiete verwalten. Ähm, neues Gebiet. Gebiet umbenennen. Wir brauchen mal eine Safe Zone. Und Tiere. So, Arbeitsgebiet erweitern, Tiere. Wir müssen denen aber das Lager mit reinnehmen, sonst können die nicht essen. Moment. Tiere, das sollen die nicht haben. So, Tiere. Und hier natürlich jede Menge Platz, ne. Also hier dürfen sie gerne überall hinlaufen. Das ist mir ziemlich Wumpe. So, nur nicht hier rein in das Rennen. So. Also hier dürfen sie gerne überall sein. mir sehr, sehr egal. So, und wir wollen Arbeitsgebiete erweitern. Safe Zone. Die Safe Zone ist alles hier drin. Würde ich jetzt mal sagen. Nehmen wir schon mal hier die zukünftigen Räume mit rein. Würde ich nicht so viel erweitern müssen. So, ja, vielleicht würde ich die Safe Zone auch das hier noch reinnehmen. So. Achso, ich muss das aber natürlich noch zuordnen. Und zwar, Gorilla soll im Tieregebiet sein. Der gute Mann. Und der Affe eigentlich auch. Der Affe muss nicht mit reinkommen. So, dann läuft er nämlich raus. Sehr gut. Blumenmarsung wieder für Holznachschub. Auch gut. Dann können wir weiter bauen. Werden paar baut nun leider gar nicht weiter. Hallo Anna. Habe ich gerade wirklich Werbung für Aldi Gaming gesehen? Kann durchaus sein. Aldi ist eine der Sponsoren einer der größten deutschen League of Legends Streamer zum Beispiel. Also, Aldi baut da wirklich viel, viel Social Media Präsenz auf. So, das hier kann ich übrigens mal Benpa und Luma mal, damit die mal hier drin schlafen können. Aber Sono müsste dann mal ... Wo trägt er den jetzt? Ähm, könntest du das hier? Ach, dammit. Demontieren wir das erstmal. Deswegen macht das nicht. Habe ich schon gewundert. Jetzt kann das aber. Sono priorisiere Abbau. Also, Aldi Gaming ist übrigens auch da drin. Der League of Legends Streamer ist No Way for You Sir. Hat im Durchschnitt glaube ich 10.000 bis 13.000 Zuschauer wenn er streamt. Der ist auch saugut in League of Legends aber der ist immer schon ein bisschen neidisch. Ich glaube für ihn war übrigens der ausschlaggebende Punkt warum er Aldi Gaming als Sponsor genommen hat weil Aldi Dingens hat Flammkuchen und die Flammkuchen wohl der ist so sein sein Markenzeichen ist ein bisschen dicker und Flammkuchen ist so dein Jam So jetzt kann man das hier in die Ecke montieren und außerdem können wir den Fägelchen reinbauen und ein Blumentopf mit hier das Schlafzimmer schön ist jetzt schlafen alle Sono Luma und Ben paar schlafen da aber wir hätten jetzt Platz für noch einen weiteren Leute ich könnte jemanden aufnehmen ich könnte jemanden aufnehmen wie wärs wer will in meiner Siedlung leben na so wir sollten übrigens mal was bauen für Entspannung fällt mir gerade so auf hier Hufeisen zum Beispiel werden uns bald Riot gehen oder einen Schachtisch können wir hier oben reinstellen zusammen mit vielleicht dann doch mal im Stuhl Aluma Mars die dafür sorgt dass die Gorillas zahm werden weil ich glaube ich du kannst du aber fressen liegen lassen und sowas das nehmen die dann und werden dann langsam zahm weil dich dran gewöhnen ich mag es Aldi nicht ein nahrungsmittelvergiftung einfacher maz verschmutzter Kochbereich ach dammit ich habe eine nahrungsmittelvergiftung bekommen das kann ja heiter werden da kotze ich nämlich überall hin lecker immer der größte reinfall ich habe nicht gesagt dass Aldi die größte Qualität bietet moment sono auch sono kotzt ja auch starke schmerzen moment körper lebensmittelvergiftung stark oh shit ja lebensmittelvergiftung leicht er hat so eine stunde du hast eine starke lebensmittelvergiftung oh shit da würde ich ja nicht weiter essen wenn es mir so gehen würde ich würde vielleicht erstmal kurz warten das übrigens jetzt mal wieder demontieren glaube ich haben genug Platz jetzt drin okay das vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Holz vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Holz ich meditiere das ist auch erholung na gut ich meditiere in der dunkelheit klar cool und kurz erstmal vor die tür scheiße scheiße du Mama muss mal sauber machen wenn die beiden Kerle rumkotzen wo ist denn unsere Heimatzone jetzt hier ein bisschen zu groß geraten muss ich mal so sagen und hier eigentlich auch schon so wenn irgendwas teures bei Aldi in der Werbung ist Beispiel letzte Woche waren Trampolinen in der Werbung extra die 20 Jahre alte Rutsche aus unserem Garten abgerissen dass du das Trampolin hinpasst und bei Aldi wieder so wie jedes Mal das konnte nicht geliefert werden ich würde es erst kaufen und dann abreißen das würde glaube ich viel helfen Überfall das Raserfolg da kommt einer mit einem Messer ein nackter mit einem Messer Moment Fuchs war Fuchs nicht der Typ der uns ausspioniert aber der hatte doch einen Bogen und es war ewig weit weg ich würde sagen wir können später hier noch was rein bauen haben wir halt zwei Bereiche die wir zusammen bauen also der nicht mag klaus hat meine mam jetzt ein trampolin auf amazon bestellt dann ist das ich könnte aber mal übrigens einen schlafplatz für Tiere bauen dann ist das wohl so aber ich finde es jetzt nicht so schlimm dass Sachen einfach mal nicht geliefert werden können vor allem man halt schon weiß dass das häufiger so ist oh gott das krokodil hat hier hart gewütet war der bringt auch eier ob ich die eier ausbrüten kann für weitere krokodile oh der ist gekillt worden wahrscheinlich vom krokodil war tot seit zwei tagen ungekühlt frisch verdirbt in 13 stunden ja das kriege ich nicht merken glaube ich das zu holen und zu schlachten rechtzeitig hat Luma mal sauber gemacht ja Luma hat überall mal sauber gemacht sehr schön wir können wir hier wieder auf zwei stellen kann Luma mal andere dinge tun starten ihren angriff achso ich habe weil ich so starke schmerzen habe bin ich super langsam so wo sind sie da sind die kommen halt mit dem messer ich habe schusswaffen bist du schon Kopfschuss abgekriegt so nur ist einfach unser sniper par excellence der schießt auf entfernungen wir haben so ein freies ding wir könnten das ja einfach für gefangene machen so jetzt das retten und ben par im fuchs gefangen auch wer jemand schicken soll so wenn du den gefangen bist schneller das dauert sonst eine weile das können wir erlauben können wir nur vorstellen dass die dann immer nur zwei bis drei dinge davon geliefert bekommen und das kann schon vorher unter den mitarbeitern verschachern ja das ist häufig gerade der fall das korrekt wenn du was unsere ärztin war medizin zwölf genau priorisiere behandeln von fuchs du musst dann auch mal lumi du musst jetzt mal mit der nacht jemanden behandeln das kann schon sein aber ich kaufe fast nie bei aldi ein und wenn ich bei aldi einkaufe ist das typische supermarktsache und da denke ich mal so spannend dass du ein problem mit einem zusammenbruch hast habe ich mir fast gedacht weil du hast immer noch eine nahrungsmittelvergiftung wir werden hier mal abbauen müssen außerdem werden wir das hier brechen ach das ist nur geplant ne ich bin ein voll idiot entsprechend planen wir das mal so planen und dann können wir die planung hier entfernen moment die planung entfernen können nämlich hier unsere köche aufbauen die wir anscheinend brauchen weil es zu schmutzig wird sonst so fuchs erholt sich ist das eine dame kann die irgendwas die kann konstruktion ganz gut fernkampf nahkampf pflanzen ist die insane geil hoffentlich können wir die für uns für uns gewinnen habe ich schon irgendjemanden aufsehen ist lumama dran als aufseherin ist lumama gewählt kann ich sagen sagen ich soll einfach schlafen gehen kann ich nicht ne ist natürlich blöd aber wir haben das auch nicht gebaut wir haben doch eigentlich jede menge holz wenn paar baut nicht mehr seitdem er schmerzen hat das ist ja blöd da sind jede menge sachen fertig zu bauen ohne geht es inzwischen wieder gut inzwischen habe ich eine starke lebensmittelvergiftung so ist es durch aber meine ist inzwischen starker geworden von leicht auf stark ich mit meinem Asthma Lumama kann sie übrigens mal auf Selbstversorgung stellen hier die kann auch sich selbst behandeln so da kommt die nächste Reislieferung jawohl unser Essen ist erstmal gesichert ne ganze Weile du holst dich einfach wahr Holung ja Gesundheit ist halt ziemlich niedrig Blutverlust Hals Repetiergewehrschuss rechtes Ohr rechtes Ohr Oberkörper Meteoritenschauer Golderz yo what das ist richtig wert wenn wir einen Händler kriegen das müssen wir eigentlich direkt abbauen und sichern gibt es sogar Silbererz Kalkstein Silbererz Golderz das wäre zum Handeln richtig geil das hat nur Arsch weit weg muss so echt weit laufen und jetzt macht er erstmal den Raum Zumindest dort mal ein ordentliches ordentliches Zeug rein hier Küchen Gerät reinbauen können und nicht immer auf dem Lagerfeuer draußen umjuckeln müssen wir haben mal Dringe tragen aber keiner von unseren Leuten kümmert sich bis jetzt um die Tiere Tierpflege ist halt so nur aber ist halt entweder am reinigen und transportieren oder am am bergbauen wir müssen natürlich erstmal hier den Raum frei machen Äffchen bitte nicht mein Essen was ich gerade oh shit ich habe aufs Essen gekotzt ich habe beim Kochen aufs Essen gekotzt nooo da kann immer jemand anderes kochen außer ich du Mama kann kochen da muss Luma mal kochen dann als nächstes ich kotze halt nur durch die Gegend what the fuck ich weiß nicht ob ich das behandeln kann eine Lebensmittelvergiftung oder ob die einfach weggeht mit der Zeit aber keine gute Strategie dagegen ehrlich gesagt ist jetzt direkt das nächste gibt der ok du gibst ihr was wenn Benpa ist am ist sogar nicht am Aufsehen ja verschmutzte Kochbereich fuchs hat auch eine Nahrungsmittelvergiftung ja geil kann man das behandeln präusilreinigen vom blut ich brauche freundliche chirurgen aber das ist hier wieder so das gefällt mir gar nicht dass der hier in der Nähe ist kann ich den zähmen will ich den zähmen ich glaube ich habe kein kein fleisch um den zu zähmen ich bräuchte rohes fleisch um den zu zähmen so wir wollen aber hier bei der produktion schlachtbank wollen wir bauen und wir brauchen eigentlich schon elektrizität strom da können wir da können wir eine windturbine bauen oh hier hin das können wir sogar machen dann könnten wir statt dem könnten wir einen elektrischen herd bauen wir brauchen natürlich noch ja sitzgelegenheiten hätte ich jetzt lieber hier oben hinbauen sollen keine ahnung hätte ich nämlich irgendwie noch einen lagerplatz für schlacht sachen machen können hat bender jetzt mal ein bisschen was fertig gebaut ne ne der ist nur am kochen aktuell weil ich ja boah jetzt habe ich wieder zwölf nahrung aber die wird wieder weggefuttert bis er wieder dran ist inzwischen habe ich aber keine vergiftung mehr sehr gut das geht aus meiner zeit einfach wieder weg kann ich aber nur abwarten anscheinend beschleunigen wir ein bisschen so nur futtert jetzt natürlich wieder die sachen weg abwechslungsreiche entspannung benötigt ähm nicht baldwin wusste doch dass es Probleme geben würde scheiße jaguar okay ich könnte den jetzt sogar retten äh erlauben ähm präsire tragen tot haustier baldwin war an sono gebunden dass wir die stimmung von sono beeinflussen sono dein denn affe ist gestorben nein ja jaguar rächt sich ist egal präsire behandeln von jaguar wird er dann zahm oder greift er mich wieder an der wird nicht mal zahm die sau friss aber nächsten ach du bist ein scheiß typ du bist ein scheiß typi ist du habe ich gesagt so jetzt ist luma mal am kochen wenn ben hoffentlich mal was anderes machen kann als kochen wir brauchen übrigens dann hier auch bei strom noch strom kabel und eine batterie eigentlich die haben wir auch noch nicht wir brauchen hier strom kabel das heißt wir müssen hier eine andere wand hin bauen auch strukturen und ich brauche eine tür natürlich auch hier brauche sogar hier hinten noch eine tür ich hätte vielleicht nicht so am Rand bauen sollen das ist wohl keine so gute idee so wir können aber bei der produktion noch was anderes machen wir kamen schlachtbank steinmetzwerkbank die bauen wir auch noch steinmetzwerkbank im freien direkt die Geschwindigkeit beim freien was also weil hier jetzt ein durchbruch ist naja ok er ist wieder dead hm wo ist luma mal luma ist da vielleicht vielleicht wird diesmal zahm kann wieder laufen ok die Einzelgänger kann wieder laufen ich kann sie mal eigentlich die Fackel bauen bitte damit wir immer ein bisschen Licht in eurem Bude rein kriegen das ist ja abartig so sagen wir hier auch wenigstens mal ein bisschen Abwechslung mit dem Schachttisch können die Leute hoffentlich mal Grip Affe ja können die Leute hoffentlich mal sich ein bisschen cooler entspannen ist aber jetzt auf Cm ist aber jetzt auf Cm gestellt genau ist auf Cm gestellt Pflanzen entfernen wähle ähnliches ich wollte eigentlich noch so ein Ding bauen ich wollte eigentlich noch so ein Ding bauen hier da rein wie sind dein Bedürfnis eigentlich sehr niedrige Erwartungen luxuriös gemütlich in Hitze geschlafen okay ich muss langsam an an Kühlgeräte denken ja Temperatur passive Kühlung wir wenigstens das schon mal ein bisschen voranbringen Großhänder die Albo Albosenfamilie Verwandtschaft Liebhaber von Bücherin Fuchs oh die Karawane Fraktion die Albo nähert sich sie sind Großhänder sie werden ein paar Tage in der Kolonienverwaltung bevor sie weit sind du kannst sie auch angreifen allerdings würde ich nicht aufmerksam auf ärgern in der angekommen Besucher kommen Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen Händler Ehenem Liebhaber von Bücherin Fuchs okay wir hatten unsere Social Skill hier 7,9 nope das gar kein jo du bist also Wahnsinn was haben die denn die haben Hündchen 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 und ein Alpaka Alpaka gibt Wolle ne das ist eigentlich ganz geil Stoff hier habe ich meine Leder Schweineleder Echsenleder dünnes Leder wilde Biest Pelt what the heck Chinchilla Fell heute Medizin Holz Parker 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 Kriegsmaske aus Holz exzellent Fuchs Einzelgängerin die darf ich äh nicht verkaufen Händler würde ich diese Wache nicht kaufen Probe Torchbett das ist um Sachen anzuzünden also verkaufen also verkaufen kann ich Überlebensrationen Affenfleisch mhm Eis Bauteile dünnes Leder Kräutermedizin ne kann ich nicht mehr ich habe keine Kräutermedizin mehr Chinchilla Fell vielleicht genau eine Kräutermedizin das ist ja kacke Chinchilla Fell kann ich aber komplett verkaufen da habe ich 112 plus weiß nicht ob ich hier einen Hund kaufen will Hunde bringt halt nicht so viel aber ich würde eigentlich gerne einen Alpaka kaufen denke ich und da das Waffenfleisch mir eh verrotten wird kann ich das den auch verkaufen weil ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel wenn ich habe hier noch jede Menge Reis das sind also noch mindestens neun Rationen die ich herstellen kann ich kriege auch auch hier liegt noch mehr rum ja 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 akzeptieren so das heißt natürlich natürlich äh Alpaka mal Training beschützen ne das muss nicht trainiert werden aber es soll bitte auch in die Tiere Tierzone so sonst haben wir das nämlich nicht mehr draußen stehen das muss man wegräumen natürlich Ben passt wieder oben auf und kann wieder ordentlich ran klotzen wir haben leider hier immer noch ein jetzt ein Elektro oh was Risiko ist einfach schwer Sono was ist mit deinen Bedürfnissen ach dein Haus ach ja dein Haustier ist gestorben das ist immer ein übelster Minuspunkt verschwitzt abscheuliges Schlafzimmer unansehnliche Umgebung zurückgewiesen von Luma Sono hör auf mit Lumi zu flirten gehst du schon mit jemandem zusammen Dänen sie über Tiere Sono, Sono Luma und Sono witzen über Musik US ungebunden versus Habsburger eine Schuss an ein Körperteil rechts das Hinterbein dies Jaguar-Kraft achso das ist Kampf Habsburger das Ratserfolg okay Luma beleidigt die Familie von Sono und von so jemand willst du zusammen sein? The fuck? Sono ich verstehe die nicht ja das ist wahrscheinlich immer noch so ne wa? naja kommt jetzt immer wieder ähm wir müssen mal tatsächlich wieder hier Luma mal sauber machen auf gehts bitte Feuer oh oh ähm Feuerwehr eigentlich irgendwo hier Feuerwehr jo du mal mal ein Ben-Paar ohne verweigert das uff das ist hier ein Fehler an elektrischen Leitungen hat zu einem Kurzschluss geführt ein Brand ach ich hab noch nicht mal nen fünf Minuten diese Elektrizität und schon gibts dadurch nen Brand ist doch ne Katastrophe ist doch ne Katastrophe ey so ein Mist aber du bist jetzt die ganze Zeit mit Pflanzen beschäftigt war Pressattacke Sono ja dann gehts dir hoffentlich besser dann gehts dir hoffentlich besser frisst dich und so vorrät dies geschah aufgrund der schlechter Laune aus dem Faktor war mein Haustier starb ja das sei dir gegönnt hoffentlich kriegst du hier nicht noch ne Lebensmittelvergiftung dadurch dafür dass du dich durch unsere Vorräte frisst machst du aber grad nen ganz entspannten Eindruck ehrlich gesagt das ist ganz geil frisst dich unsere Vorräte ja oder auch nicht vielleicht haben wir einfach keine Vorräte doch wir haben zehn Nahrung zehn Nahrungsrationen jetzt haben wir noch neun das können wir aber eigentlich hier Aufgaben ähm leckere Mahlzeit kochen koche eine Ausgebung von verschiedenen Pflanzen und Fleischsorten da brauche ich immer Pflanzen und Fleisch eine leckere Mahlzeit Arbeitsaufwand acht typige Mahlzeit kochen koche eine deftige Mahlzeit aus verschiedenen Pflanzen und Fleisch und allerdings werden dabei viele der Zutaten verschwendet ja dann würde ich mal sagen leckere Mahlzeit kochen wiederhole bis du X hast zehn so und einfache Mahlzeit kochen wiederhole bis du X hast fünf so und dann können wir aber hier beim Lagerfeuer die Aufgabe wegnehmen Waffe verbrennen Kleidung verbrennen Drogen verbrennen dafür behalte ich es mal noch so jetzt futtert er halt wirklich durch so nun wir erst mal wieder mit Tierzähmen anstatt dich da durch zu futtern jetzt habe ich schon drei Nahrungsdinges gegessen Nahrungsration drei Mahlzeiten weggefuttert jetzt habe ich sogar sauber oh auf geht's wir sollten wahrscheinlich mal anfangen inzwischen die Böden hier Holzböden in die Räume zumindest zu machen die wir häufiger benutzen es wird sonst problematisch werden glaube ich oh what no 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 nicht da Boden hin machen Besuchergruppe eine Gruppe der Fraktion die Empire of Town besucht die Kolonie sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu machen ja das ist natürlich wir sind wir nicht dazu gekommen unsere Gold abzubauen leider Gottes haben wir noch zwei aber wir kochen jetzt auch mal einzeln ne ist vielleicht nicht ganz so smart einfach im Moment Aufgabe hinzufügen einfache Mahlzeit mal vier kochen bis du fünf hast bei der leckeren Mahlzeit ist es glaube ich wichtiger weil dann wollen wir das Fleisch immer was wir gerade haben vor verarbeiten so nun hör auf zu futtern wir haben gleich kein kein Essen mehr er futtert weiter und weiter und weiter erschöpfte Kolonist ja dann geh doch schlafen und hör auf zu fressen Solo wenn du erschöpft bist so Luhmama war die mit den sozialen ne Handler Messer aus Stahl übel ohnehin darf ich das verkaufen das Messer wir haben hier Wein Kräutermedizin Pemmikan Kurzbogen mal ein bisschen Geld rein ist aber eh übrig Buchs ist vollständig achso ich kann bei der übrigens mal was war hier Gefängnis wir wollen sie rekrutieren Gefängnisausbildung für 60 Tage Sklavenpreis 1020 beziehungsweise freilassen nichts Rekrutierungschancen 30% Rekrutierungsgeschwindigkeit 84% Reduziere Widerstand Reduziere Widerstand ich weiß nicht was besser ist Reduziere Widerstand oder Rekrutieren erstmal reduziere Widerstand wahrscheinlich ich glaube hier geht es auch relativ gut ne richtig gemütlich aber verschwitzt ja gut das ist das könnte ein bisschen daran liegen dass mein Benpa irgendwie nicht mehr konstruiert Geschenk von Dambo of Town Rufoxt geil Ach Benpa ist jetzt am sauber machen die ganze Zeit war aber hier muss noch sauber gemacht werden das ist notwendig gerade wenn wir hier kochen ist das notwendig und wir wollen außerdem eine Lagerzone hier aufbauen aus Deutsch Space die nichts Verrottenes erlaubt nichts hergestelltes Objekte Rohstoffe Waffen Kleidung Konstruktion Leichen auch nicht Leichen vielleicht mache ich das hier nochmal anders die Leichen könnte ich irgendwie hier daneben pappen da sollten auch nie so viele gleichzeitig existieren so und wir wollen und wir wollen kann es glaube ich mal so bauen so und außerdem haben wir hier halt eine Abfallzone nennt sich das ne Moment Moment so in dem wir bei allen das gleiche machen ach ich darf es nicht gleichzeitig machen dammit so erlaube frisches verrottendes keine Nahrung Brockenleichen so die sind nur dafür nur für frisches Leichen nur für frische Leichen das bedeutet natürlich dass hier draußen dann keine frischen Leichen mehr drin sein dürfen und hier darf entspricht noch keine Nahrung mehr drin sein ne die muss dann hier hinten reingepackt werden weil wir ganz schön häufig durch die Küche laufen brauchen glaube ich hier noch einen Nebeneingang ähm damit hier rein geliefert werden kann wenn man nicht hier rumlaufen muss da darf man gerade noch einen Eingang machen so Benpa hat sauber gemacht was macht ein Sono eigentlich jetzt permanent permanent ist einfache Mahlzeit du bist ne du solltest eigentlich nicht mehr am durchfressen sein auch wenn du so aussiehst ach du trägst jetzt ne immer am Eisen tragen du trägst die Sachen hin und her das muss halt mal sortiert werden das ist leider so weichere jo das Metall muss halt aus dem Bereich raus Moment jetzt bin ich am oh jetzt bin ich am Meinen das ist heute ewig ich dachte eigentlich können wir mich irgendwo um die Böden dass ich dort die Ecke baue naja im wenigstens habe ich direkt weggeräumt den Brocken der da kam Moment 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 kannst du bitte das jetzt auch kein Material Holz wo ist denn unser ganzes Holz hin äh wir hatten doch irgendwie 400 Holz WTF jetzt habe ich nicht realisiert dass wir kein Holz mehr haben ja Holzhacken I guess auf geht's auf geht's du mal maß am Pflanzen machen du musst holzhacken und ich wundere mich warum hier nix passiert äh Moment und ich wundere mich warum hier nix passiert äh Moment bergbau bergbau sono feld feld arbeit äh wald arbeit ich bin ohne wie das kacke Uiuiuiuiuiuiui das kann ja heiter werden In Lumi unsere Einzige ist, die sich gut um das Feld kümmern kann. Inspirierte Zähmung, Sono. Egal, wenig Zähme. Oh, 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 Moment. Was hat er hier noch irgendwo hin? Wo ist denn der hin? Ich wollte hier... Oh, ich könnte ein Alligator zähmen. Wir könnten Alligator reiten, weil das auf jeden Fall garantiert richtig ist. Sono, willst du ein Alligator-Tierchen haben? Und wenn ja, Weibchen oder Männchen? Sind beide blau. Oh, du baust hier gerade das Gold ab. Das ist natürlich auch ganz geil. Ein Männchen? Ist das das Männchen? Ähm... Alligator... Männchen, jo. Zähmen. Ah, wir brauchen aber dafür erstmal... Wir brauchen dafür erstmal Fleisch. Äh, erlauben. Präosier tragen von Tapir. Wir brauchen kurz ein bisschen Fleisch, dann kannst du ein Alligator zähmen. Panther wäre halt auch geil gewesen, ne? So, Benpa... Ups. Aufgabe... Kreaturschlachten... Kreaturschlachten... Wiederhole für immer. Halt. Für jetzt ihre Schlachten. So, jetzt kannst du das Männchen zähmen. Wo ist es hin? Männchen, ja. Alligator... Männchen. Sono... Also ihre Zähmen von Alligator. Dann haben wir einen gezähmten Alligator. Das ist wirklich nice. Inspiriert... Inspiriertes Zähmen ist somit das Beste, was du kriegen kannst. Das Inspirationsbonus. Go, go... Gadgetto, go... Moment, wat? Wat? Hab ich nicht grad gesagt, du sollst das hier priorisieren? Dann machen wir uns halt in die Q rein, dann bringst du das mal das Gold heim, aber... Please. Please, do so. Warum macht er das denn nicht? Huh? Bin irgendwie verwirrt. Keiner, die grad nicht zähmend hier schläft. Ach so, na gut. Das kann natürlich sein. Du, Mama, muss ich übrigens... Äh, Prisir reden mit Fuchs. Was muss er mal machen? Muss ich mal rein queuen, damit die mal... sich nicht mehr so weigert mit uns da... Dinge zu tun. So, kann ich jetzt das Tier bitte zähmen? Muss er denn hin? Da ist er. Prisir, 10 von Alligator. Do it, Sono, do it! Geh, Alligator zählen. Du kannst es schaffen. Jawohl. Ist nicht mehr inspiriert. Alligator 1. Hast du einen Namen für deinen Alligator? Willst du dir irgendeinen Namen geben? Soll Alligator natürlich trainiert werden. Ich würde auch zu den Tieren. Das wird einmal hier weiter Gold abgebaut. What? Okay, das ist ein bisschen random. Das durch Transport Plus ist ja okay. Das normale Transport ist irgendwie ein bisschen eine hohe Prio, glaube ich. Aber am Ende hat 440 Gold, also könnte uns richtig viel Kohle bringen, wenn wir das nächste Mal handeln können. Können wir richtig gut eintauschen. Wir brauchen dringend eine höhere Waldarbeit in Prio, äh. Noch mal kurz Bauen weg. Ich will ihn fressen. Soll es ihn in Sicherheit bringen. Wo sind Sono jetzt? Unser guter Schütz ist wahrscheinlich am Arsch der Welt wahr. Oh, scheiße. Ach, Mann. Dann musst du halt wirklich irgendwo weg machen. Mein Alpaka, Mann. Sehr gut, Lou Mama. Lou Mama und Ben Paar. Ihr seid das dynamische Duo. So. Nee. Wollt nix tragen. So, du verarztest dich erstmal selbst. Den können wir erlauben. Ja, gut. Recht sich, ja. Ist klar. Lou Mie verarztet sich erstmal. Danach behandelt sie dieses Alpaka. Damit es überlebt. Weil das hat schon, wie viel Wolle hat es denn schon? 22% Wolle. So. Und dann haben wir wieder mal Jaguar Fell, I guess. Moment, warum denn... Achso, Lou Mie ist ja auch auf Koch getrimmt, ne? Inzwischen, entsprechend, wird natürlich dann Großkatzenfell. Hättest du auch schlafen gehen dürfen, Lou Mie. Hättest du auch schlafen gehen dürfen. Ich geh mal nicht da hinten. Oh, du bist, glaube ich, schon tot seit vier Tagen. Verrottend. Ja, ungünstig. Und ich höre schon wieder Schlangen. Was mich nicht, nicht happy stimmt. Verrottet hier eigentlich das Kram? Verrottet beim Freien. Jo, der Kram verrottet wirklich. Ich weiß, wir müssen hier Wände bauen. Strukturen ist das. Nein, wir wollen keine Goldwand bauen. Ich will keine Wand aus Gold bauen. Ich sehe nur so... Wir haben 2000 Eisen. Essen ist so... Ist gerade so okay. Also ich will eigentlich niemanden jetzt vom Essen abziehen. Depressiv, dunkel, unantillig, Umgebung. Es ist nicht so perfekt. Ich will mal das Lagerfeuer aufnehmen, damit es ein bisschen heller wird. Rekrutierungschance 6%. Wie ist es denn der Sklavenpreis von hier runtergegangen? Und die Rekrutierungschance auch? Stimmungsfaktor kombiniere Grundchance. Letzte Rekrutierung, Verhandlungsfaktor 50%, Meinungsfaktor 92% minus 50%. Ja, Chancevolumen mal 6,3%. Widerstandsreduktion 0,4%. Achso, weil ich auf Rede mit ihr geklickt habe oder was? Und es schiefgegangen ist. Verbleibender Widerstand 29,6%. Wussten wir aber nicht, wie viel Widerstand sie hat vorher. Kann das sein? Ist natürlich blöd. Rasensvorwutfuchs. Schlag sie nieder. Das ist ja mal ein Speicherpunkt gewesen. Nimm Fuchs gefangen. Hat jetzt echt mal ein... Hey! Nimm Fuchs gefangen, hab ich gesagt. Der die Tür kaputt gemacht, war? Oh nee, hat's noch nicht. Aber es ging in die Richtung. Jetzt muss ich sie verarzen, ey. Also sie zu überzeugen, der Kolonie beizureden, ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Aber wir haben keine Medizin mehr für sie, ne? Deswegen muss Lumi das so behandeln. Darf ich irgendwo erstmal Kräutermedizin anbauen? Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Auch für die Tiere. Brauch, Heilwurzelfähigkeit. Ach, die Uhr darf ich. Oh nice. Anbauen im Gebiet. Priorisieren. Please. What? Oh. Medizinischer Notfall. Medizinischer Notfallkörper. Unter Ernährung extrem. Quetschung Revolver. Ich muss so vor, in ihren Schwanenkranken zu sterben. Das will ich eigentlich nicht. Verpflegend Fuchs erfolgt bereits. Okay, sie verpflegt sie. Keine Ahnung, ob das der medizinische Notfall ist, dass sie Hunger hat. Stimmung 4%. Heißt Life-Threatening unter Ernährung. Doch, das ist eigentlich dann das gewesen. Das müsste ich eigentlich jetzt geben. Gesundheit. Okay, das gibt sich. Macht ein Sono in der Zeit. Ah, du baust Silbererz ab. Jo, logisch. The Free Money. Psychische Beruhigung, Weibchen. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weite fände Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärk ein psychisches Brumm an diesem Ort, auf der eine Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Hochzeit steht an. Ben Pa und Luma Ma ein... Ben Pa hat Luma Ma einen Heiratsantrag gemacht. Luma hat ihn angenommen und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Dann überleg dir einen Hochzeitsplatz aufzuschlagen, wenn du von denen wirst, wo die Zermin stattfindet. Hm. Hm. Einfach hier halt in dem Raum war. Kann wieder laufen. Dann nehmen wir hier das gute Essen. Was wir hergestellt haben, weil da ein bisschen wenig Wind aktuell. Wir bräuchten auch dringend eigentlich mal irgendwo einen Forschungsbereich. Ähm. Hier einfach ein Labor-Tisch. Mit einem Stuhl davor. Und einer Fackel drin. Würde mal ein bisschen forschen können, weil Forschung konnte ich bis jetzt noch gar nicht machen. Die erste Forschung, die ich gerne machen wollen würde, wäre die Batterie. Da brauchen wir halt einen Labor-Tisch. Gesamtwo-Risiko schwer. What? Mein Haustier starb immer noch. Hatte eine leckere Mahlzeit gegessen. Dunkel, unansehnliche Umgebung, schläfrig. Sehr gemütlich. Wird das jetzt nicht wieder besser? Sono, komm mal klar mit deinem Leben. 25 Prozent. Das sind hier, glaube ich, die Schwellen, wo es problematisch wird. Ben Pasol für gutes Essen. Ganz entspannt, ja. Oh, nicht schon wieder. Ach, du gehst mir hart auf den Sack. So, jetzt aber hier. Okay, der ist eh tot. Sehr gut. Dann könnt ihr alle wieder aus eurem Kampfmodus rausgehen. Übringe Weibchen, Zusammenbruch leicht, Behandlung benötigt, jo. Ich habe halt leider fast, doch, ich habe ja noch 24 mehr. Och, ich dachte gerade schon, ich habe fast keine Medizin mehr, aber ich habe noch Medizin. Uff. Ich dachte gerade kurz. So, und du musst natürlich mal dein Tierchen trainieren, dass es hier verteidigt. Und füllen mal die Fackeln auf. Damit wir hier wieder Möglichkeiten haben. Jetzt wird es wieder ein bisschen heller wird in unserer Bude. Ich glaube wirklich, Lumi, weil Lumi hat halt mit dem Pflanzenzeug super viel zu tun. Die kann da einfach nicht kochen von der Zeit her. Ich brauche halt noch wirklich eine weitere Person, die bauen kann oder sich um die Pflanzen kümmern kann, irgend sowas. Damit ich das ein bisschen entlasten kann, meine Leute. Oh, die spielen zusammen. Schach, wa? Spielt Schach? Zono nicht. Wir spielen gegeneinander Schach. Und jetzt ist Zono weggelaufen. War ich wohl zu gut im Schach spielen. Hast du nicht gewonnen. War da, hast du einfach verzogen. Zono würde ich Sachen einsammeln, ne? Die da hinten liegen. Ja. Risiko-Zusammenbruch leicht. Auf dem Glück nur einen leichten Zusammenbruch. So, ich komm. Haben wir 800? Wir haben glatt 800 Silber wieder? Lol. Ich glaube, den Rest lassen wir jetzt hier mal. Brechen hier mal die Befehle ab von dem Silbererz. Auch wenn das ganz geil war. Überleben. Du managst deine Überlebenden. Du fängst mit dreien an. Und du sorgst einfach dafür, dass du überlebst. Und gibt es halt immer wieder Events. Wie zum Beispiel jetzt gibt es hier Karawantiere, die hier hergekommen. Das sind Yaks. Und die kann ich einfach jagen oder zähmen. Und dann kriege ich auch die Items, die da dran sind. Zum Beispiel. Ich habe aber kein Essen für den Jack verfügbar. Kein geeignetes. Brauchst halt fressen, um die zu zähmen. Alternative ist, ich jag sie einfach. Fünf Prozent Chance anzugreifen. Auf geht's. So, jagt mal das Jack. Mal sehen, was wir da rauskriegen. Und man baut sie halt nach und nach mit mehr Technologie und sowas auf. Ich müsste... Moment, so, du nimmst doch bitte auch alles mit hier. Wenn du ihn schon umschießt, solltest du ihn auch nach Hause bringen. Da war einfach nur ein bisschen Silber drin. Das ist ja lame. 18 Silber ist nicht so viel. Und man macht das alles ein bisschen indirekt, weil ich jetzt meine Befehle gebe, hier Holz zu hacken. Weil wir haben eigentlich hier noch jede Menge markiert für Holz hacken. Passiert halt einfach nur nicht, weil wir nicht genug Leute haben, um die Aufgaben zu... zu bewältigen. Deswegen muss... muss ich zum Beispiel mein alter Ego hier Ben-Paramus Holz hacken. Moment. Bitte nicht hier. Verrückt doch mal ein Drill. Und ab und zu gibt es halt... Tiere, die wütend werden. Menschenjäger, die irgendwie durchdrehen. Die werden also mich angreifen. Was jetzt ein Affe ist. Oh mein Gott. Das ist okay. Und dann müssen wir halt mal in die Verteidigungsposition gehen. Hat schon zwei Schüsse abgekriegt. Sehr gut. Sono ist eigentlich der gute Schütze von uns. Sono kann mal dem Mandrill den Rest geben. Und die anderen beiden können auch aus ihrem Kampfmodus raus. Also muss ich mir vor allem gegen so unvorhergesehene Events durchsetzen. Und dann kann man halt hier so nicht mehr in die Küche gebaut und sowas, um halt die Leute zu versorgen. Aber wir haben aktuell viel zu wenig Holz. Da sind Schildkröte verortet. Spielt Schach. Und sie erholt sich halt jetzt hier. Sie spielt ein bisschen, damit sie sich entspannen kann. Wird immer ein Drill geschlachtet. Haben wir noch mehr Fleisch. Wir wollen aber eigentlich hier noch eine Tür einbauen. Das wäre echt mal wichtig. Und dann hier oben noch ein Kühlsystem. Da brauche ich aber erst eine Batterie dafür und eine Solaranlage. Da kommt das Jack auch. Achso, das Jack lag auf dem Schlachtplatz. Stimmt. Da war was. Dann spreche ich aber hier aber auch jede Menge Leder oben liegen. Haben wir keinen Platz mehr dafür? Fakt das mal irgendwo hin, wo es nicht im Weg rumliegt. Und hier bauen wir zum Beispiel gerade Heilpflanzen an. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir weiterhin Medizin haben. Wir haben zwar hier noch ein bisschen bessere Medizin. Aber die Heilpflanzen nehmen dann vor allem auch für Tiere und sowas, um die zu versorgen. Und nach und nach. Wir werden auch so Betten bauen. Du fängst dann mit Zelten an. Stürzt ab. Und nach und nach baut man sich halt auf. Ich muss eigentlich hier oben mal bauen, damit ich forschen kann. den Raum weiter ausbauen. Aber ich glaube, da fehlt mir halt wirklich das Holz, oder? Präsiere arbeiten an Fackeln. Präsiere arbeiten an... Boah, Tisch. Da habe ich jetzt, glaube ich, beides gecued. Müsste funktionieren, denke ich. Blumama ist vollständig geheilt. Präsiere reden mit Fuchs. Ich glaube, ich kann mal hier das... Wo ist es denn? Hier aufsehen auf Sprio 1 setzen. Weil das sollte eigentlich... Oh, wir machen Liebe. Uh, Liebe, Liebe, Liebe. Das sollte eigentlich nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen generell. Damit sollte es auch relativ entspannt sein, wenn da mal ein bisschen was gemacht wird. Kann ich jetzt auch priorisieren an Holztüren. Yo. Holztürarbeit. Damit die Tür hier mal wieder fertig ist, mit denen das nicht draußen im Freien zählt. Aber eigentlich solltest du bitte das hier weiterbauen. Ich will das wirklich fertig haben. Pliese. Oder haben wir davon nicht genug... Doch, haben wir genug Rohstoffe. So schön den Forschungstisch bauen. Und den Stuhl dazu noch. Dann kann man hier nämlich mal forschen. Ich weiß gar nicht, wie macht man uns die geistige Arbeit? Forschen. Ach, das mache auch ich. Ach, Kacke. Ja, das doppelt sich alles ein bisschen sehr. Ich weiß nicht, wie es damit Essen aussieht. Behandlung benötigt. Toe Condition needs Tending. Hä? Das verstehe ich nicht. Fuchs eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Von leckerem Mahl zur Ursache verschmutzter Kochbereich. Was? Der war überhaupt nicht verschmutzt. Absolute Frechheit. Bin ich aber optisch eher neutral und langwierig aufzubauen. Ich glaube hier werden wir mal Fliesen reinlegen. Und hier ist nicht so viel los. Da können wir auch Beton reinlegen. Als Boden. So, da gibt es wieder neue Mahlzeiten. Wir ernähren uns hauptsächlich von Reis und Erdbeeren. Ist euch das eigentlich klar? Und von ein bisschen Tierfleisch dazu. Ah, hier. Sono kümmert sich mal darum, dass... Um die Ausbildung. Training beschützen erfolgreich. Sono, du arbeitest an deinem Alligatörchen. Wenn du den Namen haben willst, kannst du immer noch reinhauen, ne? Was deren eingefallen ist. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen wenig Platz und ich darf aber hier nicht weiterbauen. Das ist Mist. Wir werden hier wirklich mal... Wände reinziehen müssen, damit wir dann hier weiter reinbauen können. Fäulnis-Reispflanzen. Es wurde ein Fäulnis-Reispflanzen entdeckt. Du solltest die Fäulnis-Reispflanzen entfernen oder verbrennen, bevor die Fäulnis weitere... Oh, fuck. Oh, fuck. Die sind alle verfault. Bitte alle, Lumi. Bitte alle, Lumama. Wo ist es hier? Feldarbeit 1. Aufsehen 2. 2. Wir machen alle... Ne, das nicht. Reinigen 2. So. Bitte. Alles machen. Alles wegmachen. Kannst du dich erst mal wegmachen und dann neu sehen? Das wäre echt besser. Persönlich. Ah, jetzt muss die erst pennen gehen. Oh, no. Alles Katastrophe. Alles Katastrophe. Die Beruhigung hat aufgehört. Ah, shit. Jetzt arbeite ich noch spät. Oder früh, je nachdem. Früh um eins am Kochen hier. Okay, Lumi ist wieder munter. Komm schon, kümmere dich um die Pflanzen. Bitte. Nein. Um die da. Um das hier. Ach. Ich würde die Felder auseinanderbauen wegen dem vollen des Graben. Put be Wurst. Aufheifel Kornwurm. Moment, was macht ihr denn jetzt? Jetzt geht's mit dem Reden. Blumi. Ist jetzt nicht. Hä? Warum gehst du überhaupt mit dem Reden? Aufsehen auf zwei. Feldarbeit auf eins. Kannst du mal bitte... Nicht mit dem Reden. Tierkrankheit Seuche. Gorilla ist an seiner Seuche erkrankt. Stell sicher, dass sie vom Betroffenen medizinisch versorgt werden. Also für Ruhe möglich erhalten. Och Gott. Das ist aber auch absolutes... Chaos. Hab ich Medizin überhaupt noch zehn? Seuche behandelt. Oh shit, 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 shit. No, 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 no. Blumi. Ach, die kann ich jetzt nicht... Kann die... Die Pflanzen nicht? Pflanze entfernen. Pflanze entfernen. Ede ähnliches. Pflanze entfernen. Alles verfault. Ich will nicht nur, dass meine Erdbeeren verfaulen. Sag ich, das ganze Feld muss ich killen. In den Atlas. Oh, niemand. Moment, darf ich das überhaupt schon? Ich glaube, ich muss ihn erst an ihn binden. Das muss ich mir dann später nochmal sagen. Hey! Wieso hab ich das denn nicht entfernen? Ach, das hab ich noch nicht entfernt. So, die wird entfernen geklickt, ey. Pflanze entfernen. Ich glaube, ich kann das Feld einfach mal kurz löschen. Weil der soll nicht neu pflanzen. Och, shit, hier oben ist es auch schon. Das verpreist einfach super schnell. Wie ist er überhaupt hier hingekommen? Da ist eine Pflanze drunter? Die... Nee, oder? Hier wird doch nicht was drunter sein. Oh, Mann. Ich muss die Felder neu anlegen, dann. Was eine Katastrophe. Was eine Katastrophe. Trainingfähiges Schlag. Ich glaube, wenn du Beschützen komplett hoch hast, dann, äh, ist es durch. Zusammenbruch schwer. Sono. Was ist jetzt schon wieder bei dir? Immer noch mein Haustierstab. An der Leckung anfänglicher Hoffnung, niedriger Erwartung. In Hitze geschlafen. Abschuldigung. Ich hab doch vorhin dafür gesorgt, dass eigentlich... Ach, die ist noch nicht fertig gebaut, ne? Die ganzen Sachen. Benpa. Kein Materialholz. Ach, come on. Ich kann aber jetzt... Ich muss halt die Pflanzen erstmal entfernen. Also, in Hitze geschlafen ist halt kacke. Hitzeschlag. Benpa und Sono. Ach, come on. Ich hab halt hier... Was ist das? Wo hab ich die Temperatur? Irgendwo gab's mal ne Temperatur für da, wo man ist. Hier. 40 Grad haben wir hier gerade. Und innen sind's auch über 30. Ich brauch halt dringend die Kühlung, aber ich hab kein... Kein Holz. Moment. Wieso ist hier... ...immer noch was? Eine Boomer-Loop wurde zahm. Cool. Die geben nämlich einfach Sprit. Wenn wir später mal Sprit haben wollen, kriegen könnten... Wir fehlen halt wirklich jetzt Menschen, deswegen glaub ich... Ach, come on. Die sind halt beide. Wieder verfault. Immer die Pflanzen weg. Man weiß nicht, ob das das Problem ist, oder ob das wirklich irgendwie unten drunter lang geht. Und wir brauchen halt dringend eigentlich die Kühlung. Prime mit Meat ist verdorben. Ja. Unser Fleisch verdirbt. Jack-Fleisch verdirbt. Nahrungsmittel verderben, aber sie nicht schnell genug verarbeiten. Kann ich das hier vielleicht doch... Leckere Mahlzeit... Wir nehmen mal das raus. Aufgaben zufügen. Leckere Mahlzeit mal vier kochen. Bis du zehn hast. Müsste halt jemanden haben, das mich auf Holz fällt. Ist aber nicht drin. Permanent. Und solange die hier noch irgendwie verfault sind. Hier unten sind auch noch welche verfault. Kann ich das noch nicht... Halt. Hier präsentiert wird das wegmachen hier. Aber jetzt kann ich die hier neu machen. Zonen. Zone. Anbauzone. Reispflanze. Reispflanze. Und außerdem daneben... Eine Anbauzone. Anbauzone. Mit ein bisschen Abstand jetzt, ne? Eins dazwischen. Und Heilpflanze. Und jetzt bauen wir... Oh, hier ist immer noch so ein Ding, ne? Jetzt bauen wir, damit wir ein bisschen Abstand halten können, keine Pflanzen dazwischen sind. Böden. Beton. Weil dann sollte es eigentlich getrennt sein, um die ganzen Dinger drumherum. Denk ich. Hoffe ich. Da wurde gerade ein Affe... ...gekillt. Können wir aber wieder einsacken. Mit wieder kostenlosen Stuff. Einfache Mahlzeit ist verdorben. Ich brauche halt dringend eigentlich Forschung. Ähm... Du durfst... ...das einfach nicht mehr tun. Und muss eigentlich forschen. Und Lumi muss sich um alles kümmern. Wenn wir mal die Batterie kriegen... ...und ne Solaranlage. Damit wir hier hinten kühlen können. Weil eigentlich kann er ziemlich schnell forschen sogar. Das ist glaube ich... ...hat geistig aber 10,7. Und... ...hatte Sex, lol. Äh... ...brennende arbeitslos. Genau. Und er liebt es auch zu forschen. Also ich liebe es auch zu forschen. Genauer... ...genauer bezeichnen. Oh, die Affen werden hier aber gerade... ...übel geschnetzelt. Die Affen werden richtig hart weggeschnetzelt. Wo läufst du denn hin? Ohne was machst denn du? Hast du das Silber liegt immer noch hier unten? Na sehr gut. Na sehr gut. Ich glaube ich hätte doch den Start mit 5 Leuten nehmen sollen. Der ist halt einfach ein bisschen geiler. Weil du mehr Leute hast, die Dinge tun können. Scheulich ist... ...hitze geschlafen, verschwitzt. Das ist halt... Das könnte ich mir... ...beides regeln. Und hungrig ist er auch noch. Aber essen gibst du noch. Batterien benötige, ich weiß. Ich bin halt am forschen. Ich bin halt am forschen. Die Batterien müssen hier reinbauen, tatsächlich in den Unterstand. Weil die müssen vor Wasser geschützt sein. Und sie sollten am besten versteckt sein. Weil die Leute es gar nicht mögen, sie zu sehen. Was haben wir denn eigentlich hier für... ...Gesteine? Wir haben Marmorbrocken. Jede Menge. Können wir hier... ...Aufgabe hinzufügen. Marmorblöcke herstellen. Jo, da müssen wir wohl nur 10 haben. Ich weiß gar nicht, was... Sono war jetzt ein bisschen lost, glaube ich. Mit seinen Aufgaben. Ansonsten müssen wir Solo... ...durch den guten Mann auch mal... ...vielleicht Feldarbeit? Ne, das nicht. Aber... ...Waldarbeit. Wano, der Durchschnitt der relevanten Fähigkeit... ...ist ja niedrig. Was soll man das bedeutet bei der Waldarbeit? Ich weiß nicht, ob er dann Holz verkackt... ...Bumaloo ist übrigens auch ein Tier. Man sollte nicht unbegrenzt umrennen. Weil du bist schon wieder am Saubermachen... ...wenn das ist ganz geil. Ja, Holz hacken. So, Holz hacken. Gute Idee. Uns fehlt einfach Holz. Wettbewerb ist ein Dimonor hat er gezaubert. Wendenpack, kannst du mal kurz noch hier fertig bauen, was eh schon geliefert ist. Damit hier nicht mehr... Weil das ist eigentlich die, die so umrandet sind... Die sind eigentlich schon... Da sind die Rohstoffe schon da... ...aber die werden einfach noch nicht... ...die sind noch nicht gebaut worden. Was eigentlich ziemlich dämlich ist. Ups. Nee, nicht das. Bauen von Holz. Gedöns. So, dann sieht es hier ein bisschen hübscher aus. Risiko zusammenbrucht leicht. Sono. Bedürfnis. Abscheulisches Schlafzimmer. Ach, wo ist denn ein abscheulisches Schlafzimmer? Achso. Magst du die Wände nicht, oder was? Ein Haustier... So Haustiersterben ist immer eine absolute Katastrophe, weil die dann ewig depressiv sind, die Leute. Wir haben zwei Tage, die Hälfte sogar erforscht schon. Du darfst einfach Freizeitholz hacken. Sono. Reagier dich ab an Bäumen. Ich bin ganz viel Holz dafür markiert. Let's go. Ich habe mir ein Verdacht, dass das mit den Nahrungen dann irgendwann problematisch werden könnte. Wird kochen sogar über Feldarbeit ansitzen. Weiß nicht, ob das... Aber Lumama sieht das nicht so... Lumama sieht nicht kochen über Feldarbeit. Also sie kann, glaube ich, nicht kochen, wa? Aber Strom fehlt, ja klar. Dann kann sie nicht kochen. Düdüm. Dann kann sie nur Feldarbeit machen. Da wäre halt die Batterie super sinnvoll gewesen. Dann... Müssen wir halt rohes Essen essen, im Zweifel. Die können ja auch die Beeren so essen, die Erdbeeren zum Beispiel. Mögen sie halt noch nicht. Kam mir mit dem Alligator näher, während er sich mit selbst über die Größen Universums redete. Okay, Sono. Universum. Training fehlgeschlagen beschützen. Ach, Sono. Muscht der Alligator schon ein bisschen besser kennenlernen. Was sagt denn eigentlich Alpaka? Wachstum, Wolle. 61 Prozent. Kann das sein, dass du eigentlich immer noch im Inventar... Ne, das ist denn nicht mehr. Wo ist denn das hin? Wir hatten doch mal... Schutzausrüstung am ganz Anfang. Wer hat denn die bekommen? Der hat einfach keiner an von uns, aber sie ist auch nicht mehr da. Fuck. Wer hast du ganz am Anfang eigentlich? Panzerungsausrüstung. Das verstehe ich nicht ganz. Oder wurde erstmal wieder Nahrung hergestellt. Geil. Jawohl, Training beschützen. Moment, war das jetzt bei dir? Ne, das war bei Gorilla. Sono, du hast ein neues Haustier. Gorilla. Soll ich den Gorilla auch Atlas nennen? Folge Meister bei Feldarbeit. Folge Meister bei Kampfmodus. Ne, noch nicht. Aber du hast jetzt einen Gorilla-Kumpel. Ist das nicht geil? Geil. Geil. Man kann die Tiere umbenennen. Ich glaube, ich kann den jetzt umbenennen. Dachte ich. Sozial. Vlogbuch. Training. Hier, ah, nur Training kann es umbenennen. Moment, da kann ich die vielleicht auch schon umbenennen. Training. Ja, kann ich hier. So, du wolltest Alligator of Atlas haben. So, und der da soll King Kong sein. Das ist aber auch angestaubt. Jetzt noch kreativer sein können, ja? Wenn du schon Holz hacken musst. Godzilla? Moment. Du willst den Gorilla-Godzilla nennen? Wie du standst. Stimmung zu niedrig. Bist du Atlas-Godzilla nennen oder was? Den verstehe ich jetzt nicht. Affe, King Kong, Alligator-Godzilla. Du hast doch... Du hast einen Alligator vorhin den Nenny Atlas gesagt. Ach, Mensch. Entscheiden sie sich doch mal. Du willst also dann King Kong gegen Godzilla in unserem... in unserer schönen Kolonie abfeiern, ja? Der kann ja nur daneben gehen. Warum ist Fuchs eigentlich nachts immer munter? Jetzt sind Affe dazugekommen. Jetzt können die Gegenseite noch fighten. Wir haben doch hier den Gorilla. Der ist doch schon ein Affe. Achso, du meinst deswegen nicht Atlas, weil jetzt ein Affe dabei ist. Okay. Verstanden. So, nur ein Ben. Alter, hier ist aber auch ein Blutball angerichtet worden. Reading out in fünf Stunden. Der wird gerade gefinisht. Ich glaube, so langsam ist die Population durch. Oh, mein Deathwing ist tot. Seit 1,5 Tagen. Ungekühlt. Wir durften einen Tag. Sono! Präosiere tragen. Der gibt gutes Fell. Und ich muss leider immer noch weiter forschen. Forschung abgeschlossen. Batterie. Bau der Batterie zum Speichern von elektrischer Energie. So, Forschungsmenü. Und als nächstes brauchen wir Solaranlage. Die leider genauso schwierig zu bauen ist, glaube ich. So, Batterie. Die wollen wir hier hin bauen. Und aber danach eine Wand davor. Rewe brauchen wir auch ein Dach. Das ist Zone, ne? Dachbauen erweitern. Das muss ich jetzt auch mal hier priorisieren. Das ist scheißegal, was es noch so gibt. Ey, nicht Dach. An Batterie. Und hier gab es übrigens hier gab es schon Sprit, ne? Von Boomer Loop. Ich will jetzt mal eine Batterie direkt fertig haben. Jetzt wieder Stress. Schon nächste Affe tot. Also, die Panther jagen gerade richtig hart die Affen durch. Krass. Fressen die doch komplett auf. Ich glaube, wir holen die immer, ne? Und zerlegen die dann zu Fleisch. Wir könnten mal versuchen, so einen Panther zu zähmen. Wir haben, glaube ich, hier... Also, wir haben theoretisch noch ein paar mehr Plätze bestimmt für Tiere. Wildschwein. Wildschwein relativ einfach. Kobra. Männlicher Panther. Oder wir könnten Alligatoren zusammenbringen. Ein Weib... Wir hatten doch... Oder, ne, wir haben keine Alligatoren mehr, ne? Die Alligatoren sind einfach abgehauen. Doch, hier. Das weibliche Alligator. Können wir eine Alligator-Armee... Oh, die haben wir auf 20 Prozent. Ne, das will ich nicht. Direkt doppelt so viel. So, um einen Panther zu zähmen. Und hoffen, dass er so nur überlebt. Ist du eigentlich happy darüber, wenn du... Brauchbar, entspannt, leichter Arbeitslust, ja. Wenn du dich mit Tieren beschäftigst. Training erfolgreich beschützen. Moment, bist du jetzt auf... Schützen, zwei von drei. Das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus mit dem Strom erstmal. Für nur kochen reicht's. Ich glaube, Licht verbraucht unglaublich viel Strom. Wenn man dafür geht. Kann ich mal kurz das auf zwei setzen? Und du kannst wieder weiter bauen? Zusammenbruch schwer. Sono, no! Warum? Unnsinnig dunkel verschwitzt. So, wo schläft Sono? Hier, passive Kühlung. Bitte, baue es für ihn. Damit er nicht permanent hier rumweint, dass da Dinge passieren. So, dass hier ein bisschen kühler werden. Hier, innen, 17 Grad. Nice. Direkt super kühl. Wir haben eigentlich auch jede Menge Holz hier. Wir müssen es nur reintragen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Wir müssen dann mal die Kühlungen durchbauen, sonst gehen die Leute uns hier... Riot. Das könnte auch bei ihr übrigens das Problem sein. Oh, hier, Sex. Bam, bam, bam. Boom's, bam's. Da wird rumgebumst. Das müsste es dir eigentlich ein bisschen besser gehen. Genau. Weil jetzt hast du dich nicht mehr, dass du irgendwie verschwitzt bist und dass du in der Hitze geschlafen hast. Dann sollte es dir tendenziell besser gehen. Und sonst auch hier kühler werden. Ja, 21 Grad. Jawohl. Das sieht doch viel besser aus. Ähm, kannst du nochmal... Wir haben kein Holz mehr. Okay, dann kannst du es nicht weiterbauen. Das ist natürlich dann blöd gelaufen. Wenn wir kein Holz mehr haben, kannst du es dann nicht weiterbauen. Ist aber der Raum schon mal fertig mit Boden. So, oh no, why? Schwitzt und durchnässt. Okay, ich verstehe nicht ganz, wie ich bei dir die Umgebung... Achso, ich brauche Kunstsachen, ne? Ich brauche irgendwer für Kunstgegenstände, sorgt, glaube ich, hier Künstlerwerkbank. Künstler und Forscher ist doch... ist doch perfekt zusammen, wa? Das Problem ist ein bisschen, dass ich, glaube ich, nichts habe, um es zu bauen. Und ich glaube, ich muss auch nochmal eine andere Zone bauen für Leichen. Hier eine Abfallzone, die weit weg ist für Leichen. Irgendwo... keine Ahnung. Da hin. Da kommen nur Leichen ein. So, entsprechend muss man hier Leichen auch verbieten. Dann können wir sowas hier nämlich freigeben. Dann dürfe die wegtragen. Das ist im Augen, aus dem Sinn. Verrottet das eigentlich? Ne, das verrottet nicht. weil das Großkatzenfell verrottet, weil es im Freien ist. ist das Ambro, das Leichtstil Ambro schwer, schwankt das hier die ganze Zeit. So, jetzt müsste es hier auch deutlich kühler werden. Ich glaube, es ist generell draußen immer noch 40 Grad. Draußen immer noch 40 Grad. Ja, ne, du magst das nicht, dass du draußen bist, ne? Durchnässt, verschwitzt, abscheuertes Schlafzimmer, dunkel und sinnliche Umgebung. Mein Haustier starb. Das Haustiersterben ist echt. Das hängt einem so lange nach. Oli Moli. Und Lumi macht mitten in der Nacht Dinge auf dem Feld und redet mit der Gefangenen. Klar, abends um 11 erst mal mit der Gefangene reden. Halte ich auch für eine sinnvolle Option. Die hat 25 Grad im Raum. Das finde ich, glaube ich, nicht so geil. Da sind Sachen im Lager verdorben. Lumi, müssen wir wieder kochen. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt. Oder Benpa muss man wieder kochen. Wie sieht denn mit kochen aus hier? So. Auf geht's kochen. Ja, beim Kochen muss ich die Prio nochmal anpassen. So rumnehme ich. Alli, hallo, Xili. Hier, das ist übrigens die Quest, die sozusagen das beendet. Schiff zu den Sternen. Super schwierig. Und warum heute Rimworld läuft, weil ich mir dachte, ich will mal wieder was entspanntes machen, Xili, weil ich heute früh um sechs irgendwie joggen war mit dem Kumpel. Und ich mir dachte, da ich super früh aufstehe und dann noch was anstrengendes mache, bin ich wahrscheinlich nicht in der guten Verfassung, um irgendwie kompetitiv zu spielen. Dementsprechend Rimworld halt mal wieder. Wie ihr seht, wir haben leider noch niemanden dazubekommen. Ich arbeite dran. Aber ich will nicht so. Um sechs joggen, ja. Ich bin um 5.40 Uhr losgejoggt, weil ich ja noch drei Kilometer zu ihm hinschoggen musste erst mal. Also, wir haben jetzt schon eine volle Batterie. Krass. Das sieht schon ganz geil aus eigentlich. Nicht schon wieder. Sono. Benpa. Da ist mein Alpaka in Ruhe, du Sau. Tiger beschießen. Die Tiger nerven mich hart auf dem Spielstand. Aber wir müssen echt viele davon eliminieren. So, wir müssen das Alpaka wieder. Das Alpaka muss man bestimmt schon fünf oder sechs Mal vor Tigern oder Pantharn retten. Meine Fresse, ey. Das ist ein bisschen anstrengend. Luma hat direkt für Tigerfell gesorgt. Geil. Tigerleder. Das ist gute Tigerleder. Ich glaube, bei dem Strom, den wir hier gerade als Überschuss produzieren, können wir vielleicht sogar schon das Zeug kühlen. Hier. Kühlung. Problem ist, ich muss hier eigentlich die Wand fertig bauen und dann den Durchbruch machen. Sonst muss ich es später nochmal umsetzen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt aber, Benpah muss hier oben mal prösieren. Wand aus Stahl. Bauen sie die Wand aus Stahl. Bitte fertig bauen. Ey. Darf ich die nicht priorisieren? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht, was ich priorisieren darf und was nicht. Fertig bauen. Die hier auch fertig bauen. So, und dann brauchen wir noch hier Kopie bauen. Das ist dann alles unser Lager. Die Zone. Zone erweitern. So, und damit ist die Kühlung dann theoretisch da hinten fertig. Mal sehen, wie gut die läuft. Natürlich müssen wir über ein Dach bauen. Dachbauzone. Da ist ja irgendwie überall kein Dach drüber. Passiert das automatisch, das Dach? Bin ich ganz so sicher. Das ist automatisch passiert, mit dem Dach drüber zu bauen. Silly, hast du auch Rimworld gespielt damals? Ich dachte, ich hatte es bei Jean auf der Uhr, dass er Rimworld gespielt hat. Ich wusste nicht, dass du auch Rimworld gespielt hattest. Dann lege ich über hier noch eine Elektrolampe einbauen. Achso, und hier muss ich ja noch einstellen, ne? Ziel ist 4-9. Go, go. Aber ich gucke da gern zu. Ah. So, schön die Minusgrade. Jawohl. Komm, 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 komm. Ja, jetzt verfällt es hier nicht mehr. Tiefgekühlt verdirbt nicht. So will ich das sehen. Aber ich glaube, die Tür muss ich immer ein bisschen verbieten, ne? Weil hier rennen sie ständig rein, die Idioten. Achso, wir wollen hier natürlich Strukturen. Wir wollen hier die Wand zumachen. Damit die Batterien komplett versteckt sind. Ich weiß nicht, ob jemand aus Holz optimal ist um die Batterien drum herum, aber... ...wenn wir die halt nicht mehr gesehen werden, weil die jetzt super hässlich erkannt werden. Wir haben jetzt 33 Holz. Haben wir irgendwo noch... Haben wir noch Holzabbaubefehle? Oh, er hat dringend noch Holz. Ich brauche überall Holz. Ich habe kein Holz. Mir fehlt das Holz vor der Hütte. Lumi, komm her. Wobei, Luma-Mama hat gar kein Holz vor der Hütte. Superschlecht. Superschlecht, super ungünstig. So, jetzt haben die Tiere auch ein Dach über dem Kopf. Und wir bauen hier Bodenfliesen und Betonboden für unseren Kühlraum. Höhlen, minus 9 Grad, jawohl. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, minus 9 Grad ist auch ein ganz guter Puffer für die Türen aufgehen. Dass es dann nicht direkt ins Plusbereich rutscht. Anbruch leicht, Sono. Gemütlich, brauchbarer Autenthaltsraum, brauchbares Esszimmer, durchnässt, verschwitzt. Was mache ich gegen durchnässt bei sowas? Gibt es irgendwie Klamotten, die gegen durchnässt helfen? Habe ich die aber noch nicht gebaut. Hm. Ich glaube, ich soll das hier übrigens nicht von hier oben anschließen. Sondern Sollten das von der Seite anschließen, machen wir es hier noch eins länger, bauen wir hier unten rein so rum. Dann machen wir hier einen Schneiderbereich, würde ich sagen. Das heißt, ich muss dann Stoffsachen hier oben auch mit einlagern, damit wir nicht ewig rennen müssen. So, was sollst du aber langsam hier? Deine Bedürfnisse, hat er in der Kramata gegessen, ohne Tisch gegessen, in der Hitze geschlafen, nackt. Weil, ja, Hitze schlafen soll jetzt nicht mehr sein hier, da sind 17 Grad drin. Ja, entspann dich. Brauche ich ja dumm, also nur noch mehr Holz für den ganzen Quark. Das kann ich übrigens abreißen. Hier, weg, weg damit. Braucht du keinen Schlachtplatz mehr. Und lass mein Holz schon wieder weg. Ich würde gern Holz kaufen. Wann nur bei Holz. Behandlung benötigt? Moment, wat? Wennpaar. Körper. Zukunftischen Needs Tending. Depressiv, vielleicht Schmerzen durch Nest. Wo hat er denn irgendwas? Schmerzen leicht. Achso, mein Asthma muss behandelt werden. Oh. Interessant. Mein Asthma muss behandelt werden. Das hatte ich nicht im Blick. Tatsächlich ist das um sechs Joggen zustande gekommen, weil mein Kumpel meinte, höh, 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 höh. Oh, das müsste nicht mal repariert werden. Ich schlage ihm das mal vor. Er wird bestimmt nicht ja sagen. Oh, dann habe ich doch ja gesagt. Er wollte mich eigentlich nur damit trollen und ich so, klar, gehen wir halt um sechs Joggen. Ja, meine Güte, wenn du unbedingt willst, dann gehen wir halt um sechs Joggen. Und so ist es halt gekommen. Und da hat er gesagt, okay, jetzt mache ich aber auch kein Rückzug mehr. Dann gehen wir um sechs Joggen. Oh, hier habe ich irgendwas verkackt. Mit den Dingern. Der Planung. Hier ist nämlich nichts, wo ich eine ordentliche... Achso, ich habe erst den Raum geplant, ne? Da hätte ich die Tür hinsetzen können und dann habe ich den hier eingezogen. Glaub ich. Irgendwie habe ich hier Mist gebaut. Guck mal, glaube ich, mal das noch wegbauen. Und dann machen wir hier Strukturen. Und hier noch eine Wand aus Holz. Und dann können wir hier eine Tür hinbauen. Ne, halt. Das war nicht der Plan. Befehle. Wir wollen das abbauen. Und wir wollen dann hier oben noch eine Wand bauen. Oder wir brauchen hier das. Ne, brauchen wir nicht, ne? Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, weil er hier die Wand inzwischen gebaut hat, die wir haben wollten. So. Das ist unser Plan. Ich meine, wir haben schon einen Alligator gezähmt, ne, Xeli? Irgendwie. Weil wir ein inspiriertes Zähmen hatten zwischendurch. So, kann ich die inzwischen vielleicht doch mal auf Rekrutieren stellen? Rekrutierung ist schon 26%. Verbleibender Widerstand 17,7. Stellen wir sie mal auf Rekrutieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Weil das wäre super wichtig. Da hätte man vierte Person. Ich glaube, sie könnte richtig gut pflanzen, ne? Konstruktion, Nahkampf. Genau, sie kann mit Pflanzen richtig gut umgehen. Sie kann also unsere ganze Feldarbeit übernehmen und damit uns dann echt entlasten. Jetzt können wir übrigens noch eine Zone einbauen, ne, eine Holzzone. Der, wir, oder darf ich das schon? Grape. Löwenzahn, Rosen. Ich kann doch gar keine Bäume bauen. Ich kann keine Bäume bauen, aber ich kann ein Rauchblatt bauen. Dann können wir Drogen herstellen. Drogen herstellen? Auch Blatt für ein bisschen bessere Stimmung in der Kolonie, würde ich sagen. Wie die Leute mal ein bisschen entspannen und runterkommen, ja. Sono ist immer noch auf Reinigen 1 gestellt. Ich glaube, du bist der, der immer am Rumknurren ist, ne? Ich habe kein Essen mehr für die hier. Oh, shit. Wie mache ich das mit dem Essen? Erstmal behandeln wir mit Inhalationen. Ja, so ungefähr. Ich bin jetzt nicht ganz klar, wie ich das mit Essen für die Tiere mache. Nee. Das muss niemanden, der sich um die Tiere kümmert, ne? Die können das nicht selbstständig futtern, weil hier draußen ist kein Essen mehr. Da draußen ist kein Essen mehr, weil es jetzt hier gelagert wird, gekühlt. Und ich weiß nicht, ob die Tiere zulassen will, dass sie ins Lager rennen, um sich zu Futter zu holen. Wir probieren das mal aus. Zone, Arbeitsgebiet erweitern, Tiere. Ich glaube, zum Beispiel Alligators. Ich glaube, zum Beispiel Alligators jagt einen Panther. Gewinnt ihr das? Gewinnt ihr natürlich nicht, der Vollidiot. Da soll mir mal einer erklären, Alter. Erstmal Godzilla retten. Meine Fresse, ey. Zono, du und deine Tiere. Du und deine Tiere. Kannst du bitte mitnehmen? Wenn du schon hier bist. Deine Tiere sind nur ein bisschen Selbstmord gefährdet, habe ich so das Gefühl. Ehrlich gesagt. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Die ist fast wieder drauf gegangen, ne? Oh, so ein Kackgame. Auer bei der Hand. Dann spielst du doch nicht mehr, wenn das so problematisch ist. Moment. Gibst du dem gerade richtig gutes Essen? Ich glaube, dem Paar Alpaka wurde gerade eine richtig gute Mahlzeit verabreicht. Obwohl wir noch normale Mahlzeiten haben. What the fuck? Was machst du als... Inventar? Ne, betet. Ich bete? Als ob ich gläubig bin. Oh Gott. Als ob ich gläubig bin. Okay. Okay. Das Risikozusammenbruch leicht. Bedürfnis. Zurückgewiesen von Lumama. Hör auf mit Lumama zu flirten, Mann. Die heiraten bald. Die sind verlobt. Weiß gar nicht, wo... Können wir das sinnvoll... Es gab irgendwo... Äh... Diverses? Hochzeitsplatz. Wo feiern wir denn? Wir feiern hier drin. So viel da sind wir nicht. Wir feiern hier drin. Godzilla kann wieder laufen. Sehr gut. Lumama, du musst mal durchfegen hier. Widerstand hat sich geändert. Okay. Alpaka ist vollständig geheilt. Sehr gut. Du müsstest eigentlich demnächst... Jo, 93%. Du müsstest demnächst Wolle geben. Ozu ist toll. Das hat mich eben schon wieder so aggressiv gemacht, dass ich auf den Tisch geschlagen habe. Die arme Tischplatte. Also dann spielst du aber Ozu irgendwie falsch, oder? Solltest du dich nicht Spaß haben an Ozu? Wird es nicht sinnvoller? Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass hier mal die Sachen... ...nicht weiter verfallen. Ja, weil die ist schon ziemlich durch dadurch. Die haben eigentlich Geschenke gekriegt mit, glaube ich, 100%. Aber wir haben immer noch kein Holz. Zuno, warst du nicht dran mit Holzhacken? Aha, Zuno ist weiter am Holzhacken. Lumama hat keine Zeit dafür. Lumama muss Pflanzen machen. Das wäre so gut, wenn ein Fuchs herkommen würde. Die können den ganzen Tag Holzhacken. Nur Holzhacken. Go for it. Hässliche Umgebung. Mein Haustier starb. Zurückgewiesen. Verschwitzt. Alles Kacke. Das ganze Leben ist scheiße. Manja. Weißt du nur. Das ganze Leben ist Kacke. Aber hier erholt sich, glaube ich, immer ein bisschen, oder? Wobei die Stimmung ändert sich nicht so viel. Unansehliche Umgebung. Das ist doch gar nicht wahr. Wir müssen, glaube ich, wirklich Wände bauen. Ich glaube, die mögen den Rohbehaulen Stein nicht so gerne. Insgesamt. Wenn man seit einem dreiviertel Jahr bei vier Sternen stuckt, man einfach nicht weiterkommt, man dann aber Maps spielt, wo man weiß, dass man die easy FC'n könnte. Also wo man FC'n ist. Wenn man die trotzdem irgendwo shit misst, macht das einen schon wenig aggressiv. Also zumindest mich. Ein bisschen würde ich selber frustrieren. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das sollte ich zumindest nicht allzu sehr frustrieren. Also nicht aggressiv machen. So rum. Aber frustrieren, ja. Ach, vollkommen. Das Kochen dauert echt lange. Holy moly. Das dauert echt lange. Wir sollten immer noch Benzin... Wir können wieder einen Händler gebrauchen, Leute. Händler, wie wär's? Komm mal vorbei. Wir wollen Benzin verkaufen. Ich will nicht mehr, was ich machen soll. Rimworld spielen. Rimworld läuft auf jedem PC. Das ist so eine einfache Grafik. Das läuft auf jedem PC. Kann ich sehr gut empfehlen. Das läuft wahrscheinlich sogar auf Lumis Netbook. Und das Netbook ist 10 Jahre alt. Wir müssen so ein bisschen mit Tieren beschäftigen eigentlich. Anstatt mit... Mit Dingensbumsen. Wir müssen sich eigentlich um das Tiertraining kümmern, glaube ich. Sehr wichtiger. Also müssen wir es wieder sauber machen, wa? Oben ist es zu sauber machen. So, wenn dann. So, wir wollten aber weiter Produktion... Ne, die Künstlerwerkstatt ist ja hier sogar im Bau. Kein Material Holz. Ist doch schon geliefert. Ich bin verwirrt. Benzu trinkt einen Kaffee und geht weiter Outrider. Sorry. Hättest du Interesse, ein wenig Panzer zu fahren oder machst du gerade schon was anderes? Achso. Stimmt. Xen hat, glaube ich, ewig kein Panzer mehr gefahren. Wenn ich mich richtig erinnere. Noch wach zu werden. Das hätte ich mit dem Kaffee gar nicht vermutet, dass du versuchst wach zu werden. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, wir müssen Ben, glaube ich, mal wieder vom Kochen befreien. Damit er weiter forscht. Damit wir die Solaranlage kriegen für mehr Strom. Die müssen uns bloß überlegen, wo wir die hinstellen. Weil die mögen sie auch nicht sehen. Die ist für die auch hässlich. Und wir können die versuchen, irgendwo hier unten rechts hinzustellen. Und hier ein Stromkabel hochzuziehen. schon etwas her. Ich trinke immer Kaffee. Ha. So. Mal ein bisschen vorspulen hier. Ist irgendwer von meinen Leuten eigentlich für Handwerk zuständig? Schmiedenkunsthandwerker. Ja, halt auch Ben Paar. Dadurch werden wir halt nie die Steine kriegen, die ich hier unten aufdrage geben. Die Marmorsteine. Weil der halt forschen muss aktuell. Er muss forschen. Er muss kochen. Er muss Sachen aufbauen. Cargopods. Weapons. Oh, 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 oh. Wow. Hm. Da hätte ich mir ja mehr erwünscht. Da hätte ich mir ja mehr erwünscht. Kostet 30 Euro. Und auch wenn mein Rechner so schlecht ist, schaue ich doch eher nach Grafik. Und wir sprechen diese und es bleiben zu meinen Pixel-Games. Wie Rimm würde ich ahnen. Tja. Dann ist natürlich ungünstig. Gibst du eigentlich irgendwas? Nee. Tapir geben nix. Tapir geben keine Nahrungsmittel. Ich darf mir übrigens komplett trainieren, bitte. King Kong Gorilla auch. Boomaloobe schützen. Alpaka und Boomaloobe müssen nicht auf beschützen trainiert werden. Können hier noch ein paar Alpakas zähmen. Boomaloobe haben wir ein Weibchen, glaube ich, mehr als Männchen. Oder was haben wir denn jetzt eigentlich für ein Alpaka? Männchen. Oh, da haben wir es ausgeglichen sogar. Kopie bauen. Ich glaube, wir wollen das sogar doppelt machen außen. Blöderweise. Damit die sich besser trennen. Und vor allem wegen Feuer. Ich glaube, das hilft gegen Feuer, wenn du so ein Beton der Ring drumherum baust. Es soll ja nicht schön sein, sondern sich toll spielen lassen. Aber wenn man auf so Spielen nicht steht, ist es nur mal so, ja. Es ist vollkommen fein. Animal Transport Crash. Ein Elefant. Du Mama, rette Tutu. Tutu. Auf geht's, du Mama. Rette Tutu. Wer hätte noch Tutu im Rest geben können? Zähmen. Kannst du mal... Naja, dann kann ich ja kein Holz. So eine Kacke. Okay. Wir haben wieder kein Holz. Tutu den Rest geben. Kann Tier nicht zähmen, Tier bewusstlos. Hm. Hilft es eigentlich, wenn die Tiere angeschlagen sind, dass ich die einfacher zähmen kann, wenn ich die gerettet habe? Bin mir nicht so ganz sicher bis jetzt. Ehrlich gesagt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Wie da Einfluss auf die Zehen wahrscheinlich kann. Rescues, Animal, join. The Animal you rescues, join in the Colony. Jawohl. Wir haben einen Elefanten. Wir haben einfach einen Elefanten. Wie geil ist das denn? Ich denke schon. Ich glaube, die haben einfach generell, wenn die Rescues eine Chance, dass sie joinen. Wobei das nur bei diesem Event ist. Wenn du normal ein angeschlagenes Tier hast. Ich habe zum Beispiel einen Jaguar zweimal gerettet heute. Weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich dann die Chance, dass sie mit, dass sie joinen. Aber Pushtekuchen. Komplett Pushtekuchen. 12,7 geändert. Quest aktiv. Eisler's Long Forgotten Ruins. Eisler, Razzurzender aus Südostitior, informt uns about the location of an old Ruin-Komplex near Österreich. These Ruins can contain anything from Crypto-Sleep-Caskets and Arco-Tag-Artefacts to rare Weapons and Armors. Be careful, as these ancient ruins are certainly defended by a number of threats. We should be prepared for anything. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde, weil ich habe einfach nicht genug Menschen, um überhaupt meine Kolonie am Laufen zu halten, so richtig. Ich habe einfach keine Option, da hin zu sprinten mit genug Leuten. Aktuell. Die Kronenlisten versammeln sich, um die Hochzeit von Lumama und Benpa zu feiern. Ne, Xili? Weil Lumama und Benpa sind schon verlobt gewesen jetzt. Oh, wow. Wir müssen aber der Dunkelheit feiern. Wir haben kein Holz verfackelt. Und auch kein Holz mehr für die Kühlung. Das ist ein bisschen Shit. Oh, Kacke. Das wird so los Herz brechen. Ne, ich glaube, wir sind immer alle happy, wenn die Hochzeit stattfindet. Tatsächlich. Ich glaube, wir sind immer alle happy. Wir können aber trotzdem mal Temperatur... Wir haben aktuell noch genug. Deswegen würde ich mal hier Kühlung so rum hier hinbauen dann noch. Oder noch planen, besser gesagt. Gut, das ist schon vorbei. Beendet. So, jetzt müsste aber eigentlich... Hier, hat eine Kramats entspannt ohne Tisch gegessen? Nein. Ach doch, hier war auf einer Hochzeit. Plus 20. Also das sind immer alle happy, wenn sie auf einer Hochzeit sind. Am Ende. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier eine bessere Waffe ist. Nahkampfschaden pro Sekunde 4,86. Sie hat in ihrem Inventar ein... Was da? 8,98. Ist das... Griff, Wucht, Klinge, Schnitt, Spitze. Durchschnitt ist Arkenstand pro Sekunde, wenn jeder Angriff trifft. Nachkampfrüstungsrichtung 19. Usable Shields, yes. Also dann ist die... Der Knüppel aus Granit aber viel, viel schlechter als ein Messer. Und die Throwing Axe geht einfach vor die Hunde, weil sie draußen gelagert wird. Shit. I guess. Mir fehlt halt wirklich Holz noch, ne? Und wir kommen nicht zum Holzhacken. Ich muss mal irgendwie hier... Du musst gleich wieder Waldarbeit machen mit... Waldarbeit... Waldarbeit... Auf geht's. Brauchen Holz. Aber ich... Die müssen alle mehr machen. Ich hab nur drei Leute. Ich kann nicht einen nur fürs Holzhacken abstellen. Aber ich hab grad die Prio deswegen gerade erhöht sogar. Und ich seh gerade, ich hab hier bisschen Quatsch gemacht. Zone verkleinern. Weil ich hab die auch... Hab den Betonboden in die Zone reingebaut. Also Moment mal, das ist auch Quatsch. Ach nee doch, das ist das Rauchblatt. Hm. Für Happiness war das, ja. Moment, woher liegt denn hier rum? Alpakawolle. Schnell tragen. Die darf nicht kaputt gehen, bitte. Wir brauchen halt das Holz eigentlich, um das hier zuzumachen, damit hier endlich mal nicht die ganze Quatsch verfällt. Dammit. Sohne eigentlich immer noch... Der ist immer noch traurig, weil sein Haus die geschoben ist. Zwei Tage noch. Ey, dann läuft das ab. Dann ist Sohne auch wieder ein bisschen fröhlicher. Die Hochzeit hat uns, glaub ich, jetzt ein bisschen den Arsch gerade für die nächsten zwei Tage. Das sollte ne weiter vorhalten, oder? Jo, zehn Tage hält das vor, dass wir auch eine Hochzeit waren. Moment, kannst du bitte dann aber das hier priorisieren, wenn schon die Wand aufgerissen wird? Weil sonst ist es ein bisschen Quark. Sonst ist nämlich die Wand die ganze Zeit offen. So, jetzt haben wir hier im Inneren. Und Ziel, 21 Grad, sollte ziemlich passen, Junge. Tierkrankheit, Seuche. Oh, oh. Tutu, nein! Tutu hat sich... Oh, Qualität, 28 Prozent, Behandlung ist nicht so geil. Menschenjagendes Rudel. Ska, ja, okay. Menschenjagende wilde... Wilde Gänse. Menschenjagende wilde Gänse. Eieieiei. Oh, hier ist übrigens die ganze Zeit die Cobra am Killen. Das sehe ich jetzt erst. Hier liegen noch mehr kleine Viech da. Menschenjagende wilde Gänse. Ja, geil. Ähm, wir müssen hier kämpfen. Was? Könnte ich nicht... Nicht da hinschicken? Vielleicht würde ich lieber dich da hinschicken. Dich da hinschicken. Das ist eine wilde Cobra, die da so riot geht. Ich habe keine Cobra bisher. Ah, die Cobra greifen die Gänse. Ha! Yes! Das ist ja doch geiler. Wo ist die andere hin? Wo ist das andere Viehchen? Nee, die ist nicht gestorben. Doch, tot seit weniger als einem Tag. Hä? Ich glaube, das ist durch mit dem Menschenjagendem Rudel. Ich wurde einfach von den wilden Kobras verteidigt hier. In Kobras kann man doch... Kann man Kobras sinnvoll zähmen? Nicht, oder? Das ist halt... Hier, das ist irgendwie Skaya drauf, oder? Sollte ich das nicht sehen? Verrotten, verrotten, aber nicht überdacht im Freien. Aber die ist so komisch rot. Deswegen sollte ich die, glaube ich, nicht nehmen. Ich bin verwirrt. So, Ben, kannst du dich hinten fertig bauen? Machst du das schon? Sieht ein bisschen so noch aus? Jo. Please, bau die Wand fertig. Jawohl! Es verrottet nicht mehr, weil es nicht mehr am Freien ist. Ja, geil. Geil, geil, geil. Ja, den kann ich ja abreißen, wenn jetzt nicht in der Wand steht. Dann kriege ich noch ein bisschen Holz zurück. Irgendwie kaut mein Auge jetzt. So, Ben, ein paar auffüllen, auffüllen. Das hier kann ich wieder abreißen. Und die sollte mal bitte schnell jemanden reintragen, wenn ich hier ein bisschen Holz habe hier. Ich könnte demnächst sogar... Nee, das ist... Ich bin auch 95% gewachsen. Ich könnte demnächst wieder... Kräutermedizin haben. Das wäre auch so nice. Meint hierhin komme ich gar nicht mehr ran, wa? Wenn ich das hier habe. Ich muss das so einbauen. Ich glaube, sonst kann ich das da hinten nicht mehr auffüllen. So, bauen wir mein Kunstding hier. Dann brauchen wir Marmor... Ähm... Marmorsteine eigentlich, um die Kunstsachen zu bauen. Das wird problematisch. Das wird problematisch. So, wie sieht es denn hier bei dir aus? 29% Rekrutierungschance. Rekrutierungsgeschwindigkeit 84%. Gefängsauswuch sind da bei 60 Tage. Ich habe ja eigentlich voll das nette Hütchen eingerichtet, ne? Gehen wir da, wir kommen zurück. Aber ich habe auch jetzt ewig keinen Händler mehr. Seitdem ich das Gold abgebaut habe, kam kein Händler mehr zu mir. So eine Schweinerei, ey. Würde ich nicht das Essen draußen liegen lassen? Das wäre echt nett. So, wenn wir so ein bisschen zum Holzfäller degradiert wurden, wa? Tut mir leid. Aber ich brauche das Holz einfach. Tut mir ein bisschen leid. Achso, das sind die Fliesen mit unterschiedlichen Zonen drauf. War schon irritiert. Ich glaube, wenn ich ein Spiel gefunden habe, was ich spielen kann, müsste ich mir, wenn es mir gefällt, nur noch kaufen. Was für ein Spiel hast du denn gefunden, was dir gefallen könnte? Gestörter Schlaf. Was habe ich denn in den Schlaf gestört? Ach, weil ich aufgefüllt habe, ne? Oh, damn it. So, achso, was ich hier reinbauen wollte, war ein einfachen Nähtisch, glaube ich. Ein Arbeitstisch, in dem diverse Kleinstrom mit Hilfe funktioniert auch ohne Strom, aber dann mit 50% normalen Geschwindigkeit. Okay, also ich kann einfach einen elektrischen Nähtisch bauen, der ist genauso wie ein normaler Nähtisch. Wenn er nicht elektrisch, also keine Elektrizität hat. Und wenn er Elektrizität hat, ist er halt doppelt so schnell. Das ist doch ganz ein geiler Ausblick eigentlich. Ich werde, glaube ich, demnächst, glaube ich, mal wieder ein bisschen forschen müssen hier. Ich muss mich, glaube ich, mal wieder Forschung priorisieren. Weil wir die Solaranlage brauchen für mehr Strom. Dann können wir nämlich auf elektrisches Licht und auf deutlich mehr Kühlung umbauen. Alpaka wurde gezähmt. Yes. Yes, ja. Animal Hero of the Empire of Tooth. Da haben wir auch jemanden, mit dem wir handeln können. Geil. Wir werden ein paar Tage in der Kolonien verbleiben, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. What? Oh, nö, den kann man nicht handeln. Dammit. Ist publische Wochen von Paradox und da ist City Sky Nights eine 80%-Avolution. Das kann man in der Woche auch kostenlos runterladen. Ich lasse es mir gerade runter und wenn es mir gefällt, kaufe ich das. Bist du nur bei der Aral in der Steam-Karte holen. City Sky Nights ist ein gutes Spiel. Das kann ich empfehlen. Das macht insgesamt, wird auch nicht die Medizin draußen liegen lassen, macht insgesamt Spaß. Das kann ich unterschreiben. Das kann ich auch empfehlen. Mit gutem Gewissen. Ich weiß nicht, wie notwendig die Erweiterungen sind. Ehrlich gesagt. Wie ich Battlefield 4, da weiß ich, dass es bei mir läuft. Battlefield 4 ist auch noch ein... Doch, mit dem kann ich handeln. Warum hat er mir nicht gesagt, dass die Waren dabei haben, dass ich mir den handeln kann. So, ich kann mal jetzt zum Beispiel Trockenfutter kaufen. Gold kann ich wahrscheinlich nicht kaufen, ne. Gold wollen die nicht haben. Mein Gold wollen die nicht haben. Was ich 800 habe, ey. Stahl auch nicht. Alpakas, Kamel, Kamel, Mutterschaf. Aber keine Schafe, um die zu schwängern. Alpaka, Wolle, Tiger, Leder. Großkatzenfell. Echsenleder. Ich verkaufe mal das Echsenleder, weil das kann man, glaube ich, eh nichts draus machen. Glattes Leder. Man hat mich in Schweineleder hergekriegt. Großkatzenfell. Holz. Ey, Holz kann ich von denen kaufen. 162 Stück für 1,45 Stück. Ja. Das lohnt sich irgendwie nicht. Ups. Aber verkaufen wir es bitte auch nicht. Ich könnte euch ein Alpakamännchen verkaufen. Aber ich habe jetzt gerade das Alpakameibchen gekriegt. Ne. Wobei das halt auch Wolle gibt, ne. Stoff, Trockenfutter. Ich habe nicht herausgefunden, wie ich Trockenfutter herstelle. Ehrlich gesagt. Ich hätte vielleicht mal doch dann irgendwann Heu anbauen müssen. Waffe. Erweiterung sind, nachdem man sie seine erste 1.000.000 Einwunschung hat. Interessant. Aber die DLCs machen auf jeden Fall auch Bock. Ich glaube, ich habe ein paar DLCs. Und ich fand die ein paar davon. Ich glaube, After Dark oder sowas fand ich ganz cool. Auch vorher schon. Heu und Fleisch. Ich weiß noch nicht, wie ich ein gutes Tier-Essen-Lager einrichte. Oder kann ich einfach Trockenfutter herstellen machen, dann aus Heu-Fleisch. Kannst du mal das Auffüllen priorisieren? Ich weiß auf jeden Fall, dass es übrigens über Egg jetzt interagieren kann mit Dingen. Das ist auch relativ wichtig. Damit die Damen wieder Licht hat. Sonst ist, glaube ich, ihre Laune schlecht. Alpaka 3. Sehr gut. Dann haben wir noch einen Alpaka. Wir werden einfach die Alpaka-Wollen-Wollhändler. Das ist jetzt auch relativ gut. Wenn wir halt nicht kochen, verbrauchen wir halt fast keinen Strom. Also passiver Stromverbrauch ist halt nicht wirklich vorhanden. Man muss übrigens die Tiere wieder... Ihr Tutut. Umalup. Ach nee, und die beiden Alpakas sind alles Tierzonen, bitte. Heu kann ich ja hier drüber anbauen, theoretisch, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Wie lange liegt denn das schon hier rum? Bin mir nur nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Alpaka wurde gezähmt. Alpaka 4. Direkt wieder hier. Nicht unbegrenzt. Okay, jetzt haben wir glaube ich jede Menge Alpakas. Wenn die alle mal mit ihrer Wolle durch sind, soll es ordentlich Alpaka-Wolle geben. Du bist nicht weiblich, ne? Dementsprechend wirst du kein Ei machen, ne? Du bist ein männlicher Alligator. Dammit. Das Tier... Was? Das Tier kann frei... Trainierbarkeit mittel... Um ferne Ziele anzugreifen. Oh no! Den Alligator kannst du nicht so gut trainieren. Ach, dammit. Dammit. Ja, dann ist es blöd. Das ist nicht so geil. Insgesamt. Ich hätte gern einen Fuchs. Die würde so viel... Ohne Tisch gegessen. Nackt, hungrig. Habe ich noch Klamotten? Ich glaube, ich habe keine Klamotten, die ich hier geben kann, ne? Du bist nackt angekommen. Dafür kann ich doch nichts, dass du jetzt nackt bist. Damit habe ich nichts zu tun. Alpaka 5 jetzt. So, jetzt legst du dich aber los, ey. Alpaka, 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 Alpaka. Wird richtig rein alpakat. Holy shit, ey. Haben wir eine ganze Alpaka-Familie. Und Tutu. Risiko zusammenbrucht leicht. Immer noch so, nur. Sehr hungrig. Ja, dann isst was. Wir haben doch genug Essen. Dann isst doch was. Oder haben wir nicht? Ne, wir haben gar nicht so viel zu essen. Wir haben gerade mal 5 einfache Essen da. Da müssen wir ein bisschen jagen gehen, ne? Wir haben kein Fleisch. Wir haben kein Fleisch mehr. Finde ich unbedingt Elefanten und Nasehunde jagen. Lass doch Wildschwein jagen. Ja, mal drei Wildschwein-Männchen jagen. Dann haben wir wieder Fleisch. Uns fehlt nämlich aktuell gerade das Fleisch. Für die guten Essen. Schlachten. Ich will nicht meine Alpakas schlachten. Die geben Alpaka-Wolle. Ich habe noch nicht mal Klamotten angefangen herzustellen. Die brauche ich also noch. Hier oben ist der Schneidertisch noch in Bearbeitung. Lass mich, Xeli. Als ob ich jetzt einfach meine Alpakas zu schlachten bin. Ich bin froh, dass ich mich hier habe. Ich bin froh, dass ich mich hier habe. Aber Fleisch! Nee, nee. So wird das nix. So wird das hier nix. So, wir forschen weiter. Eher dadurch, dass wir uns halt nicht aus. Das Kroko kann man doch eh nur doof trainieren. Aber das ist ein Kroko! Das ist unser Inspirations-Kroko. Das hat Sono mit seinen inspirierten Zähmungen gezähmt. So eine Nahrungsmittelvergiftung. Einfach unfähiger Koch. Ja, Lumi. Solange ich hier gekocht habe, war es höchstens wegen einem verschmutzten Arbeitsplatz. Sobald Lumi kocht, ist hier unfähiger Koch und Nahrungsmittelvergiftung. Kroko schmeckt gut. Machen wir mal wirklich Nahrungsmittelknappheit haben, glaube ich. Aktuell haben wir halt noch relativ viele Nahrungsmittel, die wir verarbeiten können. Solaranlage fertig. Forschungsmenü. Was machen wir jetzt? Was sind Hydrokulturen? Um Nutzpflanzen in geschlossenen Räumen unabhängig von Bodenbeschaffung und Wetter zu kultivieren. Ah. Sprengfallen. Improvisierte EMP. B-Falle. Löschschaumfalle. Wasserradgenerator. An Flüssen. Moment, wo habe ich denn Flüssen? Wo habe ich denn Flüsse? Oh, eine Tür, die automatisch öffnet, wenn sich jemand nähert, um einen verzögerungsfreien Durchgang zu gewährleisten. Biokraftstoff. Schadelfrei. Heavy Flamer. Bio Treibstoff Raffinerie. Biologisch Material. Holz. Geothermie. Löschschaum. Löschschaumgranate. Löschschaumwerfer. Farbige Beleuchtung. Überlebensration. Sterile. Ich glaube, sterile Materialien sind relativ wichtig für die Küche eigentlich. Um Reihenräume zu schaffen, in denen medizinische Behandlung, Forschung und Zubereinung von Masern sicher und effektiver. Genau. Ich glaube, die Sterile Materialien wären das, glaube ich, ziemlich wichtig. Und die Möglichkeit von Krokotaschen. Ach, ihr seid so Anti-Kroko. Ist ja Wahnsinn. Oder halt Schmieden. Teppichherstellung. Psychoidbrauen. Bogen. Bäume anpflanzen brauche ich für Holz. Ich brauche Bäume anpflanzen für Holz. Oder Bierbrauen. Nee, Bäume anpflanzen für Holz. Beekeeping. What? Handtasche und Schuhe für Lumama. Wir haben noch nicht mal eine Stelle, wo wir irgendwas schneidern können. Ganz langsam. So lange lebt Ali de Godzilla noch. Das Sono gar nichts dazu schreibt, würde mich das bestimmt noch zocken. Hier, Lumama, du hast sogar sich selber vergiftet mit Lebensmitteln. Ach, Mann. Zutaten, Reis. Prime-Mate, Meat und Beeren. Reis und Beeren. Das sollten wir doch abreißen. Moment, kannst du denn mal wieder abreißen? Passive Kühlung hier. Ist einfach nur ein Weg. Braucht man nicht mehr. Reisende Fraktion, The Empire of Town. Ich zockt Dark Souls 2 nebenbei. Was wollt ihr mit Godzilla? Schlachten! Ja, hier reden wir zwei böse Stimmen. Sitzen auf meinen Schultern und sagen, ich soll Godzilla schlachten. Weil es Fleisch gibt und damit Lumi Handtaschen kriegt. So ungefähr. Können übrigens hier mal forschen wie auf zwei stellen. Und das auch. Dann kann der aber auf Kochen auf eins. Aber kann ich glaube ich trotzdem weitermachen. Unfähiger Koch. Weil Essen und Krokodilliffel, Schuh und Handtasche Blumen war genau. Ich hab ja gar nichts mehr markiert, ne? Befehle. Holzhacken. Hier könnte man den Sumpf freiräumen. Behandlung benötigt. Aber mein Asthma ist wieder in Behandlungsnot, wa? Ja. Mein Asthma muss wieder behandelt werden, theoretisch. Liebsterbein hat das Auffüllen und sowas. Das macht halt niemand. Kochen fünf, kochen elf. Feldarbeit ist schon dein Hauptjob. Bauen. Ich glaube zu bauen ist nicht mehr viel, oder? Doch, zu bauen ist immer noch jede Menge. Feldarbeit. Der brennt halt. Ich brenne halt für Feldarbeit. Aber ich darf es einfach nicht tun. Ich darf nur Sachen bauen. Ach, dammit. Schmieden, schneidern ist dann auch wieder meine Aufgabe. Und Handwerk auch. Eine absolute Katastrophe, dass ich das alles gleichzeitig selber tun muss. Also, dass ich das alles... Wo bist du? Blumen... Blumenma ist aber Arsch langsam. Schmerzen stark. Ganze... Ah, Lebensmittelvergiftung. Ja. Deswegen ist es so langsam. Ah, klar. Ich würde doch gleich wieder irgendwo hinkotzen. Was mache ich denn hier? Ruht sich aus, wartet, ruht sich aus, wartet, ruht sich aus, wartet. What the fuck? Ich befreie mich mal kurz aus dem komischen... Loop da. Aus dem Loop-di-Loop. Das war ein Bug. Der Bug kommt aber wieder. Benötigt Holz. Nicht priorisierbar, Forschung erfolgt langfristig. What? What? Forschung nicht priorisierbar, Forschung erfolgt langfristig? Also, ich kann gerade nicht forschen, weil ich nicht inspiriert bin, oder what? Ich bin verwirrt. Ich glaube, die Tiere futtern das schon weg. Ich wüsste gerne mal, was da gerade rumbugt bei mir. Ich wüsste gerne mal, was da rumbugt. Soviel zu meiner Priorisierung, die ich gerade schon angeklickt habe. Was regnet zum Glück, da ist nicht viel zu tun. Das ist eigentlich ganz geil. Wachstumsrate. Hab ich echt so spät erst gesehen, dann die anderen. Krass. Ist ja Cross. Was geht denn hier ab? Irgendwas ist hier komplett am auspacken. Bin ich wieder wo hingegangen? Esse ich wieder und dann gehe ich wieder pennen und mache Dinge, oder what? Okay, Moment. Speichern zum Hauptmenü. Ich habe das Gefühl, hier hat sich irgendwas... irgendwas komplett daneben verhalten. Verhalten, ja. Also im Grunde gehe ich natürlich als Patient dort rein, lege mich hin, aber dann stehe ich direkt wieder auf. Das ist... Huh? Feuer? Nee, Feuer soll es nicht sein. So, der Quatsch... Watt. Was steht jetzt hier? Hab ich hier Dinge im Inventar gehabt, oder was? Hab ich Essen dabei gehabt? Und Leder? Wo kommt das denn jetzt her? Ich bin verwirrt. Okay, jetzt schla... Es ruht sich aus. Okay, das ist ja vollkommen fein. Dann kann ich auch jetzt behandelt werden. Yes. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Und ich dachte schon, hier sind Dinge passiert, oder? Laten wir mal halt mal neu. So, Ben passt wieder am Kochen. Ich brauche mal die Sachen fertig hier, damit hier mal die Baustelle wegkommt. Jawohl. Tierkrankheit, Seuche. Alpaka 1, 2, 3 und 4. Behandle mal direkt die Seuche hier. Wir haben genau eine Kräutermedizin. Ja, geil. Alle schlachten. Tatsächlich wäre das eine Alternative, wenn sie nicht erholen. Aber eigentlich würde ich die Alpaka's behalten. Ich glaube, ich habe das alle dann erwischt zum Behandeln. Aber ich habe halt keine Medizin mehr. Das ist die Qualität der Behandlung natürlich nicht so geil. Behandlung erlischt in 2,1 Tagen. Nächste Behandlung in 1,9 Tagen. Feuer? Oh oh. Oh oh. Dann wecken wir euch halt so. Sollte ich eine Tapir-Leiche tragen, die da verbrennt. Ja, Lieblingsfrisuren. Ganz wichtig, während ihr gerade den Buschbrand löscht. Oh, wir haben einen Ambrosia eingefunden. Uh, da gibt es gutes Rauschmittel. Werde ich gerade, wenn ich jetzt mal sehe, was hier unten abgeht. Ja, Sonne, guck da zu, ne. Sonne, chillt. Macht ein bisschen sauber. Kannst du es mal bitte nicht sauber machen jetzt, Sonne. Der stellt sich einfach rein und kehrt ein bisschen den Dreck weg. Könnt ihr das hier oben priorisieren? Nein, macht schon, ne. Ihr könnt das nicht so gut priorisieren. Also gut, dass ich jetzt hier Beton drum herum gezogen habe. Aber wenn das hier hoch wächst, habe ich halt ein Problem. Ich müsste von oben angehen, bitte. Von der Seite. Wenn das nicht in mich reinbrennt. Vor allem hier drüben. Das wird eine ganz schöne Arbeit. Also ich darf hier nicht putzen. Da gehe ich halt wieder. Ja, so ungefähr. Dass ich hier nicht sagen kann, welches Feuer sie zuerst machen sollen. Das ist ein bisschen nervig, hätte ich gesagt. Ich muss sie immer mit dem Kampfmodus irgendwo hinschicken. Und dann... Nicht im Heimat... Ach, fickt euch. Die gehen eben halt nur Feuer im Heimatgebiet, ne. Hallo, Xan. Wunderschönen guten Morgen. Oh, hier könnte es noch durchbrennen. Hier habe ich noch nicht den Beton fertig gemacht. Aber es regnet. Der Regen sollte mir helfen, das in unsere Kontrolle zu kriegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss leider meine Leute jetzt mitten in der Nacht wecken, ey. Dafür. Ich muss dann hier, glaube ich, doch nochmal... Böden, Beton... Drum rumziehen. Damit es, äh... Klar geht. Und nicht mir die Sachen abfackeln. Sonst werde ich meine Batterie nämlich, glaube ich, auch abfackeln. Hm. Ich darf's auch nur bis hier hinbauen. Shit. Die Reimers erinnern mich total an... Terran Themes aus Starcraft. In Starcraft 2, good old times. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. Stimmt, das hat mir wirklich einen Arsch gerettet. Wenn das hier weiter gebrannt hätte, hätte ich ein riesiges Problem gekriegt. Äh, Alpaka 6 haben wir jetzt. Also Alpaka... Sind wir gut dabei. Vielleicht soll ich doch mal ein männliches Alpaka killen. Welches davon hatte? Hier, affected by Seuche. Weibchen. Nee. Weibchen. Nee. Männchen. Effective by Seuche. Schlachten. Sehr gut. So, nur wäre der Typ, der das schlachten müsste. So, nur ist unser Schlachter. Ach. John. Warum bist du so fies? Moment, hab ich das so hatte. Das ist doch gemein. Eigentlich sollte Text-to-Speech kommen. Mit so erledigt. Aber danke, Xeli, für deine Unterstützung. Für den Prime-Sub. Im 24. Monat. Zweijähriges. BDSM bin ich absolut für. Darf ich dich also quälen, Xan, ja? Wenn du für BDSM bist. Deswegen bist du wahrscheinlich auch hier, ne? Weil du gar nicht gequält wirst. Stimmt. So, wo ist das Feuer hier abgewehrt? Das ist aber gehört. Debate. Ich hab nicht gebetet. Ja, Xan hat gebetet. Und ich hab extra gesagt, nein, steht nicht im Mod-Vertrag. Also, ich fühl mich hier gar nicht angesprochen. Mein längstes Abo. Krass. Ich fühl mich tatsächlich geehrt, Xeli. Chapeau und so. Guten Appetit, Xono. Wenn ich mir denn Dark Souls-Fähigkeiten ansehe, dann ist das schon masochistisch. Wow. Wieso geht mein Prime wieder frei? Ja, siehst du. Xander erfüllt nur seine Pflichten, Leute an ihre Primes-Ups zu erinnern. Also alles vollkommen legitim. Wenn hier mal die... Irgendwie die Dach-Bau-Zone verkackt. Nee, so hochgroß wurde ich's nicht. Ja, er hat's wieder mal gepackt. Okay, irgendwie ist das... ...nicht so geil, wenn hier die Tiere so oft rein und rauslatschen, glaube ich. Wir werden das doch wieder anders machen müssen. Arbeitsgebiet verkleinert hier. Ihr müsst raus. Tut mir leid. Können wir nicht verantworten. Und hier müssen zwei Tiere geschlachtet werden. Oder gesagt... ...auseinandergenommen werden. Er fuhrt erst mal. Okay, du machst das. Sehr gut. Warum hat immer noch Holz, ne? Holz, Holz, Holz. Holzi, Holz. Seitdem Sono nicht mehr... ...nicht mehr Waldarbeit macht... ...ist das blöd geworden. Sono, your job. Waldarbeiten machen. Ich will mal ein Holz. Ja, so ungefähr, weil wir brauchen's halt dringend. Die größte Knappheit, die wir in dem ganzen Spiel haben, obwohl es eigentlich das einfachste ist, herzustellen. Oder wiederzukriegen, besser gesagt. Aber ist trotzdem das größte Problem. Drei Bewohner und 24.000 Tiere. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist wieso eigentlich ein Zoo? Ne, die... Die Tiere helfen mir halt. Das ist ja gerade hier rausgelaufen. Sonnenfinsternis. Ja gut, das ist uns egal. Außer, dass die Leute es kacke finden, dass es dunkel ist. Und ist das, glaube ich, egal. So, da war der Nächste. Jetzt haben wir hier Kamelhaut und Schweine. Wo haben wir denn Kamelhaut hin und her? Wo haben wir denn Kamelhaut her? Egal. Irgendwann haben wir wohl einen Kamel geschlachtet. Nicht ganz klar wo, aber wir haben einen Kamel geschlachtet. So, haben wir hier jetzt hier Schweinefleisch, Apakafleisch, Beeren und Beeren frisch. Frische Beeren? Und hier haben wir Schweinefleisch, Beeren, frisch. Achso, das steht immer nur da, dass es... Achso, das hat die Eigenschaft, dass es frisch ist. Okay. Ja, das ist das Feind. So, Sonne ist wieder am Holz hacken. Leider, wie gesagt, dafür abkommandiert. Weil der Einzige ist, der gerade nichts permanent zu tun hat. Und entsprechend der Einzige ist, der wirklich dafür sorgen kann, dass da Sachen getan werden. Ansonsten warten wir hier gerade viel auf das Dinge passieren und wir irgendwann einen Nähtisch haben und uns Klamotten bauen können. Wobei wir sind halt im sehr warmen Gebiet. Wir müssen gar nicht unbedingt Klamotten dick bauen. Das ist relativ okay. Ein Parker hilft, glaube ich, gegen Regen, ne? Mehr über Parker. Ein Parker, der in Träger sitzt bei tiefsten Temperaturen warm, hält. Nee. Parker ist nicht das, was wir brauchen. Jacke? Schuss vor Kratzer und Brennungen bietet und bei kaltem Wetter warm, hält. Nee, auch nicht. Gibt's irgendwas, was... Mehr über Cowboyhush. Hält der Hut Sonne und Regen ab. Ha-ha. 13 Minuten sind besser und ist es bei allen. Melonen, Mütze auch. Hopp. Wop, 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 wop. Hier passieren Dinge. Im Nahkampf angreifen, Leute. Auf geht's. So, nur braucht Behandlung. Moment, GroKo und so sind auch alle dabei. Lol. Godzilla und King Kong stehen hier mittendrin. Könnt ihr euch mal kurz hierhin positionieren? Oh Gott, das wollten wir nicht. No, 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 no. Nicht weiter angreifen. Ich... Nein, 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 nein. Ganz spannend. Rasen vor Wut, Fuchs. So will ich in Sichtfeld angreifen? Diese geschah aufgrund schlechter Laune aus. Das ist ein Fakt, aber starke Hungersnot. Oh. Ja gut, wenn niemand was zu essen gibt. Hast du Stahl, Cowboyhut und Staubmantel? Äh, ich hab Stahl, ja, hier. Das ist alles. Ich hab 1500 Stahl. Cowboyhut und Staubmantel? Hilft gegen... Hütte von Koyota. Schwere MP Meisterlicht. Oh, what? Das würde ich dann doch schon gern machen wollen. Das würde ich dann doch schon gern machen wollen. Also Cowboyhut muss ich wahrscheinlich machen. Moment, wo? Oh, hier. Besteck mit Wahn. Schick ich dir jetzt einfach... Nee, Sono ist verletzt. Den kann ich nicht einfach hinschicken. Ich müsste Banpa hinschicken. Oh, das ist aber nicht so ein guter Kämpfer. Und das ist eigentlich für alles notwendig hier. Ich kann eigentlich nur Sono hinschicken. Kannst du übrigens mal... Müssen wir mal so, du vor... Verhandeln, versorgen. Der verblutet nämlich in 12 Stunden. Kannst du dich hinlegen, bitte? Danke. Müssen wir mal gucken. Wenn Sono, glaube ich, wieder auf den Damm ist, wird man da mal hingehen. Auf jeden Fall. Was machst du denn du jetzt? Entspann dich mit anderen. Okay. Entspann dich halt erstmal. Imitiere mir das Mietschild. Aber dann müsste ich Sono... Ja, dann... Sono kann halt Godzilla und Dingens mitnehmen. Auf jeden Fall, ja. Wenn er sich wieder erholt hat. Gesundheit, Stable Health. Geht schon, geht schon, ja. Sollte drin sein. Aber Lumama und Banpa kann ich, glaube ich, einfach nicht mitnehmen. Ist einfach nicht drin. So, wir wollten aber hier gucken. Also Staubmantel, hast du gesagt, hilft dagegen. Staubmantel? Der Versonne- und Staubschütz steht hier nur. Steht nichts von Regen. Aber das wäre natürlich der Western-Style, ne. Mantel und Cowboy-Hut. Beer, Headdress, Yarl-Crow, Leather-Armor, Yarl-Cape. Zu-Clocked, topped with a broad furry mantle. Und uns im Satisfier, even the highest ranks of royalty. And offers surprising amount of insulation, even down to the legs. Also ich vermute mal, wir brauchen Cowboy-Hüter. Drei Stück, vier Stück. So, dann können wir eigentlich für ein Western-Outfit gehen, ne. Staubmantel, vier Stück. So, für it. Und die Tiere könnte man dann schon mitnehmen, ja. Aber ich würde erstmal warten, bis Sohne sich ordentlich erholt hat. Dass der wieder oben auf ist, komplett. Sonnenfinstens ist vorbei, dabei wird es erstmal dunkler. Auch geil. Sonnenfinstens ist vorbei, erstmal dunkler werden. Und irgendwann müssen wir wieder sauber machen. Nur mal ein Ben-Party, muss man glaube ich dann durchkehren. Oder durchwischen. Oh no, erholen sie sich. Okay, die fressen auch unser Getreide und so leer. Die Schweine. Die fressen unsere Heilpflanzen. Oh je. Ich sehe schon. Wir müssen mal kurz in der Zone was ändern. Arbeitsgebiet für kleine Tiere. Nicht die Pflanzen futter. Was soll das? Nicht euer Ding. Krankheit, Seuche. Alpaka, fünf. Ja. Gesund. Wann könnte ich schon nichts Tending haben? Aber das legt sich nicht hin. Also muss ich erstmal pennen gehen, damit ich es versuchen kann. So, Sono ist geheilt. Also. Äh, wo war's? Moment. Wie hab ich das gemacht? Da. Freige Quest von. Moment. Wie hab ich das nochmal gemacht? Hier, ne? Krawane formieren. Dahin. Drei Tage. Hinweisstandardwert. Derse Geschwindigkeit an Abweichen. Akzeptieren. So, wir wollen Sono mitnehmen. Und wir können Godzilla mitnehmen und King Kong als Unterstützung. Wobei, ich glaube, King Kong hat noch nicht gelernt, den zu retten, ne? Wenn ich mich nicht irre. Was ein bisschen ungünstig ist. Okay. Und wir haben das Problem, dass wir zu viel Gewicht haben, wenn wir einfach nur laufen. Hm. Ähm. Alpaka 5 ist männlich, weiblich. Weibchen. Das ist Alpaka 6 ein Männchen. Männchen. Dann nehmen wir doch Alpaka 6 noch mit. Das ist, ja, sehr gut. Als Ding ist hier. Nimm Tutu noch mit. Sagst Elefant ist besser. Er hat auf jeden Fall gigantische Tagesrationen und Nahrung. 7. Nur drei Tage laufen ist es eigentlich okay. Waren muss man eigentlich nichts mitnehmen. Reisevorräte automatisch. Was hat denn genommen? Lebensrationen. Alpaka Fleisch. Ah ja, klar. Für unseren, klar. Bären. Keine Medizin. Ich glaube, so kann sie auch selber nicht, nicht gut behandeln. Aber wir haben Medizin mitgenommen und wir haben auch das, das Stoffzelt mitgenommen, was, glaube ich, Quatsch ist. Weil wir können uns sowieso nicht selbst behandeln, oder? Äh. Er hat keine Medizin. Er kann sich nicht mehr beziehen. Er kann sich nicht behandeln. Fürsorge macht er nicht. Entsprechend brauchen wir aber auch keine Medizin mitnehmen. Und kein Zelt. Ich glaube, ich würde Tutu, aber ehrlich gesagt eher behalten wollen. Ich würde, glaube ich, eher ein Alpaka mitnehmen. Weil das reicht. Glaube ich. Ja. Ja. Alpaka 6. Haben wir das auch und mit Tutu verlieren wir mehr, falls das nicht zurückkommt. Das ist so ein bisschen meine Kalkulation, dass wir eventuell Pech haben, dass unsere Leute nicht zurückkommen. Deswegen würde ich es so machen, wie ich es jetzt geplant habe. Keine Waren. Keine Waren, Essensvorräte, yo. Sieben Tage, na. Haben wir ein bisschen Puffer. Das ist das Alpaka dann Alpakafleisch schleppen, was dann vielleicht ein bisschen lustig. Aber wir haben bloß 1,4 Tage Alpakafleisch. Aber wir nehmen eh bloß 10 mit von 120, die wir haben. 14 Überlebensaktionen, 16 Bären von 16. Ja, würde ich sagen, go, go. Ist sie bösartig? Entsenden. Bestätigen. Ich muss so nur die Sachen packen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal ein... Ist das nur Diverses? Ja, Karawanen... Karawanenbeladestelle. Hier. Überfall. Oh Gott. Die Flusstasse. Sie werden im Angriff noch vorbereiten zum Ortspringen. Oh, da kommt sogar... Oh, no, 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 no. Ähm. Wie kann ich die Karawane abbrechen? Die Karawane braucht einen Moment zum Losfahren, glaube ich. nicht. Weil die... Versuche, Bandpaar einzusperren? Nee, das sollst du nicht machen. Gibt es eine Karawane ohne Siedler? Kann ich einfach sagen, aus Karawanen entfernen. Und eine Karawane wurde abgebrochen. Okay, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Okay, dann könnt ihr, glaube ich, alle noch aus dem Kampfmodus raus. Weil die brauchen... Die formieren sich ja noch ein bisschen, haben sie gesagt. Weiße Muschel und Gott ist an Veterin, ja. No Storage Space. Holz. Wir haben für Holz kein Storage Space, I guess. Das ist nicht blöd. Die Kopers regeln das wieder. Das wäre natürlich witzig. Das ist ein weißer Muschel und Gott sei Dank von Kopers geregelt werden. Aber die Kopers sind ja nirgendwo mehr, glaube ich. Und Kopers greifen, glaube ich, auch nur kleines Viechzeug an. Kein großes. Und die haben auf jeden Fall, ne, Rüstung und Bögen. Das ist das fiese. Ich habe noch keine Rüstung gebaut. Nichts, was irgendwie schützt, meine Leute. Ich kann nur hoffen, dass Sono gut genug schießt. So. Oh, Dumama hat übrigens inzwischen die Schutzausrüstung an. Interessant. Wie es dazu gekommen ist. Moment, Dumama dahin, Benpa an die Kante. So, Nun kann es dann hierhin zurückziehen. So, nur soll aber hier an der Ecke stehen bleiben. Für den Fall, dass sie hier oben kommen, dass sie hier übers Feld schon beschießen kann. Sie müssen nämlich die viergröße Reichweite haben. Ja, schießt sie nämlich schon. Aber er trifft nicht, der Vollidiot. Ach nö, jetzt schießen die auf meine Alpakas. Ach, Shit. Äh, Area, Safe Zone, please. Okay, da haben wir den. First Blood, kill another, so. Jetzt rennt er weg. Fliehen. Hier wird nicht geflohen. Ist er eigentlich dead? Ja. Hier wird nicht geflohen. Jawohl. So, dann kann ich alle meine Leute wieder... Jetzt muss ich halt wieder heilen, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Den können wir erlauben. Den können wir erlauben. Den können wir erlauben. Den können wir erlauben. So, jetzt muss ich aber erstmal... Gräber bauen. Sonst wird das problematisch. Und hier müssen wir mal Befehle abbauen. Wir müssen hier mal erweitern. Für mehr Holz. Du, Mama, du kümmerst dich um Sono. Der soll wieder gesund werden. Mit dem wollen wir eigentlich eine Karawane machen. Zieh Leiche aus? Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen die Leiche nicht ausziehen. Wir wollen sie einfach begraben. Kann Leiche nicht ausziehen, zu schwer. Na ja, gut. Dann müssen wir die Leiche wohl ausziehen. Halt. Erst das bauen. Einfach einen Leichensammelplatz auf dem Weg, wo dann Leute nicht lang kommen und die Gegner mit abschrecken. Aber ich hab noch nichts, wo die Leute nicht lang kommen. Ich hab noch keinen Zugang gebaut, wo ich selber fast nie hingehe. Ey. Da war ein Priorisieren von Grab drin. Okay, kümmere dich halt um Packer. Ist auch fein. Kannst du bitte weiter graben? Beerdigen. Beerdigen. Hier, bitte. Den kannst du beerdigen. Dann beerdige den erstmal. Priorisiere, beerdigen. Auf geht's. Erstmal direkt hier noch weitere Gräber ausheben. Damit die Leute schon mal wissen, wir sind bereit zu kämpfen. Okay, da wird sicher auch mal ein Fuchs gekümmert, damit die nicht wieder Riot geht. Ach, jetzt auch noch ein verrückter Gorilla. Jetzt ist aber auch gut langsam. Menschenleger-Gorilla. Aha. Ich glaube, die Menschenleger-Gorilla sollte ich aber nicht save, oder? Dir wird einfach mal ein Rest gegeben hier. Ich glaube, du darfst es nicht, ne? Aber du darfst den Rest geben. Ja. Du darfst es. Den Rest geben. Lumi und Sohn haben über das Essen diskutiert. Was ist denn jetzt mit dem Essen schon wieder problematisch? Alpaca 5 an den Nahrungsmittelvergiftung. Unfähiger Koch. Ach, Mann. Wenn Lumi nun mal fähig wäre. Wenn Lumi nun mal fähig wäre. Aber Lumi ist halt nicht fähig als Koch. Deswegen kocht bei uns, äh, ich ab und zu. Weil dann gibt's was Leckeres. Warum liegt denn hier eine Überlebensration? Fuck. Als ob hier einfach eine Überlebensration draußen rumliegt. Wird die Saison halt wieder angekratzt. Ich will doch nur dort die geile MP mehr absnacken. Ben. Blue Mama und Ben paar Vögel. Geil. Und das ist jetzt aber nicht das Alpaca 5, okay. Wenigstens das. Die haben so einen Minusgrade, sehr schön. Warum läufst du hier hinten durch? Warum läufst du hinten durch, um da hinzulaufen? Das versteh mal einer. So, nun, das versteh mal einer, was du hier machst. Es ist nicht klar, warum er hier rumläuft, um dann wieder da hinzugehen. Moment, hätte ich nicht irgendjemand auf Reinigen gestellt? Müssen wir alle wieder ein bisschen sauber machen, Leute. Das ist ultra dreckig bei uns. Das eine Alpaca hat noch hier überall, ne? Ach nee, das hat auf Safe Zone gestellt, deswegen. Hier, raus mit dir. Also, Pflanzen drin sind auf jeden Fall einfacher zu halten, weil die futtern einfach irgendwo Gras draußen. So, nun sind wir noch nicht wieder ganz heile. Benpa baut weiter Stühle. So, jetzt ist er vollständig geheilt. Jetzt können wir wieder Dingens machen. Hat sogar noch ein bisschen Holz gemacht. Sehr gut, auf geht's. Wir wollen eine Karawane bauen, die hier hinschicken. Akzeptieren. Dich rein. Äh, Alpaca 6 war es, oder? Ja, Alpaca 6 rein. King Kong und Godzilla. Keine Warenreisevorräte mache ich selber, weil Medizin haben wir nicht dabei. Inzwischen brauchen wir auch kein Zelt mitnehmen. Weil er kann es, glaube ich, eh nicht aufbauen, wenn er irgendwie K.O. geht oder sowas. Ich glaube, er kann sich auch nicht vom Arzten, also verblutet er eh, wenn er Kratzer hat. Wir können nur hoffen, dass da nichts kommt. Primate Meat, Alpaca Fleisch, sieben, neun Felder pro Tag. Im Prinzip kein Gewicht. So, man hat einen Folien, minus 1,3 Kilo gehabt, jetzt hat er plus 30 Kilo. Wir brauchen doch gar keinen Alpaca. Wir brauchen keinen Alpaca. Halt, das ist das Falsche. So rum, wir brauchen keinen Alpaca mitnehmen. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Vorhin hat man doch irgendwie 30 Kilo von 35. Was ist das hier? Ha. Ich bin irritiert. Mit einem Alpaca sind wir aber schneller. Mein ganzes Feld pro Tag schneller. Hm. Sichtbarkeit 96%, 80%. 50%, 20%. Dann wäre er ganz alleine unterwegs. Dann wäre er ganz alleine unterwegs. Ich bin nicht so richtig, ich weiß nicht. Ich glaube Godzilla ist eh nicht darauf trainiert, dass er kämpfen kann. Wenn dann ist es nur King Kong. Godzilla ließ sich nämlich nicht darauf trainieren, dass er kämpfen kann. Ich glaube ich würde fast nur King Kong mitnehmen und Sichtbarkeit zu 50%, damit er nicht überfallen wäre. Dann sind wir sogar auf 10 Felder pro Tag. 11 Felder, wenn er komplett alleine geht. Das ist so krass schnell dann. Sono, wie schnell rennst denn du? What the fuck? Dann brauchen wir auch hier fast nichts an Nahrung mitnehmen. Dann sind wir sogar 12 Felder pro Tag. Und haben 6 Tage Ration. So. Ich glaube ich würde fast Sohne alleine schicken und hoffen, dass er nichts ist und dass wir einfach nur die MPs snacken und weg sind. Ansonsten muss er einfach wieder zurücklaufen, wenn da was ist, wenn wir Gegner finden. Haut er ab. Das ist so ein bisschen der Versuch. Go, go. Sohn und Erkunder. Auf geht's. Und um das Gebiet zu verlassen. Ja, ok. Karawane von Sohn und Erstellten ist auf der Weltkarte. Befehl geht zu Versteck mit Waren. Ja. Wo ist denn mein Heimatgebiet? Ach, das muss ich wieder klein machen, ne? Hier unten ist natürlich alles Quatsch. Das muss nicht mehr Heimatgebiet sein. Nur vorhin für den Brand-Zwischenfall, dass das Heimatgebiet war. So. Es fangt nämlich an, hier alles sauber zu machen. Das ist ziemlich Bullshit. Ich hätte gerne ein Löschgebiet. Das wäre deutlich besser. Aber Sono geht's draußen deutlich besser. Er kriegt bessere Laune, wenn er unterwegs ist. Das ist ja interessant. Wie geht's dir? Ernährung. Bedürfnis. Katharasis. Hat sich gut angefühlt, meine Gefühle einfach mal rauszulassen. Hm. Dann sollte sie danach nochmal mit Fuchs reden, wenn sie jetzt gute Laune hat. Oh, jetzt habe ich so geweckt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Komm schon, schließt sich an. Bier schon auf 2,0 geändert. Ach, come on. Nicht widerstehen, Fuchs. 48% Rekrutierungschance. Besuchergruppe. Champion Waren zum Handeln dabei zu haben. Okay. Das hier ist immer noch das Gebiet, ne? Wenn du da rein bohrst, kommen die übelsten Insektenviecher auf dich drauf. Ey! Warum liegt denn das hier noch rum? Hm. Schließere Tragen von Kurzbogen. Ich glaube, der Kurzbogen ist schlecht und damit hat er einen Schaden 11. Rüstungsdurchtrennung, Reichweite 23. Ich glaube, da habe ich ein besseres hier. Schaden 12, Mannstoppwirkung, Rüstungsdurchtrennung. Rüstungsdurchtrennung ist sogar schlechter. Krass. So, Kurzbogen gut, Kurzbogen schlecht. Das ist das, was ich habe, ne? Hier, kannst du haben, bitte. Kurzbogen schlecht. Kann ich von euch einen guten Kurzbogen kaufen. Ich kann euch eine Hose aus Sündgarn verkaufen. Heavy Plate Helmet aus Stahl. Die nehmen aber Gold. Bei denen können die Gold eintauchen. Gegen Dinge. Bauteile. Kräutermedizin. Pemmikan. Zum Beispiel gegen die. Stahlhelm. Protection but restricts the various field of vision. Verdeckt. Linkes Auge. Rechtes Auge. Linkes Ohr. Rechtes Ohr. Nase. Kiefer. Fernkampf. Genauigkeiten. Minus 1,9. Nahkampf. Trefferschank. Minus 2,0. Hm. Das ist im Prinzip nur zum Wegtanken. Brauche ich Gold später noch für irgendwas? Genau. Ich habe eigentlich genug davon erstmal. Von Geld. Könnte auch die Hose aus Sündgarn weghandeln. Aber ich glaube das will ich nicht. Weil wir haben ja. Tendenziell jemand der nackt ist. Und später vielleicht einmal ihn überzeugen können. Noch Klamotten brauchen. Hier wird schon wieder repariert. Uh. Benpa macht sauber. Endlich sind wir beim Saubermacher angekommen. Endlich sind wir beim Saubermacher angekommen. Hier ist ja so viel Dreck. Jawohl. Das gefällt mir und das gefällt mir. Schön schön alles hübsch machen. Oh. Jetzt geht er essen. Na. Hat er nicht viel sauber gemacht. Ah. Jetzt macht er weiter sauber. Okay. Können den Hochzeitsplatz übrigens glaube ich wieder. Wobei. Können einfach da lassen. Ist egal. Wenn ich jetzt den Bereich anders nutze sonst. Mit dem Licht ist es immer noch so. Ich glaube ich würde in der Küche gerne ein elektronisches Licht machen. Und noch ein Ambrosia-Hain. Ich glaube da gab es so einen Trick mit Anbauzone. Draufsetzen. Aber. Ne. So geht es nicht. Ich müsste glaube ich das auswählen was da drauf wächst. Ich kann hier nicht Ambrosia auswählen. Hm. Na gut. Können wir das Essen aus dem Regen tragen. Und vielleicht auch die Medizin aus dem Regen tragen. No storage space. Zusammenlegen von Holz. Krise reinigen. Zusammenlegen von Kraftstoff. Ihr habt aber auch eine Organisationstalent von null. Leute. Zusammenlegen von Großkatzenfell. Zum Beispiel auch noch. Dann ist auch wieder Platz. Ach man. Geschenk. Geschenk von der Aldosa. Cowboyhut aus Muffalowolle. Hemd aus Camelwool. Uh. 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 Nice. Und wenn man das gerade von alleine geholt hat. Dann mag der es nämlich auch das zu tragen. Mh. 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 Sollte ich noch mal schlafen legen, wollte ich gerade sagen. Richtig gemütlich, halt in der Kremalzeit gegessen, ohne Tische gegessen, am scheuliches Gefängnis, dunkel, unersehnliche Umgebung. Ja, dunkel ist ein Problem, wahr? Oh, was ist denn jetzt mit mir los? Ach, die Lebensmittelvergiftung, das ist man so langsam, das ist unfassbar. Da geht gar nichts mehr voran. Ich meine, die kann ich auch verstehen, dann überhaupt noch irgendwas zu tun, ist schon nervig. So. Nackt. Ich kann dir halt nichts geben. Was ist Chemisches, Verhungern von Drogen? Ich brauche den Kick, viel, viel mehr davon. Ähm. Moment. Verbeigert Soziales, Rauschmittelfaszination, von chemischen Rauschmitteln und eifersüchtig. Oh Gott. Der ist natürlich nicht ganz so geil. Muss ich mal so festhalten. Ich will es eben noch schneller machen, aber es ist schon auf der schnellsten Stufe. Und der futtert drei Stunden lang, gefühlt. Ähm. Das ist hier anscheinend alles. Äh. Aufgabe. Ich kann die nicht verbrennen. Oder vernichten. Wenn ich es aber hier nicht erlaube, dann wird es für immer dort bleiben, weil es nicht verdirbt, weil es tiefgekühlt ist. Ach, scheiße. Warum denn verschmutzter Bereich? Hier ist doch sauber. Ist doch Quatsch. Kotzt das mal dahin. Schönen Dank. Kotzt erst mal dahin. Der Tapir hat glaube ich gerade gefressen. Der Tapir hat die Kotze gefressen. Oh Gott. Zitter futtert. Zitter gönnt sich hier den Tapir. Er war glaube ich ein bisschen hungrig. Hat den ganzen Tapir weggefressen. Okay. Weiß ich nicht, wenn jemand mehr um die Tiere kommt, weil so noch nicht da ist. Aber sind wir da. Oh. Kotzt schon wieder dahin. Jetzt musst du aber erst mal sauber machen, ja. Oder hier irgendwas weitermachst. So. Karawane hat so ein bisschen Karawane für die Fraktion. Die Karawane besteht aus zwei Bärse und drei Bogenschützen. Handeln. Niemand kann handeln. Ein Lemur, zwei Munchkin-Karten, Indian Elephants, Langbogenschützen, Krieger und Händlern. Weiterziehen. Yo. Als ob wir jetzt anfangen zu fighten. Alles aufhören, ja. Alles aufhören, habe ich hier gesagt. Ob die Probleme mit haben? Ein Apaka ist trächtig. Karawane angetroffen. Zum Out-Sprengen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier gibt es Tiger. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist wahrscheinlich der Versteck. Und Nashone gibt's. Ja, dann. Ach, das kann ich nicht beschleunigen. Das ist ein bisschen nervig. Doch, kann ich. Äh. Hinterhalt. Das wird auch nie was. Die hat eine Nahkampfwaffe. Aber ich kann nicht weglaufen. Das ist RIP. Der weglaufen soll. Sonos, tut mir leid. Zusammenbruch. Karawane verloren. Ist unmächtig geworden, Sonos. Haben Sonos verloren. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Die hat mich nicht angegriffen. Hätte einfach weglaufen sollen. Oder auf Distanz gehen. Wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Ich habe das nicht gut gespielt. Da ärgere ich mich über mich selber. Das hätte er auf jeden Fall machen können. Ich hätte halt nur gedacht, der erste Schuss wird treffen. Aber der erste Schuss hat mich getroffen. Da habe ich noch weniger Leute. Das ist doch kacke. Oh, ich glaube, die wird auch nur mit Nahrungsmittelvergiftung kriegen, war. Ich bin ja schon auf 0,7 geändert. 24 Prozent? Warum nur so wenig? Ach so, weil ihre Stimmung so scheiße ist. Reinigen von Blut. Da müssen wir mal sauber machen hier, glaube ich. Damit die Haustimmung wieder besser wird. Nackt, chemisches Verhungern. Das chemische Verhungern kann ich doch gar nicht verhindern. Ich kann hier doch nicht Drogen geben, oder? Wie könnte ich hier denn Drogen geben? Dann müsste ich Rauchblatt herstellen und sie hier dann einflößen. I guess. Dass hier unten wächst. Hallo, René 187. Über Operationen. Ja, aber ich habe keine Drogen. Das ist der Punkt. Ich habe hier irgendwo Operationen, ne? Und dann... Einschläfern, betäuben. Betäubungsmittel. Nee, irgendwie nicht. Gibt aktive Sterbehöfen. Nee, das will ich auch nicht. Also, ihr könnt nur betäuben machen. Betäubungsmittel. Aber ich habe keine Betäubungsmittel. Brauchst du auch das Zeug? Ja gut, das habe ich noch nicht. Das ist hier unten noch in Produktion. Und sie hat schon wieder Ernährungsprobleme hier. Bring ihr Essen bitte. Please. Sie soll eine gute Laune haben. So, jetzt hat sie... Hat sie jetzt wieder gute... Ja, zumindest Ernährungsproblematik ist jetzt erstmal wieder weg. Und sorry, Sono. Ich habe dich gekillt. Die Karavane ist verloren gegangen. Du bist in Hinterhalt geraten, nämlich K.O. geschlagen. Vielleicht kriege ich die irgendwann mal wieder. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls war das ein Hinterhalt mit der geilen MP. Ja. Sie ist hier oben weg. Dann wurde das K.O. geschlagen von einem Messer im Nahkampf. Ich habe das eventuell nicht gut gespielt. Es wurde nur gesagt, die Kolonisten sind verloren gegangen. Es wurde nicht gesagt, dass Sono gestorben ist. Und du hattest eigentlich auch noch HP. Behandlung benötigt. Ach, als brauche ich wieder... Mein blödes Asthma braucht wieder Behandlung. Ein verloren weg. Oh, Sono. Please don't. Please don't be so rude. I'm really trying. I'm just a bad player. Please don't. Oh, war wirklich dringend. Dringend mehr. Mehr Leute. Ich glaube, wenn ich nochmal neu starte, mache ich den 5-Mann-Start. Wo du zwar nur ganz keine Technik im Prinzip erforscht hast bis dahin. Aber wo einfach durch diese 5-Mann-Hast so viel mehr gemacht werden kann. Die Tiere arbeiten nicht. Die generieren Wolle. Die Alpakas geben Wolle. Wenn sie 100% haben. Und Wolle ist sehr, sehr gut, wenn ich in einem kalten Gebiet wäre, was ich nicht bin. Zum Verkaufen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen die falsche Prio gemacht, dafür, dass ich in so einem warmen Gebiet bin. Ich habe mich nicht darauf geachtet, dass unter 20 Grad eigentlich das nie im Freien sinkt. Ich brauche eigentlich auch nur Kühlung und nie Heizung. Ich bin, glaube ich, schon das ganze Jahr rum und wir haben nie Heizung gebraucht. Das war einfach nicht notwendig. Die Tiere könnte ich auch verteidigen, wenn du sie darauf trainierst. Aber ich glaube, darauf trainieren... Also erstmal ist unser Tier-Trainer jetzt weg. So wunderbar nicht unser Tier-Trainer. Hier gibt es keinen Meister mehr. Für Godzilla zum Beispiel. Oh, der war doch auf Angreifen trainiert. Ne, war er nicht, aber er kann er doch. Nur auf Beschützen kann ich trainieren. Und auf Tragen kann ich trainieren. Aber auf Angreifen schon. Ich bin ein Vollidiot. Ich hätte die Tiere auf jeden Fall mitnehmen sollen. Dann wären sie wenigstens mit ihrem Meister gestorben, wenn dann. Oder hätten sie sich für ihn geopfert oder so. Ach, Mann. Das brauche ich natürlich auch eigentlich nicht... ...10 davon. Brauche ich nur 5 von jedem. Für 3 Leute. Also ja, die Tiere können eigentlich mitcampen. Wenn ich irgendwann mal zu komme. Beine Pflanzen brauche ich nicht erforschen. Ich glaube, sauber gemacht haben wir jetzt mal wieder genug. Wo bist du denn jetzt hin? Achso, du hast jetzt mal die... ...die skelettierte Zeug weggetragen. Frage ist so ein bisschen, was mache ich als nächstes? Ich kann mal hier Fackel auffüllen. Ich kann hier, glaube ich, noch eine neue Fackel bauen. Wine Merchant. Es gibt einen Weinhändler. Okay. Wo kommen wir denn an? Wo unten kommen wir denn an? Tja, so ein bisschen ist es jetzt der Knackpunkt, dass ich so an einem Punkt bin, wo ich glaube ich nicht vorankomme so einfach mehr. Ich brauche mehr Leute, sonst kann ich keine großen Unternehmungen machen. Ich glaube, eventuell hier sogar schon zu viel Pflanzen, wodurch ich sehr viel Zeit verliere. Ich kann Wein und Grapes kaufen. Zählt Wein auch als Droge? Zählt Alkohol als Droge? Dann könnte ich hier Wein kaufen und die Wein verabreichen im Gefangenen. Ich hätte 150 Flaschen Wein dabei. Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir mal zwei Flaschen Wein. Kann ich das jetzt hier machen? Körper, Operationen. Einverabreichen, jawohl. Kann ich. Mal sehen, was passiert. Auch wenn du mal am Pennen bist. Also eigentlich könnte ich hier einen Lagerplatz für Leder, kann ich jetzt hier oben mit einem Zonen, Lagerzone. Und zwar, hier kommt dann das nicht rein. Keine Nahrung, keine Nahrung, zählt Leder, Textilien. Ja, okay. Textilien, aber keine Medizin, keine Drogen, Mörsergranatenbauteile, Bierwürze. Der Kram, alles nicht. Rohstoffe, Pflanzenmasse, Steinblöcke. Ne, die gehören alle nicht hier ein. Objekte, Waffen, Kleidung, Konstruktionen. Kleidung würde ich auch in dem anderen einlagern. Glaube Schmelzbares. Ne. So, dann würde man nämlich hier oben die ganzen Lederkram und Stoffkram einbauen. Oh, gute, gute Hüte hergestellt, ja. Ey, du müsstest echt nicht mal irgendwann zum Essen und... Moment, habe ich hier... Ich habe eine Priorisierung... Ne, ich habe keine Priorisierung drin. Ich habe eine Priorisierung drin. Ach, so ein Shit. Priorisierung verpflegen von Fuchs. Ja, bitte. Warum kümmert sich ich denn sich so schlecht um, die Fuchsdame? Fuxi-Fuchs. Jawohl, jetzt gibt es den Wein, nämlich den Rachen. Uff, die Tassen. Geht's jetzt gut? Alkoholisiert warm. Hat eine Lederkramatik gegessen. Nackt. Chemischer Hunger. Ist jetzt reduziert zumindest. Ach, no storage space. Ihr könnt mich alle mal. Wisst ihr das? Nur weil ihr nicht lagern könnt. Vielleicht muss ich doch ein paar von den Tieren irgendwann mal schlachten. Wobei Gorilla und... Wahrscheinlich würde ich Godzilla irgendwann schlachten. Aber Tutu nicht. King Kong ist auch relativ nützlich. Da ist, glaube ich... Moment mal. Ich will King Kong haben. Training. Der ist noch auf nichts trainiert. Doch auf Beschützen eins von drei. Und Godzilla... Auch bei Schützen eins von drei. Aber die verlernen das, glaube ich, wieder mit der Zeit, ne? Wenn sie nicht weiter trainiert, ist das ein bisschen das Problem. Und ich habe niemanden mehr, der das trainieren kann, glaube ich. Tierpflege. Vier. Zwo. Jagen. Vier. Eins. Tja, das wird schwierig. Sage ich mal so. So wie es ist. Ja, das sage ich mal so wie es ist. Das wird schwierig. Wie geht es denn ihr jetzt von der Laune her? Kannst du ihr noch mal essen bringen? Dann vielleicht auch noch mal mit ihr reden. So, vielleicht kriegt man es ja jetzt doch mal irgendwie überzeugt, dass es uns beitritt. Rekrutierenversuche wurden eingeleitet. Ach, du musst erst in Widerstand brechen, bevor du sie rekrutieren darfst. Ja, du musst erst auf Null gehen, bevor du sie rekrutieren darfst. Oh, shit. Das ist halt... Deswegen dauert es immer so ewig, Leute zu rekrutieren. Du musst einfach permanent jemanden mit ihr reden lassen eigentlich, damit sie irgendwann nicht mehr... Nicht mehr widersteht. Dann ist klar, warum ich das ewig nicht hingekriegt habe, Leute zu rekrutieren. Dann ist klar. Oh, genau. Ich bin nicht mehr gut. Ich sehe die ganze Güte, die hier rumliegen. Aufgrund der fehlenden Auffächterhaltung des Trainings ist Godzilla eine Fähigkeit von beschützen. Ja, genau das meinte ich. Ein Alpaka ist trächtig. Ach, shit. Ich glaube, Fuchs hat auch keine Wachgande mit Tieren, ne? Tiere 3. Sonneneruption. Ein Sonneneruption hat begonnen. Die intensive Strahlung will alle durch eine große Kraft setzen. Sie sollte etwa einen Tag vorbei sein. Okay. Nicht so cool. Ich könnte einen Stromanschluss für Schneidertüschen machen, ja. Aber ich glaube, tatsächlich ist das Problem, dass unser Bergbautypi auch weg ist. Neb. Ich müsste hier Berg bauen erstmal rein. Und ich warte eigentlich eher darauf, dass ich jetzt Events kriege, wo ich Leute rekrutieren kann in irgendeiner Form. Oh, da ist ein exzellenter Hut dabei. Weil ich das Gefühl, das ist wichtiger. Warum habe ich denn 5 Hüte gemacht? Ach ne. 4. Jetzt macht er die Parkas. Ja, der geht ja auch so. Deswegen dachte ich mir so, brauche man eigentlich keinen Stromanschluss machen. Aber ich irgendwann mal, wenn ich Zeit und Lust und so habe, mache ich den. Jetzt wird natürlich hier warm, um mein Fleischschrank anzuverrotten. Wegen der Sonneneruption. Weil die Kühlung nicht funktioniert. Neb, neb, neb. Weil eine Sonneneruption stattfindet, und deswegen alle elektrischen Geräte außer Kraft waren. Jetzt wird es hier wieder kalt. Jetzt funktioniert die auch wieder. Hier ist rechts an der Seite, da steht dann in Innentemperatur oder Außentemperatur. Jetzt haben wir hier Grad kurz über 0. Jetzt geht es aus die Minusgrade. Ich glaube, viel größer darf ich den Raum auch nicht machen. Für die Kühlleistung, die ich habe. Oh, ich muss hier eine dickere Wand einziehen oder sowas. Keine Ahnung. Wand ist stahl. Ach, ich darf hier nicht bauen. Ach, so viel zur dickeren Wand. Hat sich erledigt. Weil ich glaube, dünne Wände, also nur einfache Wände, lassen auch die Temperatur stärker durch. Leute, okay, ich muss irgendwo aufsehen. Eins, please. Das muss viel häufiger passieren. Ich kann nicht jedes Mal manuell ihr Essen geben. Kann ich ihr nicht auch Klamotten geben? 19% Chance. Drümmung zu niedrig. Rekrutierung fehlgeschlagen. Kann ich ihr nicht irgendwie Klamotten geben? Freund. Lumama sieht sie als Freund an. Uh. Benpa als Rivale. Das ist ja nicht so geil. Unter freiem Himmel. Müllprozent. Chemikalie. Chemikalie trägt den Wunsch aus, Drogen zu konsumieren. Wenn der Wert über einem bestimmten Niveau liegt, verbessert sich die Stimmung. Wenn der Wert unter einem bestimmten Niveau liegt, verlechtert sich die Stimmung. Ich habe kein Wein mehr. Wo ist mein Wein hin? Damn it. Irgendjemand hat mein Wein gesoffen. Ich habe nur ein Wein ihr gegeben. Ich wollte den zweiten Wein auch noch ihr geben. Irgendjemand hat mein Wein weggesoffen. Also da, guck gibt es ordentlich Energie hier. Erzeugte Leistung 3.450 Watt. Strom ist überschüssig. 2.700 Watt gespeichert. 1.200 Watt Tage. Oh oh. Löschen. Löscht das Feld. Wenn es regnet, aber löscht das Feld. Okay. Jetzt kümmert sich auch darum. Also wenn du an sie überzeugen bist, ist es halt echt ein Problem, wenn da nichts gemacht wird. Cued Inventar entladen. Das verstehe ich nicht ganz. Du bist einfach, wenn nichts gecued ist, dann steht der immer Inventar entladen. Einfach wieder miteinander geredet. 31% fehlgeschlagen. Ach, damn it. Ach, damn it. Moment, irgendwo brent sie immer noch. Oh oh. Auch ein Schlimmes. Wo ist ein Blendpaar? Musst du auch noch? Please. Ah, es regnet schon wieder. Okay, dann never mind. Übrigens, die Zonen sind irgendwie Quatsch hier oben. Zum Beispiel die hier. Nur weil ich da eine Ablagerzone gemacht habe, muss das noch keine Dingeszone sein. Auch das hier. Nur weil da die Gräber sind, muss man da nicht direkt eine Heimattzone dran machen. So, wieder fehlgeschlagen. 28%. Stimmung zu niedrig. Ja, ich kann dich aber nicht rauslassen, Fuchs. Das geht nicht. Gibt es eine Option, Leute unter freiem Himmel gefangen zu nehmen? Dann sind sie aber permanent draußen. Da kannst du einfach nur eine Mauer bauen und dann kein Dach drüber. Dann werden sie unter freiem Himmel, aber dann beschwert sie ja auch, weil sie dann durch Nest sind und so. Hm. Feeling indifferent. Stimmung 35%. Chemisch verhungern. Nackt. Abscheuliches Gefängnis. Ohne Tisch gegessen. Hat eine Kremalzeit niedrige Erwartung. Hält sich so ein bisschen die Waage an der Stelle. So, der nächste Parka hergestellt. Lumama hat sich schon so ein Parka genommen, ne? So einen coolen Stahlhelm auf. Das ist nicht ganz das Gleiche. Hey, Rauchblatt bitte mal einsammeln. Lumama. Ach, no storage space. Ich könnte kotzen. Ist es doch aber. Was kann ich hier wieder zusammenlegen? Was kann ich hier wieder zusammenlegen? Zusammenlegen von Holz. Zum Beispiel. Zusammenlegen von Medizin. Zusammenlegen von Kraftstoff. Meine Jüde, ey. Ihr habt aber echt hier zusammenlegen von Silber. Okay, 500 geht nur maximal, dann ist es nicht ganz so wahnsinnig wichtig. Sammlegen von Stahl. Okay, das bringt auch nichts. Finde sich auf der Durchreise. Ja, Durchreise ist mir egal. Verrottet war im Freien. Auch nicht so cool. Ich brauche neue Leute. Ich brauche neue Leute. Wir werden wahrscheinlich hier nochmal einen zweiten bauen. Zweites Kühlaggregat. Und dann können wir hier, glaube ich, auch ein bisschen größer machen. Und dann hier noch ein bisschen Strom hochziehen. Vielleicht können wir sogar einfach bis hier hin machen. Reicht es vielleicht schon? Keine Ahnung. Dort aber, wenn wir das hier hochziehen, wir brauchen Wände. So, minus neun. Jawohl. Soll es hier deutlich kühler werden. Teoretisch. Deutlich besser auf die minus neun Grad kommen, um das kalt zu halten und zu essen, damit es nicht mehr wieder anfängt, Dinge zu tun. Fängt sogar von der da an. Das ist ganz geil. Weil dann baute die Wände nämlich vorher wahrscheinlich. Und einen ganz anderen Schmuh macht. Und damit ist es noch nicht mit dem Kühlbereich verbunden. Hm, intelligent. Intelligent. 25% Chance. Kommt schon. Die schafft er doch irgendwann mal zu hitten. Da wird schon wieder hier gesprochen. Schließ dich an, Fuchs. Jawohl. Fuchs hat sich angeschlossen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen umsortieren. Erstmal Aufgaben. Fuchs. Tierpflege. Drei. Jagen. Vier. Bauarbeiter. Höchste Priorität. Bin ich hier glaube ich bin ich ein bisschen besser. So, elf. Landwirt. Höchste Priorität. Forstwirt. Höchste Priorität. Alter, ist er richtig, richtig, richtig gut drin. So, Moment. Medizin macht er nur zwei, bitte. Die anderen beiden haben beide guten Medizin. Bettruhe. Zwei. Dringend tragen. Höher. Hilfsarbeiten. Tierpfleger. Drei. Drei. Der wäre halt Blumama schon deutlich schneller im den ganzen, ne? Im Lernen. Benpa sollte auf jeden Fall jetzt nicht mehr Feldarbeit machen. Ich glaube auch keine Waldarbeit mehr. So. Kunst. Transport. Einigen. Es nützt uns aber in dem Sinne noch nicht so viel, weil wir können schlechte Sachen. Waldarbeit kann sie halt jetzt übernehmen. Aber ich glaube so viel Holz brauchen wir aktuell gar nicht. Wir haben gar keine Waldarbeit freigeben. Aber sie sollte tatsächlich die Feldarbeit mit übernehmen. Er hat sich auch Klamotten geholt. Hat sich was angezogen. Sehr schön. Wir haben zumindest jetzt eine Person zurück. Weiblich allerdings. Gibt es eine weibliche Version von Sono? Oder will ich mit anderes von euch mit beitreten? Sonst hätte ich irgendwie einen Sono 2.0 draus gemacht. Aber... Oh nein. Die Medizin, Leute. Wir haben inzwischen 23 Medizin. Das ist nicht ganz so krass. Jetzt sind wir hier. Verbleibende Arbeit. 94. Was immer das bedeutet. 94 Tage. Er fuchs unbedingt. Die Frage ist wohin? Also wo rein? Das ist ein weiblicher Charakter. Aber zu wem? Das meine ich so ein bisschen. Zu welchem Charakter umbenennen? Das meinte ich ja gerade. So nah. Wie der Sonar wieder lol hält. Könnt es mit Sonna schreiben. Mit Doppel-N. Dann ist es Sonna 2.0 Bio. So. Wir haben immer noch ein Problem mit unseren Tieren. Weil wir die nicht sinnvoll trainieren können. Weil wir niemanden haben, der sie sinnvoll trainieren kann. Etwas sagen. Godzilla ist der Einzige. Weil er glaube ich... Ich glaube, der braucht Fleisch. Na auch. Rohes Fleisch, Fleisch und tierische Produkte essen, verarbeitetes Essen, Trockenfutter. Wie sind das bei dir? Früchte... Genau. Du esst nämlich Früchte und Samen. Entsprechend sollte das nicht so das Problem... Also wir machen halt die Zone größer. Zone. Tiere. So. Damit die ein bisschen mehr Platz haben und eventuell sich halt Nahrung snacken können. Weil ich glaube, Godzilla ist nämlich super unterernährt. Kann nicht trainieren. Oder ich würde ihm sogar dieses Karten mal unbegrenzt geben. Dass er sich was suchen kann. Er geht wahrscheinlich jetzt hier rein und frisst das. Ne, er frisst Überlebensrationen. Loll. Geht dann nicht mehr unbegrenzt. Wenn du mir die Überlebensrationen wegfrisst, dann sind wir Feinde. Das sind meine Rationen. Das sind meine Rationen. Die werden hier nicht weggefuttert. Sonne hat sich auch so'n Staubmantel aus Großkatzenfell. Will aber fancy sein, das hier ist nur aus Alpakawolle. mir fällt übrigens was ein was ich noch gar nicht gebaut habe hier solaranlage wollte ich die ganze zeit noch bauen und entsprechend auch ein stromkabel bauen dahin ich glaube davon muss ich auch wieder unten drunter und drumrum sachen frei räumen damit es nicht abfackelt entsprechend brauche ich böden wieder beton ich habe wieder zu nah dran gebaut ich vollidiot der tiefes bau hier eine wand also macht auf jeden fall sonder macht gut gut hilfsarbeiten geht gut voran das muss ich noch irgendwo mal wo mache ich denn das hey schlachtbank aus holz elektrische treten steinmetz einfach labor tisch einfach krematorium wo stelle ich denn die die joints her arbeitsplatz kann ich ja machen wo stehe ich denn die joints her ich glaube geht nur so war ja auf den gemeinsamen raum gemeinsamen raum herstellen und der kommt als aufgabe jetzt hier rauchblatt joint herstellen wiederhole bis du 15 hast inspirierte kreativität objekt oder möbelstück das nächste hersteller zwei qualitätsstufen besser sein das heißt du musst mal meißeln geht nur um einfachen arbeitsplatz das ist echt ein bisschen kacke ehrlich gesagt find ich persönlich so und hier ist kunstwerkbank aufgabe gewaltige skulptur herstellen details und wir wollen das nur aus marmor machen nichts anderem ich weiß gar nicht bei kunst bin ich glaube ich gar nicht gut ne kunst habe ich null sollte ich also das sollte nicht ich machen wird halt einfach beim nächsten gegenstand den er herstellt inspiriert später geht es auch noch woanders da gibt es dann ach so dann muss ich ja drogen herstellen davor schon dann kriege ich einen expliziten drogen herstellungs gedöns ah sonderbaut auch nice wenn man zweit mehr bauen kann ist eigentlich ganz geil ich würde fast hier noch mal meine batterien erweitern das heißt aber ich muss die alle hier noch mal zerlegen am preisen so und das bedeutet jetzt wir werden vielleicht sogar alle abreisen weil wir können dann stabilere wände bauen die nicht brennen können können dann nämlich eine wand jetzt aus marmor bauen moment hier nicht kopie bauen für mehr gespeicherte energie und da wir jetzt hier solar haben mit dem zusammen würde uns das eigentlich ganz gut voranbringen braune dach bauen zone auch die macht automatisch sehr schön dann kann ich eigentlich auch oft die elektrische stromversorgung diverses ne strukturen hier stehlampe sonnenlampe ist das wo wir auch nachts dann wachstum haben oder in wachstum haben können genau und von denen hier brauche ich halt jetzt ein paar das ist einfach so zumindest was hier die sachen angeht hier können wir schon abreisen hier können wir das 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 abreisen hier wollte ich dann glaube ich noch eine neue hinbauen kopie bauen kriege ich das bis dahin hier geht bis dahin geil behandlung benötigt wenn ein paar ach ein jäger ohne fernkampfwaffe hier rüste kurzbogen aus dann das nächste erst mal wurde behandelt immer bald keine medizin mehr wir müssen eigentlich wieder weiter forschen um um medizin herstellen zu können und ich werde auch meinen strom hier ein bisschen durch die medizin müssen wir haben 199 holz weiß nicht genau wofür ich das holz aktuell brauche moment jemand ist jagen gegangen hat Pomp gemacht haben wir noch Tiere als Jagd markiert Gorilla Elefanten jo wir haben Wildschwein noch als Jagd markiert da habe ich Wildschweinfleisch auch gehabt ich bin manchmal ein bisschen neben der Sprung warum hast du denn hier nicht fertig ha ha warum bist du denn hier nicht fertig gebaut Kann ich das mir nicht mehr erklären? Warum der Block nicht fertig gebaut wird? Haben wir keine mehr oder was? Aber wir haben doch hier gerade fertig gemacht. Staubmantel herstellen. Wieder einen fertig. Schamanenhändler. Weißen wir mal. Kommt ein Schamanenhändler. Mal sehen, was der uns verkaufen kann. Bestimmt irgendwelches Rauchblattgedöns oder sowas. Stell mir eine Glätteskanz für Strom durchlegen, ohne dass du extra abreißt und wann mal was. Ah, ich kann die glätten? Stimmt, kann ich. Das ist ein guter Tipp. Das dauert nur ewig, leider. Das gehört zum meinen dazu, wa? Du, Mama? Okay, Handel. So, an die kann ich King Kong zum Beispiel verkaufen und Tutu und Boomalup. Für den kann ich Korgis kaufen. Und Godzilla kann ich verkaufen. Godzilla könnte mich tatsächlich verkaufen, weil er mir nichts mehr bringt. Außer Fleisch und Dingens. Und für 500 ist schon einiges. Neutramin. Das ist der Grundstück, der an sich nutzt, ist aber zuher schon von Medizin und Drogen benötigt wird. Das kann ich jetzt ziehen. Auch Blattjoint kann ich, Plaststall kann ich kaufen. Psychic-Con-Kopia. Mysterious single-use artifact, which grows all plants nearby to maturity when activated. Built by the superior AI, it serves as gift to humanity long ago. Tierbeeinflussung, Schock verursachende Psycholandse, Gold. Wir haben drei trächtige Alpakas. Hm. Ich würde fast einfach Godzilla verkaufen. Weil, dann bringt er uns halt wenigstens Kohle ein und frisst uns nichts mehr weg. Der ist sowieso das größte Problem mit seinem, mit seinem Fleischfresser. Gehen wir mal. Guten Morgen, Lumi. Na, wie geht's dir? Wir sind wieder verheiratet. Lumama und Benpa haben geheiratet, Lumi. Wir sind zwar beide arschalt und Sono, unser, ne, du, Beinsohn, Sono, ist leider schon verschollen in den Weiten bei einer Expedition. Aber, wir haben geheiratet. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht bauen darf. Ist nur mein Sohn, das hat das Spiel entschieden. Du machst ja immer per Zufall und dann werden auch die Verbindungen zwischen den Charakteren ausgewürfelt. Wir waren am Anfang nicht zusammen, Lumi. Wir sind erst jetzt, haben erst jetzt geheiratet und entsprechend ist auch jetzt als Sohn. Äh, war am Anfang halt Sohn. Oh, jetzt hab ich die vom Essen abgehalten. Das ist vielleicht nicht so schlau. Kannst du weiterarbeiten? Okay, aus irgendeinem Grund. Darf ich die hier fertig bauen, aber die da nicht? Was ist denn das für ein Bug? Ach doch, jetzt macht's das doch. Keine Ahnung. Ich weiß. Lumi, wir sind... Wo ist das Alter? Du bist 63. Und ich bin auch 60. Dass man da vielleicht mal mit anderen Menschen schon mal ein Kind haben könnte, das kommt häufiger vor. Kann ich eigentlich Boden auch glätten? Nee, Boden kann ich nicht glätten. Also das... Das passiert einfach. Ich weiß nicht mehr, wer die Mutter ist. Lagt das Kind einfach auf der Schwelle. Wow. Ja. Passiert einfach. Sag ich doch. Okay, das kann ich doch nicht glätten. Ich kann nur Steinwände glätten. Da sind einfach Dinge passiert. Oh. The Green Dane Clan kommt. Ähm. Okay, da kommt nur einer. Mit einer Nahkampfwaffe. Das kriegen wir hoffentlich geregelt. Kriegen wir hoffentlich geregelt. Steinwunden kann ich auch glätten. Ist das ein Befehl? Oberfläche glätten? Ah, doch. Kann ich. Ja, dann hat der Arm und der Leute mal wieder ein bisschen was zu tun, ja wahr? Alles glätten. Alles glätten. Muss alles glatt werden. Ist das ein Unterböden? Nee, ich kann es einfach anklicken hier. Unter Oberfläche glätten. Als Befehl. Unter Böden sagst du. Oberfläche glätten. Das ist das Gleiche. Ja, okay. So. Ähm. Greifst du direkt an? Ey, Lumi, hast du mich eigentlich gehört? Ich wurde nämlich heute ziemlich viel mit Sputt getriezt. Und musste unter anderem Burpees machen. Ich wusste nicht genau, ob du mich da hörst oder ob ich dich wecke. Ähm. Du musst halt ein bisschen rumhüpfen. Nö. Die lassen mich ausschlafen. Das ist gut. Mein Nahrungsmittel ist nur nicht so geil gerade. Zumindest nicht von hergestellten Essen. Hab halt niemanden mehr, der jagen kann. Gut. Ich glaube, ich sollte Sonner... Nee, wie essen wir uns jetzt Jäger hier jagen? Sonner, du solltest auch ein bisschen mehr jagen gehen. Grund fehlender Aufrechterhaltung hat das Tränen in King Kong. Ja, mehr beschützen. Klar. So, jetzt greifen wir uns jetzt an. Ähm. Das werden die doch regeln. Jo. Ich muss einfach gar nichts tun. Die haben doch schnell den umgebracht, bevor sie... Geil. Cool. Zu schwer. Zu schwer. Was ist denn, wenn er zu schwer ist? Zieh aus. Kannst du ihn jetzt beerdigen? Kann ich nicht aufheben? Zu schwer. Ein Quark. Hier. Priorisier beerdigen. Ähm. Das war von einer Leiche getragen. Also... Nope-Leiche getragen. Weg damit. Luma mal beerdigt. Und... Priorisier davon tragen. Was hat denn die? 6 quasi ist ja nüscht, aber er hat eine gute Rüstungsdurchdringung tatsächlich. Also vom Damage her bin ich mir nicht ganz sicher, was eine gute Waffe ist und was nicht. Aber wie gesagt, die Rüstung von dem Rüstungsdurchdringer und der Axt ist ziemlich geil. So. Überschüssig gespeichert. Wir haben 2500 Watt überschüssig. Das ist mal eine Ansage. Das ist mal eine Ansage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer jetzt wofür zuständig ist. Chillst gerade, wa? Oh, du warst am Chillen, besser gesagt. Pfff. Chillst du auch? Ach nee, du glättest Bodenoberflächen. Höhenoberflächen. Ja, okay. Das erklärt übrigens, warum wir sie immer beschwert haben, dass das so kacke aussieht. Weil ich natürlich einen ganzen rauen Stein habe, den die nicht mögen. Wenn man das hier glätten kann, das wusste ich ja... Also da habe ich nicht mehr dran gedacht. Das erklärt einiges, weil dann wird wahrscheinlich auch die Optik deutlich angenehmer für die Leute. Anstatt auf einen Raumstein rumzurennen. Verrücktes Wildschwein. Manhunter-Wildschwein. Ach, ihr seid doch... Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht im Kopf. So, es wird geschossen, ja. Auf das Schweinchen. Okay. Das wird ein Problem. Okay, es ist gestunnt. Sehr gut. Macht's platt. Jawohl. Wenn ein paar sackts direkt ein, da wird Fleisch draus gemacht. Das kommt morgen in die Suppe. Wenn uns hier ein Wildschwein angeht, das kommt in die Suppe. Du Mama... Oh, erfreut bereits. Ich habe nichts gesagt. Oh, hier ist wieder jede Menge... Medizin. Ah, noch raus, Homie. Ich darf mal wieder spielen. Bei dir sieht es lustiger aus, als es sich angefühlt hat. Ich habe Sono verloren. Wo ist denn da lustig? Ich habe Sono verloren. Das ist nicht lustig. Das ist eine absolute Tragödie. Hier. Oh, Polarlicht. Und ich habe, dass ich dann nachdem ich Sono verloren habe, habe ich eine ganze Weile einfach nur mehr oder weniger rumgesessen, weil ich darauf gewartet habe, dass ich eine dritte Person kriege, weil einfach nur zwei Leute können gerade so, die alles am Leben halten. Dann werden wir das streichelt so. Oh, nix gegen meine Alpaka, sie geben mir Alpaka so eine Alpaka-Wolle. Das habe ich so nur gelesen. Naja, wir haben ihn so nah. Wir haben ihn so nah. Das war jemand, der das angegriffen hat, der gefangen genommen hat und wurde überzeugt, hier zu bleiben. Über ein ganzes Jahr im Prinzip gefangen gehalten, bis er gesagt hat, okay, ich mache bei euch mit. Fleisch. Ja, Fleisch gab es. Stimmt. Hier, Präosierer schlachten. Der wird direkt gekocht. Ruf auf die Korre. Nee, ich habe nicht die Alpakas geschlachtet, aber ich habe ja Fleisch, weil das Schweinchen, was mich gerade angegriffen hat, haben wir einfach weggehauen. Polarisch ist vorbei. Haben wir ja richtig viel von dem Polarisch gesehen, glaube ich. Nicht. Oh, jetzt backe ich wieder. Nein. Please don't bug. Okay, also, ich weiß nicht so richtig, was das hier ist. Aber nach Neuladen vorhin ging es wieder, deswegen laden wir jetzt nochmal kurz neu. Lu Mama und Ben Papa. Dachte, wir sind noch zu jung für Kinder, weil wir beide Charaktere von über 60 waren oder an die 60 und mit grauen Haaren gestattet sind. Deswegen habe ich draus gemacht Lu Mama und Ben Papa. Du hast GroKo verkauft, das sollte doch zu essen werden und aus dem Lederschuh und Handschuh für Lu Mama. Ja, GroKo Verkaufer hat mir aber ein Haufen Geld gebracht. Mit dem Geld kann ich auch wieder Handschuhe und Handtasche kaufen, die vielleicht viel hübscher sind als aus dem Krokodilleder hier. Was machst du hier eigentlich? Ach, du glättest wieder Bodenflächen. Okay. Quest expired. Eisers. Long forgotten ruins. Die Native ist, ich hätte einfach mit allen dreien laufen können, ne? Dann muss ich hier nichts machen. Irgendwann mit allen meinen Leuten. Hm. Habe ich die Quest noch? Das ist nicht von Ben Papa gemacht. Ne, die Quest ist nicht mehr da, wo Sonu hingegangen ist. Die Long forgotten ruins weg. Die waren aber, glaube ich, auch nicht ganz so easy. Wobei, die hatten nur einen Stern und Schwierigkeit. Hm. Der glaubte, wenn ich mit drei Leuten... Ich hätte einfach Sonos Expedition mit allen dreien machen sollen. Aber da hatte ich... Achso, ich hatte hier die festgenommenen, ne? Dann geht nicht ganz. Zumindest mit zwei hätte ich es wahrscheinlich machen sollen. Wäre schon irgendwie gegangen. Und die sieht übrigens echt hübsch aus, die gekletterten Wände. Nomm, nomm, nomm. Hier wird ja wieder kochen. Ben Papa kocht für die ganze Kolonie. Ben Papa kocht für die ganze Kolonie. Quest aktiv. Choriotis Lover, was? Loverchase, Ruflus 19. Ich bin nicht gut im Jagen. Ich habe keine Kämpfer. Ich habe gerade eine Payback-Karte einrichten. Ben, kann ich da meine Annalena-Name angeben? Oder geht das was schief? Du solltest den Namen angeben, der auf deinem Ausweis steht. Im Zweifel. Würde ich sagen. Ich bin übrigens gerade sehr geehrt, dass du mich damit gefragt hast. Ich weiß nicht, was auf deinem Ausweis steht, offiziell. Bisher. Nahrungsmittelvergiftung. Nein. Verschmutzter Kochbereich. Ach, verdammt. Inspirierte Operation. Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten Operation erfolgreich sein ist doppelt so hoch. Trotzdem verbleibt mir eine kleine Chance zu versagen. Da müsste ich jetzt mal jemanden haben, wo ich irgendwie Operationen machen muss. Dann müssen wir wieder ein bisschen sauber machen hier. Leute, es ist Putzzeit. Hier ist alles drin. Oh, was ist denn hier passiert? Warum ist denn hier alles blutig? What happened? Wir hatten hier alles voll geblutet. Raid Slavers. Sklavenjäger. Oh, ist einer. Einer mit dem Hammer. Guter Sklavenjäger. Weil die das eher unwahrscheinlicher wissen als du. Xeli weiß es noch. Irgendwie bin ich mir nicht sicher. Die anderen bin ich mir sicher, dass sie es nicht wissen. Aber das ist ja trotzdem was relativ persönliches ist, deswegen. Ich fühle mich ein bisschen wie dein großer Bruder dabei, wenn du mich sowas fragst. Und das macht mich ein bisschen happy. So. Von hier hin kommt er aber nicht rein. Ihr müsst... Moment. Ist das der... Oh. Safe Zone. Lauf. Du musst auch Safe Zone. Weg da. So. Wunder. Jetzt wird gefightet. Einer gegen drei. Oni-chan. Oh, der hat aber eine dicke Panzerung. Der hat eine richtig dicke Panzerung. Holy shit. Die Alpakas helfen mit. Okay. Der ist tot. Qualität übel. Fünf Nahkampfstellen. Der hat Geschwindigkeit ergemeine Arbeiten. Baugeschwindigkeit. Der Hammer gibt Baugeschwindigkeit? What? Ein Hammer gibt Baugeschwindigkeit? Als ob. Okay. Das war ja relativ erfolgreich, die Verteidigung. Jetzt ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ich würde eigentlich gerne die Rüstung von ihm benutzen. Aber die wird wahrscheinlich komplett hier als verrottet und verdingend gelten. Weil die von der Leiche getragen wurde. Ja. Von der Leiche getragen wurde. Irgendwie muss es noch eine Option geben, später die Sachen reinigen kann. Hoffe ich. Weil wenn nicht, ist echt kacke. Angreiber hast und die mit der Keule stumpfe Waffe K.O. haust, kannst du die Ehe retten. Ah. Dann müsste ich die schnell stumpfe Waffen benutzen, wa? Müsste Luma mal die stumpfe Waffe benutzen. Später. Kannst du beerdigen? Jo, danke. Tragen von Hammer. Nee. Nicht diese Kacke mittragen. Moment. Drop. So, das wird das mir direkt verboten. Das kann hier einfach vor sich hin rotten, bis es irgendwann weg ist. Man kann die Sachen reinigen, soweit ich weiß. Ja, ich kann nur verbrennen und einschmelzen. Was anderes habe ich nicht gefunden. Ist so ein bisschen sad. Und wenn ich die jetzt in meinem Anzieher im Leben, permanent richtig schlechte Laune. Lustloser Kolonist. Rette Luma mal. Sona, rette Luma mal. Du musst, Ben, du musst Luma mal retten. Du musst sie jetzt medizinisch behandeln, so schlecht, wie es dir geht. Und wenn sie hat eine Re... Ich habe Luma mal meinen Rücken geschossen. Die hat eine Revolver-Schusswunde. Und der Gegner hatte... Hatte nur ein Hammer. Und Benpa hat eine Revolver. Die hat eine Revolver-Schusswunde. Hier, linke Hand, Schuss-Revolver. Lumi, du musst die Hand aus der Schusslinie nehmen. Das war nicht absichtlich. Oh Mann. Ich habe dich nicht getötet. Ich habe dir Entschuss in die Hand gegeben. Ja, das ist nichts mit Töten hier. Überhaupt nichts mit Töten. So. So ist es übrigens auch nicht... Präsierbehandlung von Alpaka. Ja. Das Alpaka soll auch überleben, bitte. Quetschunghammer. Prellunghammer. Du wolltest mich töten, weil ich alt bin. Du Kinder einer anderen willst. Wir haben nicht mal eine andere. Oder doch, wir haben eine andere. Wir haben eine 52-jährige Sonner. Ja, ja, Lumi. Vielleicht will ich das. Vielleicht will ich das. Du bringst mich auf Ideen. Du bringst mich auf Ideen. Was sag ich mit meiner Zone? Irgendwie ist die Heimatzone jetzt... Nee. Hm. Bin etwas irritiert, dass die so viel schmutzig lassen, obwohl Reinigen auf 1 ist. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr durchreinigen. Lumi hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Verschmutzte Keuchbereiche. Ich hätte euch die beim Füttern auch noch schlechtes Essen gegeben, Lumi. Ich komme gleich nüffern. Eventuell, aber das wusste ich nicht, dass das Essen schlecht ist. Ja, ich habe es selber gerade eben noch gegessen. Zu meiner Verteidigung. Dafür mache ich jetzt sauber. Okay. Weil es mir erschießen nicht klappt, wird es vergiftet. Es hat nur schlechtes Essen gegeben, das vielleicht suboptimal ist. Kannst du die nicht mit der normale Menschheit einfach scheiden lassen? Hier gibt es kein Scheiden. Wir können uns nicht voneinander scheiden lassen. Alles mal hier wieder sauber machen. Ganze Quatsch weg. Gibt keine Scheidungsoption. Gibt nur heiraten. Rückgängig ist nicht. Und vor allem musst du direkt wieder auf dem Feld arbeiten, ne? Äh. Geht's nur? Tutu. Hör mal auf, unser Rauchblatt zu futtern. Moment. Die Tiere dürfen immer noch auf dem Rauchblatt fällt. Ne, ne. Da bin ich ja dagegen. Es gibt Trennen. Du darfst doch alles machen. Aber wir haben eine offene Ehe. Du musst mich nicht wirklich ermorden. Du darfst alles machen. Es gibt Trennen. Moment. Wo ist die Blume mal jetzt? Da. Ich weiß jetzt nicht wie, aber vielleicht muss ich da auch noch mehr erforschen. Eigentlich muss ich wieder forschen dürfen. Hier, Ben Power, forschen. Auf geht's. Außerdem können wir, glaube ich, anfangen, das Stromkabel... Ach ne, es liegt eh schon hier drin. Ähm. Wollte hinten irgendwo hinlegen. Ihr versteht, was für ein guter Stoff wäre. Der fuhlt einfach das Rauchblatt weg. Schweinerei. What? Teile ins Raumschiff. Uh, nice. Raumschiffteile. Raumschiffteile. Hatte ich noch mehr Raumschiffteile? Die man, die abgebaut sind? Doch, die habe ich inzwischen abgebaut. Jean, es gibt Trennen, Ben. Hohe Freude, es gibt Trennen. Gleich mal schauen. Ja. Nur, wenn wir verheiratet sind. Kannst du nicht beeinflussen, aber wenn sich die Chars hassen, trennen sie sich. Ah, okay. Okay, ja, ich glaube, bis jetzt, wir können das, glaube ich, nachgucken. Unter Bedürfnis. Meinung von Luma mal Ehefrau, plus acht. Hatte Sex, plus acht. Also ungefähr im gleichen Level. Wenn wir Sex haben, Lumi, dann mag ich dich ja auch anscheinend. Und das glaube ich bei dir auch. Meinung von Ben Papa, sieben. Du magst mich weniger. Bei dir ist Sex wichtiger, als mich mögen. Ja. Also, wenn hier sich jemand trennt, dann du ja wohl. Und nicht ich. Kannst du noch kurz vorher die Fackel auffüllen? Weil ich glaube, dann ist deine Laune besser beim Forschen. Damit, dass du mich töten willst. Du hast mich ja angeschossen. Und ich mag dich immer noch sieben. Dann nützt Sex auch nichts mehr. Doch. Sex gibt immer noch plus acht. Doch, doch. Sex gibt ja immer noch plus acht. Was machst du? Geht es? Achso, ich gehe spazieren. Okay, ich gehe spazieren. Ich dachte, ich wollte forschen. Aber dann gehe ich halt spazieren. Also, ich sehe schon, dass da Sex was nützt. Auf geht's forschen. Wir forschen an Bäume pflanzen. Dass wir Bäume pflanzen und anbauen können. Ansonsten könnten wir eigentlich auch mal wieder Befehle geben. Hier zum Holzhacken. Schießraue Schlummer mal. Rottweiler bleiben? Wir haben Hundis bekommen. Das ist ja awesome. Wir haben Hundis bekommen. Ja, geil. Aber das ist zwei und drei. Wo ist denn eins? Ah, da ist eins. Wir haben drei Hundis bekommen. Für jeden ein. Awesome. Moment, aber die Futter haben wahrscheinlich wieder Fleisch, wa? Nee, Früchte, rohes Fleisch. Die essen Früchte. Dann ist okay, weil wir haben Erdbeeren im Anbau. Dann ist fein. Eins klar ist, wenn du mich im Erdbeeren anschießt, gibt es keinen Sex mehr. Wahrscheinlich. Moment, was ist rechts? Weiß, dass der nur ein Tollpatsch ist. Kann man irgendwas gegen diese ganzen Spam-Mails machen, die aber warum auch immer nicht im Spam-Ordner landen. Mein E-Mail-Postengang ist so unübersichtlich. Wenn du so weißt wie Newsletter, die offiziell sozusagen dich mitbewerben, da müsstest du, wenn du draufklickst, immer ganz unten irgendwo, müsste eigentlich immer eine Option sein, von diesem Newsletter, äh, Ent, ne, Entschreiben. Also, dass sie dir nicht mehr die, die Erlaubnis entziehen, dass sie dir schicken dürfen. Ähm, und ansonsten kannst du es mit deinem E-Mail-Programm als Spam markieren. Wo der Hund Nummer, achso, wo der Hund Nummer 3 ist. Die müssen gefüttert werden, also schlachten. Wow. Neue Mail-Adresse, das hilft auch. Newsletter gibt es unten, genau, deabonnieren. Der Rest, nein, kann man nix machen, das ist korrekt. Und Schießrausch Lumama, dank ihres hohen Stimmungswertes hat Lumama eine Inspiration erfahren. Sie wird die nächsten 8 Tage genauer schießen. Du hast nicht meine Waffe ausgerüstet. Warum wirst du schießen? Mal davon abgesehen, dass du, ne, Lumama. Fernkampf 0,3, Nahkampf 5,5. Warum würde ich sie schießen lassen? Extra eine Mail-Adresse, nur für Leute, die ich kenne oder Arbeitgeber. Ich hab auch zwei Mail-Adresse. Ich hab eine Mail-Adresse für alle Spiele und Kram, wo man sich anmelden muss. Und ich hab eine Mail-Adresse, wo wirklich persönliche Sachen dann drauf kommen. Womit ich mich zum Beispiel auch bewerbe und sowas. Die dann auch einen entsprechend bisschen seriöseren, ähm, seriöseren Namen hat, die nix mit meinem Online-Nickname zu tun hat. An guten Tagen täglich 100k Spam-Mails und wir sind keine riesen IT-Firma. Ich glaube, wir, ich glaube immer noch 80 oder 90% der versendeten E-Mails im Netz sind Spam-Mails. Die halten mit Lena im Namen und die, die so unübersichtlich ist, ist die mit Namen auf meinem Ausweis. Ähm, kleiner Hinweis, wenn du das nicht für irgendwas seriöses benutzt, also wirklich für Spieler oder sowas, nimm keinen Namen in die Mail-Adresse. Such dir irgendwas anderes, also zumindest keinen echten Namen. Weil viele solche Spam-Mail-Versender gehen einfach zum Beispiel Telefonbücher oder ähnliches durch oder irgendwelche Registrierungen, wo Namen irgendwo auftauchen und geben halt, machen die Namen an typische E-Mail-Anbieter wie Gmail und versuchen das rauszuschicken und gucken, ob es das irgendwo ankommt. Also da musst du, das würde ich davon abraten, in den Standardnamen, also deinen Ausweisnamen zum Beispiel, zu benutzen. Das hilft auch manchmal ein bisschen, aber auch nicht immer. Nur, vielleicht hilft das dir dann ein bisschen. So ist die Frage. Wir haben hier eigentlich echt gut voll, ne? 1000 Watt Verbrauch haben wir. Und wir generieren 2000 Watt am Tag. Und wir haben gespeichert 2200 Watt Tage. Sprich, wir kommen zwei Tage aus, wenn wir nur das gespeicherte benutzen. Krass. Das ist echt ganz geil. Vom Verhältnis her. Wer fängt eigentlich mal mit dem Rauchblatt an? Irgendwann müssen wir mal eine Rauchblattherstellung starten. Kannst du das? Kein Handwerker. Muss ich machen, wa? Ich muss die Rauchblätter herstellen. Von 8 Seiten Mails sind 4 Seiten Smava, 3 Seiten Facebook und eine Seite, wo Mails sind, die interessant sein könnten. Also Facebook ist zum Beispiel sowas, das müsstest du auf jeden Fall unten deabonnieren können. Smava weiß ich nicht, was das ist. Aber das klingt nach etwas, was eine normale Firma ist. Die muss es auch anbieten, dass man es deabonnieren kann. So. Geht es um was essen? Wie sieht es mit Nahrung aus? Wir haben nur noch zwei Nahrungsmittel. Ja, da muss Benpaa Essen machen. Wir brauchen tatsächlich mal wieder Fleisch. Ich würde jetzt fast sagen, Sona muss man mehr jagen. Oder generell überhaupt mal anfangen mit jagen. Moment, wo auch ein bisschen... Achso, du bist auf SafeZone gestellt, wa? Welche Tiere sind auf SafeZone gestellt? Rottweiler erstmal. Tiere, Tiere, Tiere. Apaka, Apaka. So. Das ist eine Kreditseite, oder? Die haben doch da sicher auch was. Ja, denke ich auch. Kannst du selbstständig als Spam markieren? Kannst du erst einen selbstständiger Spam markieren? Ja, die E-Mail-Adresse, wenn ihr die was schickt. Ich würde, glaube ich, hier vergrößern wollen. Und das Holz. Kann man hier komplett nehmen. Als mehr Lagerraum, weil mein Lagerraum ist echt problematisch. Wildschwein rächt sich. Ab nach Hause. Du wirst auch so in 8 Stunden. Sona, du musst ein bisschen schneller laufen. Mütend Menschenleger. Achso, er ist recht sich halt, ne? Da gibt's einen Menschenleger-Aktion. Da kommt's. Aber es wird gleich geballert. Da müssen wir nicht so weit laufen, um es dann einzufo- äh, also gelingen sind. Das ist eigentlich ganz geil. Um es einzutragen. Da muss man hier hochlaufen. Schweinchen, hör auf damit. Wir wollen nur Fleisch. Also, ganz entspannt. Äh, Facebook mal bei den Einstellungen schauen. Die schicken dir wegen jedem Plan eine Mail. Ich hab für Facebook sogar eine eigene Mail-Adresse, weil es mir so auf den Keks ging. Mal, du über die Facebook-E-Mail auch findbar bist. Also, mich hat einmal jemand auf Facebook geschrieben, den ich aufgrund, auf Steam oder irgendwas anderes hatte, weil mich über die E-Mail-Adresse gefunden hat. Das war so creepy. Seitdem hab ich dafür eine eigene Mail-Adresse. Ey, das kannst du mich einstellen, ob du inzwischen, ob du über die Mail-Adresse für Freunde findbar sein willst. Domi. Ich bin wieder am Forschen, wahr? Ich muss auch mal kurz hier zwischendurch schlachten. Ich hab mal eine Mail von der Fahrstuhl suchen wollte, ob da mittlerweile was kam. Hab jetzt aber nichts gefunden. Hab stattdessen eine wichtige Mail von der DEKRA gefunden. Ja, wie hat Facebook kann man in Sicherheit deaktivieren, ja. Ich hab mir erstmal wieder geiles Essen gemacht, wenn wir jetzt wieder, okay, oder auch nicht nur geiles Essen, wenn wir jetzt wieder Fleisch haben. Ich bin ganz sicher, warum das Schweinefleisch nicht benutzt wird. Das irritiert mich ein bisschen. So macht Sonner. Achso, das ist am Holzfernen, ja gut. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Holz. Kannst du priorisieren, dass du hier die Wand baust, Sonner? Wir müssen mal kurz Waldarbeit ein bisschen reduzieren. Und dafür bauen, erhöhen. Also wir haben bei allen offiziellen sinnvollen Firmen, müssen die eine Option anbieten, dass man das deaktivieren kann. So, jetzt können wir das hier alles abreißen. Und entsprechend müssen wir auch hier das abbauen. Also wir würden die Befehle machen, dass wir das hier auch abbauen. Das doof ist, ich benutze Facebook ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was das letzte eingeloggt war. Ich weiß mein Passwort gar nicht. Dann kannst du auch deinen Account oder so bei Facebook löschen. Oder, keine Ahnung. Also ich habe jedenfalls bei Facebook, glaube ich, sehr, sehr viele von den E-Mails komplett deaktiviert. Ähm, what? So sieht der Antik... Nein! Oh, ich dachte, jetzt hat sie das aufgemacht. Ja, dass der der Schrein ist, habe ich schon gesehen, danke. Da will ich nicht rein. Kann man auch zurücksetzen? Man kann viel machen. Wenn der Tag lang ist, äh, dann kannst du sein lassen. Und ich habe niemanden, der sich wirklich um Tiere kümmern will, glaube ich, ne? Das hat so ein bisschen der Knackpunkt. Ich bräuchte jemanden, der echt gut in Tierpflege ist. Der, doch, Sonna würde sich gerne um Tiere kümmern. Machen wir die doch mal auf 1. Sonna, du darfst du um Tiere kümmern. Tierpflege ist your main job now. Weil dann macht sie irgendwie alles. Sie macht Pflanzen, sie macht Tiere, alles. Flup, 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 flup. Ich würde eigentlich die Tiere halt noch ein bisschen besser trainieren. No Storage Space. Ja, ich will daran ja was ändern. Moment. Was soll er jetzt? Ach so. Ah, man muss Alpakas scheren, damit man diese Wolle kriegt. Deswegen geht es nicht. Deswegen kriege ich keine Wolle mehr. Ich wundere mich die ganze Zeit. Aber jetzt werden hier Alpakas geschert. Für Alpaka-Wolle. Mmh. Hier schön, 100 Alpaka-Wolle. Geil. Immer auf, die Alpakas zu scheren und priorisieren mal das Abreisen. Damit ich hier den Lagerplatz erweitern kann. So, und erweitern. Dann haben wir hier nämlich wieder erstmal ein bisschen Lagerplatz. Oh, meine Lena-Mail wird mit Stepstone, YouTube, Twitch, Wish und Amazon vollgespammt. Wie gesagt, bei allen normalen Firmen, alle, die du gerade genannt hast, kannst du auf die letzte E-Mail klicken, ganz unten runter scrollen, irgendwo steht deabonnieren. Von dieser E-Mail deabonnieren oder dieser E-Mail verkehrt deabonnieren. Kannst du machen. Ich glaube, ich muss das hier verkleinern. das hier Moment ausblenden. Bede Pflanze zum Anbauen. War doch Rauchblatt ausgewählt. Zone verkleinern. Ich glaube, ich kann es auf das hier reduzieren. Also viel brauche ich nicht vom Rauchblatt. Ich kann mir jetzt hier eher überlegen. Böden. Wie weit sind wir hier? Ja, der hat 58%. Scheiß drauf. Dass wir hier noch was durchziehen und dann hier noch eine neue Zone, machen wir noch eine andere Anbauzone. Was bräuchten wir denn noch? Wir können zum Beispiel Hopfen anbauen. Zum Bierbrauen. Wobei, Bierbrauen habe ich noch nicht gemacht. Was bringt mit Löwenzahn? Die in Gruppenwächs, auch wenn sie aufgrund ihrer Fruchtbarkeit auf das Ungottmung gesehen werden, steht die Blühen Löwenzahn sehr hübsch aus. Wow. Heilwurz, Maispflanze, Kartoffelpflanze, Heu. Hier, Heu brauche ich für die Tiere. Heu, super wichtig. Heugras. Dann können die Tiere nämlich das Heugras fodern. Das wäre, glaube ich, wirklich ganz geil. Aber deswegen kann man mit einem stumpfen Waffen, ne? Hast Behandlung benötigt? Ach, mein Asthma muss wieder behandelt werden. Das Asthma habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das die ganze Zeit die gute Medizin wegfrisst. Deswegen, ich glaube, ich würde dem hier sogar Kräutemedizin nur geben. Wenn ich nicht die ganze Zeit meine gute Medizin verbrauche dafür, für die Behandlung. Echt blöd, Danst. Kannst du mal kurz hier zusammenlegen? Und auch hier zusammenlegen? Ja, danke. Jetzt spackt das wieder rum. Das ist irgendwie mit einem Asthma backt hier irgendwas. Das läuft immer hin und her dann. Von wegen ruht sich aus, ruht sich nicht aus. Alles klar. Ich glaube, ich mache jetzt eigentlich Schluss. Ich habe echt Hunger. Ich habe, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Wenn es jetzt eh wieder rumbackt. und entsprechend gucke ich mal kurz, wo ich euch hinschicken kann. Ich habe auch heute echt lang gemacht. Von 8.15 Uhr ungefähr bis jetzt. Ist eine ordentliche Runde. Wen haben wir denn hier, den ich euch empfehlen kann? Und ich mache jetzt ein bisschen bis jetzt. Vielen Dank.